Hallo alle zusammen, habe ja gesagt, wenn ihr mich hier seht, dann gibt es immer irgendwas anzusagen. In diesem Fall was ganz, ganz Schlimmes. Das ist ein Spaß. So, wir machen auf dieser Seite heute den Tür auf, aus lufttechnischen Gründen. Und auf dieser Seite, von mir aus gesehen rechts, von euch aus gesehen links, dürft ihr auch rausgehen. Wenn wir die Türen auf der von mir aus gesehen links, von euch aus gesehen rechten Seite öffnen, dann verlässt bitte dadurch niemand den Saal. Da wird auch Security stehen. Seid bitte nicht böse, wenn die euch aufhalten. Das ist aus organisatorischen Gründen so angedacht hier mit der Messehalle. Das heißt also, ihr dürft da gerne jederzeit rausgehen. Wenn wir sporadisch dort auf der Seite lüften, bitte nicht dort rein und raus gehen. Dankeschön. Ich danke dir. So, nachdem jetzt gerade letzte Chance war, wir haben niemanden Rennen sehen, der sich noch zur Wahl des stellvertretenden Vorsitz gemeldet hat, schließe ich hiermit die Liste und wir kommen gleich zur Auslosung. Dann würde ich die Drachenrose bitte mal auf die Bühne bitten. So, nochmal eine kleine Durchsage. Der Mirko da Silva, der möge sich bitte nochmal hier vorne am Frontoffice melden. Das wäre ganz lieb. Ich möchte bitte nochmal daran erinnern, dass hier in der Halle keine Fahrrad gefahren wird. Das wäre sehr lieb von euch. So, ich habe zwei Sachen ganz kurz, hier vorne von der Wahlleitung. Uns sind, wie das immer so ist, sonntags morgens Wahlhelfer abhandengekommen, die entweder noch nicht da sind oder die nach Hause gefahren sind. Wir wissen es nicht. Besoffen. Besoffen. Na, das hast du gesagt. Verdammt, warum bin ich nur so ein Papagei? Also, ihr seht die Bereichsleiter bei euch rumwuseln, die jetzt bitte einmal die Hände heben. Eins, zwei, drei, wo auch immer Julia ist. Ich sehe sie gerade nicht. Ist auch weg. Nein, ich habe sie gerade noch gesehen. Also, auf jeden Fall, es werden Wahlhelfer gesucht. Geht bitte zu diesen Leuten, die da rumwuseln. Meldet euch, wenn ihr entsprechende Urnen besetzen wollt. Das wäre sehr nett, damit das gleich alles reibungslos ablaufen kann. Und der Melano mag bitte vorne zur Wahlleitung kommen. Du hast dein Funkgerät noch nicht abgeholt. Entschuldigt, ich war gerade abgelenkt. Ein Augenblick. Ich möchte beantragen, dass die Redezeit auf eine Minute begrenzt wird. Jetzt für alle Teilnehmer. Einen kurzen Augenblick, ja. Den GO-Antrag kann ich zurzeit so nicht zulassen, weil wir haben zurzeit keinen Antrag. Von daher gibt es keine Redezeit. Also, wenn wir später dann dazu kommen, dann kannst du deinen Antrag gerne noch immer stellen. Aber zurzeit haben wir nichts, was wir begrenzen könnten. So, dann werden wir jetzt am Beginn mit der Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden. Der Michel hat das Wort. Wir losen immer die Reihenfolge aus. Liebe zaubernde Losfeen hat ja darf ziehen. Als erstes stellt sich Martin Kliem vor. Danach Wolf Mariam Weichner. Lesen muss gelernt sein. Als drittes Mirko da Silva. Dann Christian Hufgaard. Danach Carsten Savosch. Dann Dennis Plage. Als vorletzter Christoph Füchern-Hinn. Und als letztes Bernd Schreiner. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem GO-Antrag, der eben schon gestellt wurde. Der Kollege möchte nochmal. Ich möchte die Redezeit auf eine Minute begrenzen lassen, weil sonst zeige ich die Bevölkerung, dass wir nicht durchkommen. Gut, ich möchte die Versammlung fragen, ob es eine Gegenrede gibt. Gut. Ich habe eine begründete Gegenrede. Wir haben uns gestern drei Minuten Zeit genommen. Ich denke, wenn wir einen halbwegs ordentlichen Vorstand wählen wollen, dann brauchen wir auch heute die drei Minuten. Noch eine. Ich musste mich beeilen, um runterzukommen. Aber tatsächlich, wir haben gestern vier Wahlgänge durchgezogen. Das war hier alles sehr diszipliniert. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Wir haben zwei Pflichtposten heute zu besetzen. Das schaffen wir auf jeden Fall auch mit der Redezeit, so wie gestern. Und ich möchte auch ein bisschen mehr hören als Hallo, wer bin ich, also den Namen, wie alt bin ich, bin ich verheiratet, habe einen Hund. Vielen Dank. Also die Leute sollen was von sich erzählen können. Bitte nicht die Redezeit verkürzen. Gut, dann hat der Antragsteller das letzte Wort. Er verzichtet drauf. Dann möchte ich die Versammlung bitten, die grünen Karten zu heben, falls ihr dafür seid, die Redezeit auf eine Minute zu begrenzen. Und die orangefarbene, wenn ihr dagegen seid. Das ist ein sehr eindeutiges Votum gegen den Antrag. Ich teile dem Antragsteller damit, dass der abgelehnt ist. Noch eine Durchsage. Die Landesvorstände treffen sich um 11 Uhr am Haupteingang mit dem neuen politischen Geschäftsführer. Die Landesvorstände um 11 Uhr am Haupteingang. So, ich würde die Kandidaten für den stellvertretenden Vorsitz bitte bitten, sich so langsam zur Bühne zu bewegen. Der erste Kandidat, der sich vorstellen wird, ist Martin Klieb. Ich sehe jetzt noch keine Kandidaten nach vorne sprinten. Wird das? Der erste Kandidat ist schon auf dem Weg zur Bühne. Das ist schon mal gut. Ich würde wirklich alle Kandidaten zum... Bitte? Ich habe eine kurze Durchsage an die neuen Wahlhelfer, die sich gefunden haben. Vielen Dank erstmal dafür. Ja, Applaus, immer gut, Wahlhelfer, wichtig. Hier vorne steht der Andreas, der winkt gerade wild mit diesem gelben und blauen Zettel. Es wäre nett, wenn ihr euch kurz mal an dieser Bühnenseite bei ihm einfinden könntet, damit ihr eine kurze Einweisung kriegt, wie wir das hier mit den Wahlen so machen. Dankeschön. Gut, der erste Kandidat auf der Liste, der Martin Klim, hat seine Kandidatur soeben zurückgezogen. Der nächste auf der Liste wäre Wolfmeier Weichner. Dann würde ich ihn bitten, auf die Bühne zu kommen, um seine Kandidatur vorzustellen. Es wird ein interessanter Wahlgang. Der zweite Kandidat hat auch zurückgezogen. Dann möchte ich bitten, den Mirko da Silva auf die Bühne, damit er seine Kandidatur vorstellen kann. So, Mirko da Silva wird gebeten, auf die Bühne zu kommen, wegen seiner Kandidatenvorstellung. Und bereithalten kann sich schon der nächste Augenblick, der Christian Hufgaard. So, jetzt der letzte Aufruf für Mirko da Silva. Gut, während wir noch einen kleinen Augenblick warten, möchte ich ganz gerne ein Meinungsbild abfragen. Und zwar gibt es die Frage, ob die Versammlung erlauben möchte, dass Jörg Pfandschmidt Piratenjacken hier in der Halle verkaufen kann, beziehungsweise vorne auf dem Gang. Wenn ihr das dem Jörg Pfandschmidt erlauben möchtet, dann würde ich euch bitten, die grüne Karte zu heben. Wenn ihr sagt, nein, das muss nicht sein. Es geht um Piratenjacken. Der Jörg hat einen Stand mit Piratenjacken und er würde ihn gerne aufbauen, um ein paar Jacken zu verkaufen. So, und ich würde gerne von euch wissen, ob ihr das erlauben wollt oder nicht. Ich sehe, das ist deutlich grün. Jörg, du darfst. So. Ja, ist wurscht. Also, nee, 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 nee. Ja, die müssen. Okay. Ja, also wir müssen dazu die Hausordnung noch ändern. Der Mike wird das machen, wurde ich gerade belehrt, das ist auch richtig. Wird dann aufgenommen und geht das seinen Gang. Da der Mirko Dersilver jetzt nicht aufgetaucht ist, gehen wir im nächsten weiter. Christian Hufgaard. Gut, Christian Hufgaard ist nicht persönlich anwesend, aber er hat einen Proxy, den Jürgen Erkmann, und der würde ganz gerne seine Kandidaturvorstellungen verlesen. Dann erteile ich hiermit dem Jürgen das Wort. Schieß los. Sehr schön. Gut, also wie ihr es schon mitgekriegt habt, erstmal schönen guten Morgen. Ich bin nicht Christian Hufgaard, sondern ich vertrete ihn. Die Hessen werden das Phänomen kennen. Der Christian kann heute leider nicht da sein, weil er familiäre Verpflichtungen hat. Vor ungefähr drei Monaten hat er ja auf seinem Blogpost angekündigt, dass er kandidieren würde, wenn man ihn dazu auffordern würde. Dann hat man ihn dazu aufgefordert und Christian hat dann seinen Worten auf Taten folgen lassen. Halt jetzt durch mich. Ein bisschen was über Christian. Seit 2007 in der Partei. Seitdem quasi Pressesprecher in Hessen. Sehr zuverlässige Person. Und ich hätte jetzt gerne aus seinem Blog etwas vorgelesen. Dummerweise hatte ich kein Netz, deswegen habe ich das jetzt erst bekommen und habe aber den richtigen Blogpost nicht gefunden. Ich würde euch allen empfehlen, da nochmal nachzuschauen. Blog.christian-hufgaard.de. Die Zeit hat er ja, sich da nochmal anzuschauen, was er alles so treibt und was er dazu gesagt hat, zu seinen Positionen für die Piratenpartei, für seine Aufgaben, die er als Stellvertretender sieht und die er für die Piratenpartei dann ausführen möchte in diesem Vorstand. Gut. Christian macht nicht nur viel für die Piratenpartei, sondern ist auch wesentlich bekannt für die Musikpiraten, ein Verein, der sich für freie Musik einsetzt und auch zum Beispiel die Liederbuchaktion gemacht hat in Hessen, die auch überregional und deutschlandweit ja einiges an Aufsehen erregt hat, wo wir an sämtliche Kitas Liederbücher mit freien Texten und freier Musik, also freien Noten verteilt haben, kostenlos. Das war eine Initiative hauptsächlich von ihm und seinem Verein, den er jetzt seit mehreren Jahren führt. Ansonsten, Vorstandsarbeit hat er geleistet bereits im Vorstand von Hessen. Das ist zwar schon eine Weile her, aber seitdem halt, wie gesagt, Pressespecher seit ewigen Jahren. Und dieses Engagement kann ich nur für den Vorstand empfehlen, denn da trifft Zuverlässigkeit auf urpiratisches Vertrauen und Wirken. Und ich möchte euch bitten, ihn zu wählen und in diesem Vorstand mitarbeiten zu lassen. Herzlichen Dank. Danke dir. Ja, ich muss euch jetzt trotzdem fragen, ob ihr den Kandidaten befragen wollt, obwohl er nicht anwesend ist, weil vielleicht kann sein Proxy die eine oder andere Frage beantworten. Also ich frage euch hiermit, möchtet ihr den Kandidaten Christian Hufgat befragen? Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Wir befragen ihn nicht. Der nächste Kandidat auf der Liste ist Karl Savosch. Ich würde dich bitten, auf die Bühne zu kommen und deine Kandidatur vorzustellen. Schönen guten Morgen, liebe Piraten. Ich glaube, es gibt günstige Zeiten für eine Kandidatenvorstellung, es gibt ungünstige Zeiten für eine Kandidatenvorstellung und es gibt den Sonntagmorgen. Was ich schon mal sagen kann, mein Name ist Karsten Savosch, ich bin Karsten Savosch, ich bin pünktlich und ich stehe zu meiner Kandidatur. Ich bin 46 Jahre alt, Vater von drei Kindern, bin 2011 in diese Partei eingetreten, die mich aus meiner politischen Inaktivität geweckt hat, weil es einfach geil war. Und ich möchte, dass wir dazu auch wieder zurückkehren, dass uns Politik wieder Spaß macht, dass ich Politik machen kann, dass ihr Politik machen könnt, für mich, für meine Kinder, weil ihr tolle Möglichkeiten habt, diese auch umzusetzen. Nutzt dieses bitte. Und ich möchte euch dafür eine Plattform bieten. Ich habe in meiner Zeit bei der Piratenpartei für einige Ämter kandidiert, ich habe auch schon einiges gemacht, ich war stellvertretender Pressesprecher auf Landesebene in Niedersachsen, ich war im Vorstand vom Regionsverband Hannover als Beisitzer, als erster Vorsitzender, aktuell auch wieder erster Vorsitzender in Hannover. Mir macht das auch noch Spaß und ich möchte gerne, dass wir da auch wieder ansetzen und weitermachen können. Mir wäre ganz wichtig als Punkt, den ich in dem Bufo, ich komme aus der Verwaltung in der Piratenpartei mit und ich möchte gerne den Basisentscheid mit nach vorne tragen, damit wir alle gemeinsam wieder Beschlüsse fassen können, denn das ist das, was im Moment mangelt. Es hat Einzelbeschlüsse gegeben, Einzelentscheidungen und dergleichen und das ist nicht tragbar, das ist nicht die Piratenpartei, die ich haben möchte. Deswegen möchte ich da ganz klar dran arbeiten. Ich kann mich auch inhaltlich ganz deutlich den Worten von Stefan Sekoer anschließen, die er gestern hier gesagt hat und das ist auch die Linie, die ich gerne mit ihm vertreten möchte in diesem Bundesvorstand. Bundesvorstand, ich möchte euch daher ganz herzlich um eure Stimme bitten, gebt mir die Möglichkeit, in diesem Vorstand gewählt zu werden, damit wir diese Arbeit aufnehmen können und auch das umsetzen können, was wir euch gerade gesagt haben. Eins möchte ich auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben, ergänzend zu allem anderen. Wer meint, dass Gewalt ein probates Mittel ist, Politik umzusetzen, der ist in dieser Partei falsch. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr das heute Morgen geschafft habt. Das ist für Piraten ja nicht einfach, morgens um zehn hier zu sitzen und schon so gut zuzuhören. Kommt zum Ende, bitte. Dankeschön. Dann komme ich zum Ende. Bitte gebt mir eure Stimme. Dankeschön. Gut, das Prozedere kennt ihr bereits. Wir stimmen jetzt ab, ob wir den Kandidaten befragen wollen. Bitte hebt die grünen Karten, wenn ihr das tun wollt, die orangefarbenen, wenn ihr das nicht wollt. Das ist mehrheitlich grün, das heißt, wir befragen den Kandidaten. Ich möchte bitten, alle, die Fragen stellen wollen, ans Mikrofon sich zu begeben und wir losen dann die Reihenfolge aus der ersten fünf. Wer möchte bitte mit laut erhobener grüner Karte zum Mikrofon laufen? Da ich keinen Laufen sehe, schließe ich jetzt hier mit die Rednerliste. Wie viel haben wir denn? Dann los mal. Gut, dann losen wir das nicht aus, sondern fangen direkt beim ersten an. Bitte sehr. Einen schönen guten Tag. Kannst oder willst du mir versprechen, im nächsten Jahr einen Basisentscheid auch online umzusetzen? Ich kann dir versprechen, dass ich mich bemühen werde, dies zu tun. Ob das umsetzbar ist, das wird die Technik entscheiden. Aber ich werde mich dahinter stellen. Gerne. Danke. Gerne. Hallo, du hast in der Rede gesagt, dass dich die Piratenpartei aus deiner politischen Inaktivität geweckt hat. Das klingt so, als wenn du vorher schon mal irgendwo politisch aktiv gewesen wärst. Stimmt das und was hast du so alles gemacht? Ich war ganz kurzfristig Mitglied in der SPD, aber inaktiv und ansonsten keine weiteren politischen Aktivitäten. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich finde, du bist für mich so ein Typ Seekor. Also ich glaube, dass ihr gut zusammenpasst und du sagst ja auch, du stimmst ihm zu. Welchen Mehrwert bietest du denn für mich dann im Bundesvorstand, wenn ich das Gefühl habe, du vertrittst das, was er tut? Wie kannst du denn da eine andere Note noch reinbringen? Ich vertrete mit Sicherheit nicht die Meinung von Stefan oder von Seekor, sondern ich vertrete die Meinung von uns allen und dann natürlich auch deine Meinung. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben uns da sehr einsetzen oder einbringen müssen, um auf einer Ebene kämpfen zu müssen, um das politische Umfeld weiterhin aktiv zu halten. das ist sehr, sehr schwierig, auch nach der Gesamtsituation in der Partei, weil uns die Aktiven natürlich weggebrochen sind, wie überall anders auch. Und ich setze mich halt dafür ein, dass es den Leuten wieder gefällt, Politik zu machen. Das ist das, was man glaube ich auch auf Bundesebene tun muss. Dass Politik wieder Spaß macht, dass die Leute Interesse haben, Politik zu machen. Morgen Karsten. Guten Morgen. Du hast gesagt, du möchtest ganz gerne die Basis wieder stärken. Das finde ich lobenswert. Meine Frage, wie möchtest du das umsetzen, besonders eben auf Arbeitsgruppen, Arbeitskreise und so weiter, denn da wird die meiste Arbeit, glaube ich, geleistet. Vollkommen richtig. Wir müssen die Arbeitsgemeinschaften und die Themenbereiche wieder in den Vordergrund stellen. Wir müssen sie fördern, dass es da den Leuten natürlich auch Spaß macht, interessante Arbeit zu leisten und Ergebnisse zu erbringen, weil auf diesen Ergebnissen fußt ja unsere weitere politische Arbeit. Und von da ist das für mich ein ganz wesentliches Thema. Dankeschön für die Frage. Wunderbar. Jetzt möchte ich euch fragen, ob wir den Kandidaten weiter befragen möchten. Die grüne Karte, wenn ihr das tun wollt, die orange, wenn ihr das nicht mehr. Das ist eindeutig nicht der Fall. Ich danke dir, Carsten. Dankeschön. Damit kommen wir zum nächsten Kandidaten. Dennis Plage, bitte auf die Bühne. Hallo. Ich habe, glaube ich, jetzt auf den letzten beiden Wahlparteitagen so viel geredet, dass ich euch eher die Gelegenheit geben möchte, mir mal Fragen zu stellen. Ansonsten, egal wie mir das jetzt ausgelegt wird, mir ist das persönlich wichtig. Ich möchte Andrea Vorländer, andere kennen Sie unter Geja Venn, die liegt jetzt gerade im Hospiz. Und ich möchte jetzt sagen, dass sie in den Gedanken und den Herzen vieler Piraten mit dabei ist, auch wenn sie nicht hier sein kann. Dennis, ganz kurz, da du dich gestern schon vorgestellt hast, möchte ich dir nochmal darauf hinweisen, dass du nur eine Minute hast. Ansonsten glaube ich, dass ich die Fähigkeit grundsätzlich habe für dieses Amt, aber dass ich euch natürlich überlasse, aber ja, große Lust hätte, bei einem Neuanfang dieses Team mit zu unterstützen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich wählt. Dankeschön. Die bekannte Frage, wollen wir ihn befragen? Bitte die grünen Karten, wenn ihr das tun wollt. Die orangefarbenen. Das ist keine eindeutige Mehrheit im Zweifelsfall, dann befragen wir ihn. Die Fragesteller mögen sich zum Mikrofon begeben. Wie Monopol so schön gerne sagt, bitte laufenden Schrittes mit einer grünen Karte zum Mikrofon. Wenn ich jetzt keinen weiteren sehe, dann schließe ich hier mit die Rednerliste. Es sind drei. Der erste möge beginnen. Ja, moin. Für ein Vorstandsamt finde ich die Vorstellung ein bisschen mager. Dazu kommt, dass du in der Flaschenpost auch kein Interview abgegeben hast. Hast du nichts zu sagen oder warum stehst du da? Also, ich finde die Art der Fragestellung ein bisschen merkwürdig. Das mit der Flaschenpost liegt ganz einfach daran, dass ich die Flaschenpost gut drei Wochen vor dem Parteitag, die gelegen oder von mir aus angeschrieben habe und angeboten habe, ein Interview mit denen zu machen. Darauf ist keine Reaktion gekommen. Mehr kann ich nicht tun. Und ja, ansonsten waren mir halt inhaltliche Sachen in der Partei wichtig. Da habe ich meine Person vielleicht nicht so nach vorne gestellt. Das mag sein. Ja, aber ansonsten überlasse ich das jedem selber, würde ich sagen. Nächste. Hast du in irgendeiner Form Vorstandserfahrung und hast du irgendwie Kontakt mit den bereits gewählten Vorständen aufgenommen? Kommst du mit denen klar? Also, ich habe zweimal im Landesvorstand Niedersachsen gearbeitet. Ansonsten habe ich mehrere Jahre, war ich Bundesbeauftragter des Bundesvorstandes und habe dort die Freie statt Angst vertreten. Kurze Zeit hatte ich beinahe auch noch mal eine zweite Bundesbeauftragung. Das ist allerdings nicht mehr zugekommen. Ansonsten, ja, die üblichen Versammlungsämter und sowas. Mit den übrigen Kandidaten verstehe ich mich sehr gut. Und ich glaube, auch was jetzt im Vorfeld von diesem Parteitag so lief, dass ich sagen kann, irgendwie, dass wir uns da sehr kollegial, meiner Meinung nach, ergänzen würden. Und ja, uns auch hier im Umfeld des Parteitags sehr positiv miteinander auch auseinandergesetzt haben. Nächste. Ja, hallo Dennis. Hallo. Ich glaube, vielen ist wirklich nicht klar geworden, was du tun möchtest. Und du wirst uns ja eventuell auch vertreten. Bitte stell doch mal dar, hast du ein Ziel für Europa, für die Welt oder für die Piratenpartei? Was ist das? Ich habe es noch nicht verstanden. Dankeschön. Also, mir ist es persönlich wichtig, nach innen zu wirken. Also, dass es gerade wieder ein allgemeingültiges Recht für alle gibt, irgendwie, dass Gerechtigkeit in dieser Partei herrscht, dass alle die gleichen Chancen haben, unabhängig welcher Richtung sie angehören, solange sie auf dem demokratischen Boden stehen und auch mit der Ablehnung von Gewalt kein Problem haben. Dazu wäre mir persönlich wichtig, also ich möchte eigentlich gerne auch die Unabhängigkeit dadurch darstellen, dass ich ein Expertengremium befördern möchte oder mich dafür einsetzen möchte, dass mit Experten eingesetzt ist. Wo dann auch entsprechende Sachkompetenz vertreten ist, wie jetzt irgendwie Mobbing-Experten, Kommunikationspsychologen, die innerparteilich halt dann auch ein bisschen, ja, unabhängig gewisse Konflikte beurteilen können. Und auch so den Bundesvorstand da ein bisschen entlasten und, ja, also, dass wir insgesamt zu einem konstruktiven Miteinander wiederkommen und da möchte ich mich gerne für einsetzen. Sehr, von ganzem Herzen, ja. Danke. Gut, wir hatten eben nur drei Redner, daher ist die Befragung jetzt beendet. Ich bedanke mich bei dir, dann kommen wir zum nächsten Kandidaten, das ist der Christoph Chanhin. Möge sich bitte zur Bühne begeben. Und der Bernd Schreiner kann sich dann schon mal bereithalten, er wäre dann der Nächste. So, ich erfahre gerade, der Christoph hat zurückgezogen, er kandidiert nicht für den stellvertretenden Vorsitz. Damit kommen wir zum letzten Kandidaten, dem Bernd Schreiner. Was ist das Wort? Guten Morgen, Piraten. Schön, dass ihr es auch hierher gefunden habt. Und ich hoffe, ihr habt gestern Abend auch einen Grund zum Feiern gehabt. Ich hatte den auf jeden Fall, wir Thüringer beraten, haben gestern unseren fünften Geburtstag gefeiert. Gestern vor fünf Jahren haben wir uns als letzten Landesverband der Beratenpartei Deutschland gegründet, damit wir auch in Thüringen die Politik ändern können und zur Bundestagswahl antreten. Wir, damals ganz normale Menschen, mit Beruf, mit Familie, waren genötigt, in die Politik zu gehen, weil einfach zu viel schief lief. Internetnutzer wurden pauschal kriminalisiert, Stoppschilder sollten das Internet sperren, Vorratsdatenspeicherung sollte alles überwachen. Das geht nicht. Seitdem mache ich für die Piraten eigentlich täglich Arbeit. Ich wurde damals im Landesvorstand gewählt. Ich war seitdem vier Amtsperioden im Landesvorstand, aktuell als Vorsitzender. Und ich würde gerne meine Erfahrungen, die ich in den fünf Jahren gesammelt habe, auf allen Ebenen in den neuen Vorstand mit einbringen. Ich denke, ich kann den Vorstand damit sehr gut ergänzen. Ich habe sehr viel Erfahrungen im Bereich der AG-Arbeit auf politischer Schiene. Wir haben jahrelang nicht nur das Programm aufgebaut, sondern auch viele Diskussionen rund um das Programm und die programmatische Erweiterung geführt. Wir sind eine Netzpartei. Das heißt aber nicht, dass wir eine Internetpartei sind, die sich darauf beschränkt. Denn wir sind die einzige politische Kraft, die wirklich Antworten hat auf die vielfältigen Veränderungen, die global passieren, aufgrund der weltweiten Vernetzung durchs Internet. Das betrifft die Wirtschaft, das betrifft auch die Sozialsysteme, das betrifft die Finanzwelt und vieles andere. Die Erfahrung würde ich da gerne mit einbringen, ebenso wie die Erfahrung im organisatorischen und im verwalterischen Bereich. Ich weiß nicht, ich bin derjenige, der sich um die Bundeswebsite kümmert. Ich mache so verschiedene andere Sachen. Ich bin Themenbeauftragter für Umwelt und ich denke, das Gremium könnte man damit sehr gut ergänzen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dafür eure Stimme gebt. Vielen Dank. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt wieder zur Frage, ob wir ihn befragen möchten, ob die Versammlung ihn befragen möchte. Bitte hebt die grünen Karten, wenn ihr das möchtet. Das ist eindeutig ja, das ist der Fall. Alle Redner, alle Fragesteller mögen sich jetzt bitte zum Mikrofon begeben. Eilen Schrittes mit erhobener grüner Karte. Damit schließe ich jetzt die Fragestellerliste. Wir haben acht. Wir losen sie jetzt aus. Augenblick. Die Nummer eins. Die Nummer vier. Die Nummer drei. Die Nummer sieben. Und die Nummer sechs. Gut, der erste Möge beginnt. Bernd, ich habe das Gefühl, wir bekommen einen zu freundlichen Vorstand jetzt. Mir fehlt die Schärfe, die ich von anderen Kandidaten erwartet hätte. Dabei scheint uns die Welt allmählich um die Ohren zu fliegen. Und wir laufen in einen Repressionsstaat hinaus, der durch die ganzen Netzgeschichten sehr befördert werden kann. Bist du in der Lage, Schärfe nach außen zu tragen? Ich denke, einerseits haben wir mit dem Vorsitzenden jemanden, der garantiert kürze, knappe und auch prägnante Statements nach außen abgeben kann. Und ich denke weiter, dass ich in der Lage bin, dass wir als Piraten insgesamt wieder mehr als Netzwerk funktionieren und nicht, ich sage gerne linear hierarchisch, wie es in den letzten Jahren eigentlich gerade auf Bundesebene eingetreten ist, agieren und alles von oben bestimmt wird im Hinterzimmer. Dass wir wirklich versuchen, dass die Piraten vor Ort wieder wesentlich aggressiver und angriffslustiger werden und ihre Kräfte auf den politischen Gegner und insbesondere auf die politischen Unmöglichkeiten, die eingeführt werden sollen, setzen. Und dass wir insgesamt das wieder zusammen machen, dass wir wahrnehmbar werden für das, was wir darstellen wollen. Der Nächste. Hallo Bernd, wie stehst denn du zum Thema Extremismus und Gewalt? Wir sind vor Jahren als politische Kraft angetreten. Wir haben das Grundgesetz hochgehalten und ich denke, politische Einflussnahme muss ohne Gewalt ablaufen. Da gibt es andere Methoden dafür. Wir sind keine Extremisten. Wir wollen Politik gestalten und wir wollen auch das Grundgesetz hochhalten. Der Nächste, bitte. Bernd, magst du noch ein bisschen ausführlicher sagen? Also Piraten stehen ja in erster Linie auch für Korruptionsbekämpfung und vor allem für Transparenz. Wie möchtest du das innerparteilich durchziehen? Und speziell bei Vorstandssitzungen, wo könnte es Ausnahmen geben für den Schutz gewisser Personen oder auch infolge des Gesetzes, wo man eventuell mal nicht öffentliche Vorstandssitzungen machen muss? Danke für die Frage. Das ist eindeutig. Vorstandssitzungen und alles, was den Vorstand und die Beratenpartei betrifft, muss nachvollziehbar sein für alle Mitglieder und am besten den Rest der Welt. Es gibt Ausnahmen und die Ausnahmen gehen immer da los, wo die Persönlichkeitsrechte der Einzelnen anfangen. Wenn der Vorstand über Dinge beschließen muss, die ein Mitglied speziell betreffen, ein namentlich zu nennendes Mitglied, dann darf das nicht veröffentlicht werden. Da geht der Schutz der Privatsphäre vor. Alles andere muss raus aus den Hinterzimmern und auch da hat momentan die Piratenpartei in den letzten Wochen und Monaten eigentlich keine Glanznummer abgeliefert. Guten Morgen. Guten Morgen, Fredo. Bernd, du machst ja seit langer Zeit schon bei den Piraten wahnsinnig viele Sachen. Und jetzt kommt noch der Wahlkampf dazu in Thüringen. Hast du das Gefühl, du müsstest dann irgendwas, was du jetzt machst, zurückschrauben und wenn ja, was wäre das, wenn du gewählt würdest? Also was ich momentan zurückschraube, ist meine normale professionelle Arbeit. Dafür mache ich deutlich weniger als für die Piraten. Das ist richtig. Ich bin Vorsitzender in Thüringen. Ich habe auch mit meinen Mitvorständen das Ganze besprochen. Wir funktionieren sehr gut. Das ist alles sehr gut organisiert. Wir haben hier Hilfe von auswärts jetzt auch organisiert. Ihr habt vielleicht gestern den Infostand von Nemo gesehen, der sich da ganz stark darum bemüht, dass es geht. Ich denke, ich habe mit der Bundeswebsite, X-Voice sitzt da und die zwei Mädels, ein sehr, sehr gutes Team, das hier den Ticker liefert. Auch da läuft alles sehr schön, sehr rund. Und ich kann mich auf die Leute verlassen. Auch im Themenbeauftragtenbereich läuft es sehr gut. Ich weiß, wie man Arbeiten delegiert. Ich weiß, wie man Leute mit einbindet. Und ich freue mich, wenn wir das wieder viel, viel stärker auf breite Basis stellen können, auf Bundesebene. Hallo Bernd, in den letzten Tagen hattest du geschrieben, dass du deine Kandidatur zurückziehst. Und gestern Abend war es noch unklar, ob du antrittst. Kannst du uns da gerade sagen, was da los war, wie es dazu kam und dann anschließend noch, ob du jetzt denn fest entschlossen bist? Ja, kann ich. Ich habe die letzten Wochen wahrgenommen, dass sich die Fronten der Extremen verhärten und auch verstärken. Ich war in Erwartung hierher gekommen und deswegen hatte ich am Mittwoch auch getwittert, dass sich eins vor zurückzieht, dass sich dieses Verhältnis auch im Bundesvorstand abbilden wird und dass man da dann in vier, sechs, acht Wochen mit entsprechenden Spannungen zu rechnen hat. Wenn ich dann als erster Vorsitzender gewählt geworden wäre und gleichzeitig als Kandidat in Thüringen Wahlkampf machen soll, hätte ich eigentlich die Arbeit der ganzen vielen Wahlkämpfer in Thüringen gefährdet und das wollte ich nicht. Da ist es sinnvoll, die Kandidatur zurückzuziehen. Durch die Entwicklungen gestern hier und eigentlich das eindeutige Zeichen, dass die Partei einen Weg gehen will, den auch ich gehen will, denke ich, können wir die Kombination jetzt zwischen Bundesvorstand und dem Wahlkampf in Thüringen optimal nutzen, sodass wir auch bei den Landtagswahlen in den drei Bundesländern positiv damit auftreten können und den Wahlkampf befördern. Ich glaube, für uns Beraten ist nichts wichtiger, als dass wir demnächst wieder Wahlerfolge einfahren und ich hoffe, das schaffen wir bei einer Landtagswahl. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle mithelfen könntet. Gut, die ersten fünf haben ihre Frage stellen dürfen. Ich möchte euch jetzt fragen, ob wir damit fortfahren. Wenn ihr das möchtet, hebt bitte die grüne Karte, die orange verbne, wenn ihr denkt, ist es gut. Das ist nicht eindeutig, daher fahren wir fort mit der Befragung. Jeder, der eine Frage stellen möchte, möge sich jetzt bitte angemessenen Schrittes zum Mikrofon begeben. Ich sehe jetzt keinen mal laufen, deswegen schließe ich jetzt die Fragestellerliste. Ich nehme an, es sind vier. Gut, damit verzichten wir aufs Auslosen und beginnen direkt mit der ersten. Guten Morgen, Bernd. Guten Morgen. Ich finde das, was du inhaltlich sagst, gut. Du trägst es aber mit einer Leidenschaftslosigkeit vor, dass ich mir vorstelle, wenn du in einer Elefantenrunde sitzen musst, um Seekor zu vertreten, dass ich nicht weiß, ob du in der Lage bist, den Leuten dazwischen zu grätschen und unsere Position mit so viel Herzblut vorzutragen, dass der Mensch, der auf der anderen Seite des Fernsehers sitzt, auch versteht, was wir wollen. Glaubst du, du kannst das irgendwie noch ein bisschen mit mehr Power machen oder muss ich mich jetzt ein Jahr lang darauf verlassen, dass jemand anders das besser rüberbringt? Ich würde mich freuen, wenn wir wieder zu solchen Runden überhaupt eingeladen werden würden, um sowas zu vertreten. Als erstes. Damit es eintritt, müssen wir viel arbeiten. Ich bin mir auch sicher, dass Seekor das tun wird. Und ich bin mir auch sicher, wenn ich nicht so viel feiere in der Nacht, stehe ich mit mehr Energie irgendwie in solchen Runden zur Verfügung. Ja, lieber Bernd, guten Morgen. Vielen Dank, dass du dich zur Verfügung stellst. Ich finde das großartig und auch das erschien mir plausibel, was du gerade gesagt hast zu deinem Rückzug und dann wieder doch antreten. Die Frage wäre tatsächlich, geht es so ein bisschen in die Richtung, die Chrissy vertritt. Wie weit bist du bereit zu gehen, wenn es darum geht, auch mal einen politischen Standpunkt auf einer öffentlichen Runde rauszuhauen, wo du alleine bist, der so ein bisschen vielleicht erwarten lässt oder zwingt zu erwarten, dass man über die Parteiposition ein Stück weit hinausgeht? Bist du fähig zum Alleingang? Ja, ich bin fähig zum Alleingang. Allerdings ist dieser Alleingang meistens innerhalb von den Leitplanken, von dem, was wir eigentlich gemeinsam beschlossen haben, programmatisch. Ich habe da auch Erfahrung. Ich war schon vor der Fernsehkamera gestanden. Ich bin ja zum zweiten Mal Landesvorsitzender. Ich war auch zu der Zeit, wo wir die Berliner Erfolge eingefahren haben, Landesvorsitzender. Ich habe auch Bernd Schlömer bei verschiedenen Diskussionen schon mal vertreten. Ich war mit Leuten in Berlin in Podien zusammengesessen und habe interessante Diskussionen geführt. Ja, ich grätsche nicht brutal dazwischen, aber ich ergreife das Wort, wenn es mir sehr sinnvoll erscheint. Und dann kann ich meistens auch punkten. Ja, meine Frage bezieht sich auf den Orga-Streik. Und zwar, warst du Teil dessen? Und als zweite Frage, wie stehst du zu dem Konflikt, der daraus entsteht? Nämlich, dass wir einerseits politisch die Neutralität der Netze fordern und andererseits innerparteilich genau das Gegenteil erleben. Nämlich, dass politische Inhalte durch die Leute, die die Netze beherrschen, durchgedrückt werden. Ja, danke für die Frage. Der Orga-Streik, der hat viel Wirbel in die Partei gebracht. Und ich glaube, das war auch ein bisschen der Sinn, darüber nachzudenken. Ich stand als Unterzeichner drunter. Und ich bedanke mich auch heute noch dafür, dass Sie mich dazu gezogen haben. Ich bin der Beauftragte für die Bundeswebsite Piratenpartei.de und habe mich sehr gefreut, dass Sie mich frühzeitig informiert haben, dass Sie da was tun wollen. Mein primärer Beitrag zum Orga-Streik war, dass ich eingebracht habe, was auch keine Diskussionen groß hervorrief, dass die Piratenpartei-Webseite online bleibt und nicht runtergefahren wird. Und ich habe den Aufruf mit unterzeichnet, da ich wahrgenommen habe, dass die Leute sich ernsthaft Gedanken machen und auch ernsthaft diskutiert haben, dass das ein ganz, ganz weiter Schritt ist und ein kritischer Schritt ist, als Admin einfach die Server abzuschalten. Und ich sehe das Problem. Ich sehe aber auch, dass Sie das Problem bedacht haben und einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben. Die Situation war ja insgesamt wesentlich größer und verfahrener. Das war ja nicht ein Ereignis mit dem Flaggen-Ding, Flaggen-Gate und auch nicht ein Ereignis-Orga-Streik, sondern es ging ja schon lange vor Weihnachten los. Und das waren eigentlich die Endpunkte einer Entwicklung. Und ich hoffe, wir gehen in Zukunft zusammen einen anderen Weg und versuchen wirklich politische Dinge zu ändern und dass wir auf solche Methoden verzichten können. Morgen Bernd. Du hast in den letzten fünf Jahren viel geleistet in unterschiedlichen Funktionen, Parallel, Vorstandsamt, Beauftragung. Du warst bei der Marina Kassel aktiv. Jetzt würde mich mal interessieren, was können wir tun, dich in den nächsten zwölf Monaten mit dem Team des Bundesvorstandes zu unterstützen. Wie können wir mal was für dich tun und das zurückgeben, was du in den letzten fünf Jahren für uns getan hast? Ja, also vielen Dank. Ich bin relativ bescheiden. Ich würde mich freuen, wenn wir mal zusammen in einem Geist festfeiern würden. Ihr kennt vielleicht den Hashtag ADW, Arsch der Welt. Das ist so die Gegend, wo ich lebe. Irgendwie relativ zentral, aber umso näher man kommt, umso länger braucht man, um anzukommen. Und ich würde mich freuen, wenn da viele mal vorbeikämen und wir da ein großes Fest miteinander feiern könnten, vielleicht über mehrere Tage mit einem Zelt, mit Feuer und dass wir alle zusammen mal so viel Spaß haben, wie wir ihn gestern Abend gehabt haben und nicht unbedingt dann am nächsten Tag wählen müssen und früh aufstehen. Gut, ich danke dir. Die Rednerliste war schon geschlossen. Ich denke mal, gut. Danke, Bernd. Dann habe ich ein paar Durchsagen zu machen. Und zwar, der VL sucht einen Kinderbetreuer. Also, wer sich darüber weiter erklären würde... Nein, meine. Ach, deinen, okay. Wir haben aber noch einige Gewinner, bevor wir zum Wahlgang kommen. Das sind eine ganze Menge. Ich lese jetzt einfach mal vor. Wenn ich zu schnell bin, sagt es mir. 26339, 26347, 26365, 26269, 26169, 26089, ich bin ungefähr bei der Hälfte. Kommt noch was? 25461, 25705, die 25946, die 26115, 25673 und 25844. Also, ich finde es fantastisch, dass wir überhaupt noch abstimmungsfähig sind nach dieser Liste hier. Okay. Wir hatten jetzt eben in der Frageliste vier, aber normalerweise wäre dann, weil keine fünf mehr zustande gekommen sind, aber wir machen es trotzdem. Wir fragen jetzt noch mal die Runde. Wollt ihr dem Bernd doch noch ein, zwei Fragen stellen? Ja oder nein? Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Tut mir leid. Hallo, der Bastian Grundmann, kann er bitte zur Bühne kommen? Wir brauchen ihn jetzt gleich hier. Danke. Michael nimmt es mir aus dem Munde. So, dann ist jetzt der Michel dran. Genau so sieht es aus. Michel, übernimm bitte. Ein GO-Antrag. Ein GO-Antrag. GO-Antrag. Ich beantrage, dass Mirko da Silva, obwohl er jetzt nicht geredet hat, trotzdem wählbar ist. Ich nehme an, alle erinnern sich noch gut, was er gestern gesagt hat. Außerdem vorsorgliche Gedenkminute für den Fall, dass ihm was zugestoßen sein sollte. Dankeschön. Wir klären das ganz kurz. Noch einmal zur Klarstellung. Mirko da Silva hat sich es eben nicht vorgestellt, weil er nicht anwesend ist, aber er steht auf der Liste. Also er hat nicht zurückgezogen. Das heißt, er wird nachher auf dem Wahlzettel stehen und könnt ihn noch wählen. Hier haben wir noch auf der Liste. Ach nee, Leute. Stopp. Wir ändern jetzt noch ganz kurz die Reihenfolge und zwar in der Reihenfolge, wie die Kandidaten eben aufgetreten sind. Das soll das etwas strukturiert hier. Noch einen Augenblick Geduld. Gleich kommt das Beamer-Bild. Die Technik, die Technik. Eine Durchsage, die Janina, die möchte sich bitte hier vorne am Frontoffice melden. So. Jetzt seht ihr auf der Beamer das richtige Bild. Das heißt, die richtige Reihenfolge mit den Leuten durchgestrichen, die zurückgezogen haben. Und ich möchte jetzt an den Michel übergeben, der die Wahl durchführt. Ja, ich möchte ein, zwei Dinge vorher zu den Wahlen und Wahlgängen auch gestern sagen, bevor wir zu dem jetzigen Wahlgang kommen. Erste Sache, und ich teile das nur aus Informationsgründen mit und um euch vielleicht ein bisschen zu belustigen. Es wurde mehrfach kolportiert, die Wahlleitung würde sich hemmungslos betrinken während ihres Dienstes. Punkt 1. Ich habe, bis die Versammlung unterbrochen wurde, nicht einen Tropfen Alkohol angerührt. Das möchte ich nur kurz klarstellen. Und selbst wenn, möchte ich das mit den Worten von einem SPD-Lokalpolitiker sagen, nachdem das Rathaus angegriffen wurde und der NRW-Innenminister sagte, schwer alkoholisierte Politiker hätten die Polizeiarbeit gestört, nach zwei, drei Bier bin ich immer noch zurechnungsfähig. Aber davon ab. Zweiter Hinweis. Das Wahllokal 21 wurde uns gestern gemeldet. Da gäbe es Unregelmäßigkeiten. Wir haben diese Nachzähltische extra eingerichtet, um solche Sachen zu überprüfen. Wir haben nach dem Hinweis das Wahllokal 21 in allen Wahlgängen nochmal nachgezählt. Dabei wurde im Wahlgang 2 beim Schatzmeister ein, in Worten ein, vorher als ungültig gezählter Wahlzettel, für gültig erklärt und damit die Zahl der gültigen Stimmzettel von 31 auf 32 erhöht. Da das ein Lehrerzettel war, also eine Ablehnung aller Kandidaten, bleiben die Stimmen pro Wahloption gleich und das effektive Ergebnis bleibt unbeeinflusst. Auch das zu eurer Information. Wenn ihr dazu was sagen wollt, bitte ans Frontoffice. Ich höre euch hier sowieso nicht. Tut mir leid. Überhaupt noch ein Satz ganz kurz zu den Nachzählungen. Wir nehmen stichprobenartig Wahlurnen raus. Das haben wir vorher so angekündigt. Das passiert zufällig oder wenn jemand eine Wahlurne meldet. Nochmal an die Wahlhelfer, um das ganz klar zu sagen, das ist kein Misstrauensausdruck gegenüber euch, sondern wir haben das vorher angekündigt. Wir wollen das so halten. Einfach, weil es Leute gibt, die sagen, das Vier-Augen-Prinzip sei nicht genug, dann machen wir eben acht Augen draus und dann sind die auch zufrieden. Wir misstrauen euch da nicht. Das ist einfach nur eine Stichprobe. Alles gut. Wir haben für den jetzigen Wahlgang acht Kandidierende gehabt. Davon haben drei zurückgezogen. Ihr seht das auf dem Beamer. Das da ist die Reihenfolge, wie ihr auch auf dem Stimmzettel wählen könnt. Das heißt, wir verändern die Reihenfolge nicht, das haben wir gestern auch so gemacht, sondern wir lassen den Kandidaten, der zurückgezogen hat, drauf. Wählt ihr oder macht ihr ein Kreuz bei Martin Kliem, bei Wolf-Mayim Weidner oder bei Christopher Schernhin, ist diese Wahl, dieses Kreuz ungültig. Nicht der Wahlzettel, das habe ich gestern ja schon mal gesagt, ich wiederhole das nochmal, nicht der Wahlzettel ist ungültig, sondern dieses Kreuz werden wir einfach nicht zählen. Wir werden, und das ging auch gerade nochmal an alle Wahlhelfer, weil es gestern ein bisschen Verwirrung mit Wahlgang vier oder fünf und Stimmzettel vier oder fünf, wir werden den Stimmzettel Nummer sechs benutzen. Der ist hellgrau. Diesen hellgrauen Stimmzettel Nummer sechs benutzen wir. Auch wenn das der fünfte Wahlgang ist, Stimmzettel sechs. Ich bitte alle Wahlhelfer und euch auch darauf zu achten, dass jetzt alle Felder von eins bis sechs auf eurer Karte abgekreuzt sind, wenn ihr diesen Zettel in die Urne schmeißt. Damit wir keine Verwirrung mehr haben, das ist der sechste Wahlzettel, es wird abgekreuzt, dass ihr den sechsten Wahlzettel in die Urne geschmissen habt. Und dementsprechend müssen bitte alle sechs abgekreuzt werden, von eins bis sechs alle Kästchen. Ah, okay, natürlich, klar, auf dem grünen Stimmzettel wird abgekreuzt. Ja? Kommt jetzt. Ja, abgekreuzt wird von den Wahlhelfern, auch das soll ich nochmal sagen. Da haben Leute gestern auf diesem Zettel ihr Kreuze gemacht. Das ist nicht der Zettel, wo ihr Kreuze macht. Ihr macht bitte auf dem grauen Wahlzettel eure Kreuze, nicht auf dem grünen Stimmzettel. Weiter geht's. Einen kurzen Augenblick, eine Frage? Nee, keine Frage, wir haben zu wenig Wahlhelfer an den Ohren. Die Urne 22 ist nicht voll besetzt und ich weiß nicht, wie es beieinander aussieht. Kann es jemand mit Urne 22 für mal bitten? Gut, ich mache noch weiter. Auch für diejenigen, die gestern nicht da waren. Wer geheim wählen möchte, ich weiß, ihr habt alle schon gewählt, ich sehe diese Schlangen, aber wer geheim wählen möchte, ihr habt die Chance. Da links und da außen rechts stehen Wahlkabinen für eine geheime Wahl zur Wahl. Bitte macht gleich Platz für die Wanderurne. Die marschiert dann gleich los, vor allen Dingen da am Rand. Die steht schon da, alles gut, muss ich das nicht mehr sagen. Dann habe ich ein letztes, nämlich zum Falten der Stimmzettel. Auch das erkläre ich nochmal für diejenigen, die gestern nicht da waren. Bitte faltet den Stimmzettel hochkant, aber faltet ihn so, dass man oben die Stimmzettelnummer noch lesen kann. Nur dann lassen die Wahlhelfer euren Zettel in die Urne rein. Achtet darauf, dass ihr mit euren Schwitzefingern nicht Wahlzettel 7 mit umknickt. Das heißt, der nächste Zettel, den ihr sehen müsst, wenn ihr den abgerissen habt, hier den 6er, das ist der 7er, der ist orange. Den grauen Zettel abreißen. So, damit habe ich, glaube ich, alles gesagt. Ich hole mir noch das OK von meinen Leuten und dann kann es gleich losgehen. Also, ganz kurz zur Info, warum ihr so lange wartet. Ich habe gerade die Ansage bekommen, an einer Wahlurne haben die Wahlhelfer kurzfristig den Dienst quittiert. Das müssen wir eben klären. Perfekt. Ich habe das Go von allen Urnen jetzt bekommen. Die sind alle besetzt. Jetzt bitte alle, Stopp, Moment, Moment, noch nicht die Urnen hochheben. Bitte einmal alle Wahlhelfer die Hände hoch. Ihr kennt das von gestern. Gibt es gegen diese Wahlhelfer Einspruch oder Widerspruch? Dann möge er jetzt laut auf mich zuschreiend kommen, kommen, zuschreien. Das sehe ich nicht. Perfekt. Ihr seid hiermit alle zu Wahlhelfern ernannt. Jetzt bitte einmal die leeren Urnen zeigen. Der Herr Wahlleiter hat sich vom ordnungsgemäßen Zustand aller Wahlurnen persönlich bestätigt. Persönlich. Mir fehlt das Verb. Alles klar, perfekt. Ich bedanke mich, mache die Wahlurnen bitte wieder zu, stellt sie hin und dann eröffne ich jetzt den Wahlgang zum stellvertretenden Vorsitz. Noch ein Hinweis. Wir wählen eine Person. Auch wenn das gerade auf dem BIMA-Bild noch immer noch falsch steht. Das sind nicht die mehreren stellvertretenden Vorsitzenden, sondern das ist Femininum. Wir wählen eine Person. So, wir machen das wie gestern mit ein bisschen Übersicht. Ich sage euch, da drüben ist eine Urne extrem leer. Hier vorne sind Schlangen. Geht auch nach außen. Wir haben leider vier Urnen rausnehmen müssen. Das heißt, das wird jetzt ein bisschen länger dauern als gestern bei gleicher Personenzahl. Auch da außen kann ich nur sagen, da hinten, die Urne ist komplett leer. Und weil ich darum gebeten wurde, es nochmal zu sagen, für diejenigen, die noch nicht ihren Wahlzettel eingeschmissen haben, obwohl ich es schon zehnmal erklärt habe, wir wählen nur eine Person. Heißt, am Ende hat eine Person gewonnen. Nicht, ihr macht nur ein Kreuz. Allerdings habe ich so viele von euch schon in den Schlangen gesehen. Ich glaube, ihr habt das alle verstanden. Ich halte euch dafür schlau genug. Nochmal das mit der Übersicht hier in der Mitte. Die Urne ist komplett frei. Da außen die Urne komplett frei. Ihr müsst nirgendwo lange anstehen. Da hinten winkt eine Urne. Ist auch komplett frei. Die Orga-Urne ist auf dem Rückweg. Das heißt, das ist jetzt der vorletzte Wahlaufruf. Wer jetzt noch nicht gewählt hat, geht bitte zur Urne. In Ruhe und wählt. Gut. Letzter Aufruf zur Wahl. Wer jetzt noch nicht gewählt hat, rennt bitte schreiend auf eine Urne zu, damit ich ihn sehen kann. Da drüben winkt noch jemand. Da winkt noch jemand. Ich warte noch kurz. Ich habe das okay von all meinen Bereichsleitern. Das heißt, ich schließe hiermit die Wahl. Aber jetzt darf kein Wahlzettel mehr in eine Urne eingeworfen werden. Und wir beginnen mit der Auszählung. Meine Damen und Herren, liebe Piraten. Wie die meisten von euch wissen, hat die Ursula Bub-Hiltscher auf dem letzten Parteitag eine kleine Dokumentation über die Arbeit der VL, des Frontoffice, Backoffice und allen Leuten, die daran beteiligt gewesen sind, durchgeführt. Deshalb würde ich jetzt gerne die Ursula bitten, doch aufs Podium zu kommen. Da. Das ist Ursula. Sie stellt euch das kurz vor. Und dann werden wir einen Teil des Filmes in der Auszählpause zeigen. Danke, Mike. Liebe Piratinnen und Piraten, ich habe jetzt die Freude und auch die Ehre, euch ein Projekt vorzustellen, das in Bremen entstanden ist, als wir nämlich eine kleine Dokumentation, ein kleiner Trupp von engagierten Filmleuten aus der Piratenpartei, eine Dokumentation über die Wahl damals gedreht haben. Und als wir die drehten, da ging es mir so, dass ich erst gemerkt habe, was eigentlich für eine irre Arbeit von wie vielen Menschen hinter der Organisation eines solchen Parteitages steckt. Und ich fand, dass die immer ein bisschen zu wenig gesehen werden. Am Ende kriegen sie zwar ihren kurzen Applaus, aber man sieht sie nicht mit Gesicht, sie drücken sich nicht aus. Und dem wollten wir dann einen Ausdruck geben und haben beim letzten Bundesparteitag unterstützt, vom letzten Bufo, eine Dokumentation mit drei Teams, übrigens eine Kooperation zwischen Berlin und NRW, das nun nebenbei produziert. Und das Ergebnis, das möchten wir euch jetzt gerne zeigen. Besonders aber will ich der Gerlinde Schröhn, die ganz viel Kamera gemacht hat und mit mir den Film zusammen geschnitten hat, danken. Und dem Mirko Bramann, der bis eigentlich vorgestern die letzten Korrekturen gemacht hat. Die meisten Menschen wissen ja nicht, was es bedeutet, so eine richtige Filmdokumentation zu produzieren. Ich hoffe, ihr werdet mit dem Ergebnis zufrieden sein und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich wünsche mir, dass das Licht ein bisschen gedimmt wird, damit ihr auf der Videowand auch was sehen könnt. Also, habt Spaß. So, wenn euch das gefallen hat, dann möchte ich darauf hinweisen, dass es nur der erste Teil war. Es gibt nachher nämlich noch einen und der ist genauso lang. Das wird bestimmt genauso interessant, wie das jetzt eben. So, jetzt möchte ich den Wahlleiter mal auf die Bühne bitten, weil ich habe gehört, wir haben ein Ergebnis. Nein? Noch kein Ergebnis. Okay, dann warten wir noch zwei, drei Minuten. So, die Sabine Martini, bitte mal zur Bühne. Die Sabine Martini, bitte zur Bühne. Wo ist sie? Ich sehe sie kommen. Die Sabine Martini möchte euch jetzt noch mal zwei Minuten, bis das Ergebnis bekannt geben, bis es feststeht, noch einmal ein klein wenig über die Kommunikationskultur erzählen. Sabine, du hast das Wort. Darf ich euch noch mal stören in eurer jetzigen Kommunikation? Es ist mir eins ganz wichtig, uns euch das für dieses Jahr mitzugeben. Bei manchen klingt es so, als hätte es Verlierer gegeben und als hätte es Gewinner gegeben, halte ich für sehr seltsam. Manche meinen auch, sie müssten jetzt nachtreten. Andere meinen, sie müssten frohlocken, weil sie die Gewinner sind. Entschuldigung, ich bin mit dem Dauerlauf hierher gedüst. Ich bin etwas aus der Brüste. Was wir jetzt brauchen, ist Hände reichen, Vergangenes endlich vergangen sein lassen. Es sei denn, es gibt irgendetwas, was wirklich aufgearbeitet werden muss. Aber wir sollten uns darauf besinnen, dass wir eine Chance haben, endlich wieder politisch zu arbeiten, nach außen. Wenn wir irgendetwas nicht immer nur für diese Partei, das ist ja kein Selbstzweck, sondern für die Menschen in diesem Land und in Europa tun wollen, dann ist das. Reißt euch verdammt nochmal alle am sogenannten Riemen und besinnt euch auf politische Arbeit nach außen. Da ist verdammt viel zu tun. Ich sehe ja in eurer Reaktion, dass ich dazu eigentlich nichts mehr sagen muss. Bitte vergesst es nur nicht. Und es wäre auch schön, wenn dieses manchmal unbewusste Zündeln, weil einem gerade was verquersetzt, unterbliebe, wenn manche auch ab und zu mal die Finger stillhalten könnten und nicht auf alles spontan reagieren würden, weil es meistens schief geht. Twitter ist kein Parteiorgan. Und wir haben was Besseres zu tun, als auf jeden Scheiß auf Twitter zu reagieren. Ich danke euch. Das war's. Danke, Sabine. So, ich möchte euch jetzt ankündigen, dass jetzt die Versammlungsleitung, ich übergebe gleich an den Michel, an den Liebenswerten, er zuckt schon. Währenddessen wird die Versammlungsleitung wechseln an den Sven. Du hast das Wort. Ah, jetzt höre ich das Wort. Ihr habt das Ergebnis alle gehört. Kann der Gewinner bitte zur Bühne kommen? Nein. Ja, erstens, Frau Martini, ich muss Ihnen natürlich rügen, wegen der zwei unparlamentarischen Ausdrücke, verdammt und scheiße, das sagt man hier nicht. Wir haben einen Gewinner. 811 gültige und nur drei ungültige Stimmzettel. Finde ich sehr gut. Auf Platz 5 mit 13,07 Prozent ist Dennis Plagge. Auf Platz 4 mit 13,32 Prozent Mirko da Silva. Auf Platz 3 mit 14,55 Prozent Christian Hufgaard. Ihr dürft jetzt die Foliennummer eintippen, die ihr habt. Das Tool hat es gemacht. Ihr seht das Ergebnis. Auf Platz 2 Bernd Schreiner 50,92 Prozent. Und stellvertretender Vorsitzender ist Carsten Saubosch mit 58,69 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Karsten, magst du bitte zur Bühne kommen? Ah, da kommt er schon. Übrigens, Licht ausmachen während eines Wahlgangs, das kriegen auch nur wir Piraten hierhin. Nimmst du die Wahl an? Dankeschön, ich nehme die Wahl an. Ja, wenn er die Wahl annimmt, dann haben wir jetzt natürlich ein kleines Formalfuh-Problem, wie üblich. Er ist noch bekanntlicherweise oder unbekannterweise für verschiedene noch erster Vorsitzender in Hannover. Und wir müssten da kurz eine Entscheidung haben, ob er dann beide Ämter gleichzeitig ausüben darf bis zum nächsten Parteitag. Bitte jetzt abstimmen. Ich stelle fest, dass das überwiegend und mit ganz klarer Mehrheit grün ist. Dementsprechend passt das. Vielen, vielen Dank. Und die Worte von Sabine, die nehme ich persönlich sehr, sehr gerne mit. Dankeschön. Danke, Carsten. Dann kämen wir nach dem Top 6.5 jetzt zum Top 6.6 Wahl des stellvertretenden Generalsekretärs und ich gebe dem Michel das Wort. Ich schließe dann jetzt die Kandidatenliste zur Wahl des stellvertretenden Generalsekretärs und wir losen die Reihenfolge aus. Also, falls es Zweifel gibt, wir reden jetzt über den stellvertretenden Generalsekretär. Es gab jetzt hier keine kleine Verwirrung, aber es ist das Amt des stellvertretenden Generalsekretärs. Da wir ja auch auf Bundesparteitagen uns immer um Gender-Balanced-Posten hier bemühen, haben wir jetzt nicht nur eine Glücksfee dieses Mal, sondern wir werden assistiert von einem Glücksgnom. Glücksgnom. Losgnom. Vorher mache ich noch eine Durchsage, auch da wieder, damit ihr über alles im Bilde seid. Wir haben gerade nach einem Hinweis festgestellt, dass bei der Erfassung des Ergebnisses von Urne Nummer 10 im ersten Wahlgang, also zum ersten Vorsitzenden, die Zahlen für Kandidat 3 und Kandidat 4 vertauscht wurden. Das eine waren 24 Stimmen und das andere waren 0 Stimmen. Die 24 Stimmen, die waren eigentlich für Stefan Körner. Das haben wir jetzt korrigiert. Das effektive Ergebnis bleibt, wie vorhin auch, unbeeinflusst. Nur die Prozentszahl bei Stefan Körner geht etwas hoch und die Prozentszahl bei dem anderen geht etwas runter. Wir haben es auch schon im Wiki dokumentiert, wer das gleich nachlesen will. Also als erstes stellt sich vor, Bernhard Smollert. Ich muss die schneiden, hallo? Ich kann ja nicht verfühlen, dass sie so klein wird. So, Michael Ebner ist der Zweite. Als dritte Simone Wagner. Als vierter Marcel Rischel. Als fünfter Ralf Hornig. Als sechster stellt sich vor Mark Huger. Als siebter Babak Tubis. Als achter stellt sich vor Simon Lange. Und als neunter und letzter stellt sich vor Gero Kühn. Ich teile dem Wahlleiter mit, dass Babak Tubis zurückgezogen hat. Dementsprechend rücken dann die anderen vor. Also, zurückgezogen haben in folgende Reihenfolge. Nein, wir haben die Meldung, also dass Babak Tubis und Gero Kühn beide ihre Kandidatur zurückziehen. Gut, dann würden wir zur Kandidatenvorstellung kommen. Als erster wäre dann ausgelost Bernhard Smollert dran, bitte. Du hast, wie alle Kandidaten, drei Minuten Zeit zur Vorstellung. Es steht 1,14. Geht's los? So, liebe Piraten. Ich bin Bernhard Smollert aus Bonn und einer dieser alten Piraten, von denen man immer hört. Bisher habe ich immer alles gemacht, was eben notwendig war, um aus der Piratenpartei eine echte Partei zu machen. Für den stellvertretenden Genseck trete ich an, weil ich denke, dass wir die Demokratie, die wir für Europa, Deutschland und alle Regionen fordern, auch selber vorleben sollten. Aktuell ist das ja so, dass die BBT selten sind und das Ergebnis von dem Ort, an dem dieser stattfindet, beeinflusst wird. Jetzt haben wir den Basisentscheid beschlossen und das ist auch gut so. Jedoch sollte dieser auch zügig umgesetzt werden. Zügig ist in dem Fall jedoch nicht so einfach, da dies ein größeres Projekt ist und wir ja recht einspruchsvoll sind, was die technische Umsetzung angeht. Darin möchte ich mich engagieren und schlage auch vor, eine Zwischenstufe, nämlich das Piratenparlament, zu etablieren. Die Diskussion möchte ich dann hiermit einleiten und eröffnen. Das ist kein Delegiertensystem, sondern es sollen die 299 Bundestagswahlkreise jeweils eine Stimme erhalten, so dass eine Gleichverteilung über Deutschland auch damit eröffnet wäre, gesichert wäre. Dies würde der innerparteilichen Demokratie echte Substanz verleihen. Das als Stufe hin zum Beo ist sinnvoll und auch um den Beo von wenigen und aktiven Piraten testen zu lassen. Ein erster Vorschlag ist, dass das Parlament Positionspapiere abstimmen darf und Julia in Europa Vorschläge für ihre Abstimmungen geben könnte. Weiterhin möchte ich dafür eintreten, den Bufo deutlich zu erweitern und die Themenbeauftragten zu stärken. Wie dies geschehen soll, wäre noch zu diskutieren. Da bin ich auch auf eure Vorschläge gespannt. Ich bin Sozialliberal. Das kann ich so locker sagen, da wir das in Nordrhein-Westfalen beschlossen haben. Und ich stehe dazu. Die Definition möge jeder Interessierte im NRW-Wiki bitte nachschauen. Ich stehe für eine unaufgeregte Arbeitsweise, die die Piratenpartei konkret weiterentwickelt und Projekte abschließt. So, ehrlich gesagt muss ich noch sagen, dass ich ab nächster Woche erst mal für fünf Wochen im Urlaub bin und darum mein Amt dann erst danach antreten könnte. Darum habe ich auch nichts dagegen, wenn ihr mich zum zweiten stellvertretenden Genseck wählt, für den ich auch kandidiere. Vielen Dank. Danke dem Kandidaten. Dann kommt die übliche Befragung. Liebe Versammlung, wollt ihr den Kandidaten befragen? Ja oder nein? Ich würde dann auch die Technik bitten, etwas Licht in den Raum zu geben, weil es ist etwas dunkel im Moment. Das ist ein Nein. Also klar für uns ersichtlich Nein. Dementsprechend danke ich dem Kandidaten für die Vorstellung und würde dann den Michel Ebner als nächsten Kandidaten zur Vorstellung bitten. Der Michel hat sich schon mal vorgestellt. Dementsprechend hat er eine Minute zur Verfügung. Bitte. Ja, wie gerade gesagt worden ist, ich habe mich gestern schon beworben für den Generalsekretär. Hat nicht ganz gereicht. Ich kandidiere jetzt für den Stellvertretender. An meiner Vorstellung hat sich über Nacht nichts geändert. Von daher danke. Stopp, nicht weglaufen, bitte. Dann, wie gerade eben einmal geübt, dann jetzt nochmal. Liebe Versammlung, wollt ihr den Kandidaten Michel Ebner befragen? Ja oder nein? Das ist überwiegend Nein. Dann, Michel, darfst du jetzt doch gehen. Danke für die Vorstellung. Und dann kämen wir zur Vorstellung Nummer drei. Das ist die Simone Wagner. Die Simone hat sich noch nicht vorgestellt. Hat dementsprechend drei Minuten Vorstellungszeit. Und die laufen, wenn sie anfängt mit Reden. Ja, hallo zusammen. Ich bin Simone Wagner, bin 36, bin gebürtig in Brandenburg jetzt Wahlberlinerin. Und dazu möchte ich gleich was sagen. Ich möchte mich erst mal bei euch allen für das Verhalten einiger Berliner Piraten von gestern entschuldigen. Ich selber stehe diesem Verhalten auch ein bisschen negativ gegenüber, weil ich denke, mit Beleidigung, Verleumdung und Andrung von Gewalt in jeglicher Form kommen wir nicht weiter. So, jetzt zu meiner Kandidatur. Ich kandidiere als Stellvertreter Genseck und zweiter Stellvertreter Genseck aus dem einfachen Grund, weil ich die Erfahrenen, in dem Fall Stefanie, da vorne ist sie, unterstützen möchte. Und ihr ein bisschen, ja, helfen möchte, die Anleitung für neue Piraten, in ihrem Fall, wie es sich so schön geschrieben hat, das Genseck-Handbuch und Unterstützer-Handbuch, ja, mitzuentwickeln. Neue Ideen mit reinzubringen, sozusagen einen roten Faden für Neulinge zu erstellen. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Doch, eine Sache wollte ich noch sagen, was den Berliner Landesverband angeht. Es ist traurig zu sehen, dass mein Landesvorsitzender sich hier vorne hinstellt und diese ganze Veranstaltung hier ein bisschen ins Lächerliche zieht. Zumindest sieht man das auf Twitter. Und trotz allem möchte ich jetzt einen ganz netten Piraten zitieren, den ich hier heute kennengelernt habe. Der hat vorhin ein Zitat gebracht und das fand ich irgendwie schon passend. Es ist wie im Fußball. Man braucht beide Seiten. Diejenigen, die die Show bringen und die anderen, die die Tore schießen. Und genau die Leute, die die Tore schießen, brauchen wir. Und dafür stehe ich heute auch hier. Danke. Danke, Simone. Bitte noch nicht weglaufen, weil, auch wenn es jetzt schon wieder fast drei Minuten her ist, würde ich jetzt bitten, wollt ihr die Simone befragen, ja oder nein? Das ist durchwachsen, aber deutlich ja. Dementsprechend würde ich jetzt die Rednerliste öffnen. Bitte stellt euch an das dazugehörige Mikrofon an. Und jeder, der sich jetzt zu dem Mikrofon bewegt, bitte die grüne Karte hochheben und sich klar erkennbar dahin bewegen, sodass wir wissen, dass noch Leute unterwegs sind. Da sind noch zwei unterwegs. Wenn beide angekommen sind, dann schließe ich die Rednerliste hinter denen. Und dann würde ich bitten, wie viele haben wir denn da? Also die Rednerliste ist jetzt geschlossen. Wir haben neun Fragende. Dann losen wir aus. Im Angebot heute die Nummer 4, bitte. Die Nummer 2. Die Nummer 7. Die Nummer 3. Und zu guter Letzt die Nummer 1, bitte. Damit hätten wir die ersten fünf ausgelost. Ich bitte die restlichen, wie üblich stehen zu bleiben. Es kann ja sein, dass die Versammlung nachher nochmal die Fragerunde aufmacht. Dann würden wir anfangen mit der ersten Frage, bitte. Die Frage ist, du hast dich ja vom Berliner Landesverband distanziert. Was mich interessieren würde, ist, wovon genau distanzierst du dich da und wofür entschuldigst du dich da? Und ist es wirklich notwendig, dass man sich kollektiv von dem ganzen Landesverband entschuldigt? Ich war dafür von dem ganzen Landesverband entschuldigt. Ich finde das total übertrieben. Könntest du nochmal begründen, warum du dich da entschuldigst? Also ich kann das nicht nachvollziehen, wo da eine Entschuldigung notwendig ist. Okay. Ich habe mich vielleicht ein bisschen doof ausgedrückt, aber ich habe mich nicht vom kompletten Landesverband distanziert, sondern von den Leuten, die gestern draußen gestanden haben und nie, nie wieder Deutschland gebrüllt haben, weil sowas brauchen wir nicht. Dann die zweite Frage, bitte. Was hast du vor, gegen Leute, die sich wie manche Berliner Kandidaten verhalten, zu tun, beziehungsweise dagegen zu tun? Das ist eine gute Frage. Es ist schwierig. Also ich habe es ja selber, dadurch, dass ich aus Berlin komme, versucht schon mit Reden. Auf Twitter kann man zum Beispiel machen, dass man sie einfach ignoriert. Das Gleiche gilt auf Facebook. Aber wenn man tagtäglich mit den Leuten zusammenarbeitet, dann muss man versuchen, irgendwie eine ruhige Basis zu finden, dass man mit ihnen kommunizieren kann. Eine andere Möglichkeit sehe ich momentan noch nicht. Danke, dann würden wir zur nächsten Frage kommen, bitte. Ja, schönen guten Morgen. Also du hast dich ja vorgestellt als jemand, der sich erstmal entschuldigt, das akzeptiert. Zweitens, dann hast du gesagt, du willst helfen. Also die ganz konkrete Frage auch an die nächsten vielleicht Stellvertreter, die können das gleich einbauen. Warum musst du denn im Vorstand, um zu helfen? Das kannst du auch jetzt, du kannst auch Handbücher jetzt schon schreiben. Wozu musst du dazu im Vorstand sein? Danke. Das ist eine gute Frage. Ich denke, ja, schwierig. Es ist alles noch in sozusagen Rohfassung. Und bisher, was ich mitbekommen habe, es gibt sehr viele, die sich engagieren, die was machen möchten. Aber das kommt nicht an. Und wenn der Vorstand vorlegt und einfach mal eine Basis schafft, dann ist das vielleicht auch Motivation für die anderen, wieder ein bisschen sich mehr zu engagieren, ein bisschen mehr zu machen. Und die nächste Frage bitte. Alles klar. Ja, du hast mir vorhin erzählt, dass du sehr viel gegen Scientology gemacht hast. Das fand ich sehr interessant. Und vielleicht kannst du mal der Versammlung erzählen, wo und was du gemacht hast. Danke. Okay. Ja, ich engagiere mich in dem Bereich seit sechs Jahren. Und arbeite mit verschiedenen Sektenbehörden zusammen. Berlin, Hamburg, teilweise auch Niedersachsen. Und ja, bin sozusagen mittlerweile ein kleiner Ansprechpartner, gerade in Berlin, für Leute, die dann doch der Meinung sind, die Sekte ist nichts mehr für sie. Sie möchten aussteigen und suchen Hilfe. Und ich begleite deinen Aussteiger zu Beratungsstellen und zu anderen Hilfsorganisationen, dass sie wieder ein halbwegs normales Leben führen können. Danke. Dann kämen wir jetzt zu der letzten Frage der ersten Runde. Bitte. Hallo Simone. Erst einmal, deine Entschuldigung macht dich sehr sympathisch. Aber du kandidierst für ein Verwaltungsamt. Und mich würde in erster Linie interessieren, inwieweit du Erfahrung mit der Arbeit des Generalsekretärs, überhaupt mit der Verwaltung hast, ob du schon eingebunden bist in die Verwaltungsstrukturen des Bundes und wenn nicht, wie du dir das vorstellst, das zeitnah hinzubekommen. Okay, danke für die Frage. Also eingebunden in die Strukturen des Bundes bin ich noch nicht, kann ich verneinen. Allerdings habe ich sehr viel schon in der Verwaltung gearbeitet, in anderen Bereichen, muss man dazu sagen. Momentan bin ich die Fraktionsgeschäftsführerin in der BVV Spandau und habe damit auch so den leichten, kleinen Eindruck schon mal, was mich erwartet. Und ansonsten bin ich sehr lernfähig und ich denke, Stefanie könnte mir eine ganze Menge noch beibringen. Danke für die Beantwortung der ersten fünf Fragen. Dann habe ich die Frage an die Versammlung. Wollt ihr die Kandidatin weiter befragen? Ja oder nein? Das ist ganz klar nein. Dann danke ich der Kandidatin für die Vorstellung. Und wir kämen zu dem nächsten Kandidaten. Kandidat Nummer vier, das ist der Marcel Richel. Der hat sich schon mal vorgestellt, hat dementsprechend dann noch eine Minute Zeit, um sich vorzustellen. Marcel, deine Vorstellung bitte. Ja, da bin ich wieder. Und zwar habe ich ganz lange überlegt, meine Kandidatur zurückzuziehen. Ich stehe jetzt doch wieder hier, weil ich noch mal was sagen wollte. Ich finde, der jetzige Buvo wurde gewählt. Das ist okay. Ich finde es aber immens schade, dass dieser Buvo gerade diese linke progressive Stürmung, der wir doch sehr vieler Wahlerfolge oder Wahlerfolge zuzusprechen haben, eben nicht repräsentiert ist. Das finde ich sehr, sehr schade. Wir haben gesagt, wir wollen Brücken bauen. Wir stehen für Vielfalt. Und ich finde, der Bundesvorstand sollte in gewissem Maße auch diese Partei widerspiegeln. Deswegen stehe ich hier. Ich gehöre zu denen, die sagen, ich möchte diskutieren, diskutieren, reden, deeskalieren, wirken. Ich stelle mich dementsprechend hier zur Wahl und beende meine Ansprache. Dankeschön. Danke, Marcel. Wir haben es gerade eben vor einer Minute durchexerziert. Liebe Versammlung, wollt ihr den Kandidaten Marcel Rischel noch mal befragen, ja oder nein? Das ist durchwachsen und im Zweifel genehmigen wir damit dann eine Befragung. Bitte jetzt ans Mikrofon kommen. Und jeder, der sich aus weiteren Gefilden der Halle zum Mikrofon begibt, bitte mit der Karte erhoben, damit wir sehen, dass ihr unterwegs seid. Wir haben zwar hier Hilfe von Praktibären, aber der Praktibär sieht auch nicht alles. Also bitte seid nett mit dem. So, ich sehe jetzt niemanden mehr. Dahin rennen doch. Und jetzt definitiv kein mehr. Damit schließe ich die Liste. Und wir haben genau fünf, wenn ich das richtig interpretiere. Dementsprechend fangen wir einfach der Reihe nach. Nein, ja, fünf. Gut, wir fangen einfach an mit der ersten Frage. Bitte. Hallo Marcel, ich finde es erstmal schön, dass du dich auch sozusagen aus dem anderen Flügel, wenn wir denn welche haben, überhaupt zur Wahl stellst. Deswegen an dich die Frage. Wir hatten gestern nachher noch eine kleine Diskussion, auf die ich kurz eingehen möchte. Du hast gesagt, ich habe mir die Kandidaten nicht richtig angeguckt und wir haben alle falsch gewählt. Vielleicht gestern, vielleicht kannst du dich da noch mal ein bisschen zu äußern. Gut, dieses falsch gewählt ist ein bisschen doof ausgedrückt. Ich wollte es, wie ich es gerade eben gesagt hatte, ich finde, ein Bundesvorstand sollte die Gesamtheit dieser Partei widerspiegeln. Und das haben wir gestern halt leider nicht gemacht. Und das finde ich halt sehr schade. Klar, ich war gestern auch halt emotional ein wenig aufgebracht, habe Worte gewählt, die vielleicht nicht richtig waren. Aber was ich zum Ausdruck bringen wollte, war einfach, der Bundesvorstand sollte in meinen Augen die Gesamtheit dieser Partei widerspiegeln. Und in meinen Augen tut er das eben leider gerade eben nicht. Und Brücken lassen sich besser bauen, wenn von beiden Seiten gleichzeitig gebaut wird. Dann halten sie nämlich am Ende auch länger. Dann die nächste Frage, bitte. Ja, Marcel, erstmal finde ich es auch super, dass du dir diesen Wahnsinn antun willst. Ja, wir werden dich definitiv in Sachsen vermissen, wenn du gewählt wirst. Also, weil wir wissen ja, du gehst nicht weg, aber es wird dann ein bisschen anders. So, zur Frage. Deine Vorrednerin hat sehr verallgemeinernte Dinge über einen Landesverband geäußert. Wie wirst du dich zu solchen Entschuldigungsdingen verhalten? Kannst du das, sorry, ich verstehe jetzt irgendwie. Ganz kurz, aber 10 Sekunden. Okay, wie möchtest du damit umgehen, wenn es darum geht, solche Anliegen zu formulieren? Möchtest du eher schauen, wie ist es differenziert im Einzelnen? Das war es jetzt definitiv mit der Zeit, sorry, aber wir haben Regeln. Alles jetzt den ganzen Verband sozusagen über einen Kamm zu scheren, sage ich jetzt mal so, finde ich halt für falsch. Man muss immer halt sich die einzelnen Menschen, einzelnen Situationen angucken und dementsprechend reagieren. Das ist wie dieser, ja, wir sagen ja auch, wir wollen nicht, dass alle Leute überwacht werden, weil wir halt diesen Generalverdacht einfach nicht haben wollen. Wenn wir das in unserem Programm halt sagen, dann sollten wir es auch innerparteilich auch diesen Generalverdacht unterlassen und im Einzelnen mit den Leuten reden und dann Lösungen suchen. Dann kämen wir zu der nächsten Frage. Ich würde den Fragesteller bitten, ein Auge auf den Timer zu haben. Du hast 30 Sekunden für die Frage. Bitte. Okay, damit hatte ich bis jetzt noch nicht Schwierigkeiten. Du kandidierst Expresses Verbis für den progressiven oder linken Flügel, weil du den unterrepräsentiert siehst. Und ich finde das auch sehr legitim, nur damit sagst du eigentlich sehr wenig über deine eigene Persönlichkeit aus, wofür du stehst. Du wirst ja sicherlich nicht als Sockenpopper dastehen. Sag doch mal ein bisschen was über politische Positionen von dir. Ja, politische Position von mir, Menschenrechte, die Einhaltung der Menschenrechte, grenzenloses Europa, am liebsten auf der ganzen Welt. Ich bin auf jeden Fall klar links. Ich gehe zu antifaschistischen Demonstrationen, friedliche Blockaden. Ich bin aber auf jeden Fall Einhaltung der Menschenrechte für ein faires Miteinander. Das sind so, in diesem Spektrum bewege ich mich. Danke, dann die nächste Frage bitte. Hallo Marcel, zum Thema Brücken bauen zwischen den verschiedenen Lagern. Sag doch mal in Anführungszeichen uns Liberalen, was du denkst zum Thema Gewalt oder Gewaltverzicht und wie du uns zusammenbringen willst. Ja, das Thema Gewalt. Also ich bin jemand, der sagt, ich kann Gewalt grundsätzlich nicht ablehnen. Gewalt als politisches Mittel ist falsch, weil einen politischen Wandel kriegt man nur rum, wenn man halt die Grundlagen oder die Wurzeln verändert. Und Gewalt ist da nicht unbedingt hilfreich. Aber ich tue mich schwer, mich von Gewalt zu distanzieren, weil wenn ich in der Straßenbahn sitze und da drei Nazis sind und mir eine reinhauen wollen, dann, so leid es mir tut oder halt auch nicht, dann wehre ich mich und lasse mich halt nicht zusammenhauen. Aber Gewalt als politisches Mittel bringt nichts. Haben wir jahrelang gesehen. Es ist nicht nachhaltig und von daher sind andere Wege und Mittel vorzuziehen. Danke für die Beantwortung der Frage. Kleine Anmerkung der Versammlungsleitung. Zwischenrufe bei fragestellenden Piraten sind doch vielleicht etwas unangebracht. Falls ihr eine Frage stellen wollt, dann solltet ihr euch bitte in der Schlange anstellen. Aber die, die das gemacht haben, bitte dann nicht in ihren kurzen 30 Sekunden auch noch unterbrechen. Und damit gebe ich dann die Frage frei. Ja, hallo Marcel. Du hast gesagt, du trittst für eine bestimmte Strömung an. Könntest du kurz so definieren, worin du die zentralen Punkte dieser Strömung siehst? Wie du diese Strömung von der angeblich jetzt im Bundesvorstand vertretenen Strömung abgrenzt? Und ergänzend dazu, siehst du es wirklich so, dass sich in der Piratenpartei zwei Blöcke gegenüberstehen? Oder ist das Ganze nicht doch eher ein bisschen fließender? Nee, also direkt zwei Blöcke würde ich eigentlich nicht sehen. Wir sind ja alle in einer Partei. Wir haben alle ein Programm, was uns halt irgendwie vereint. Nur politische Schwerpunkte setzt halt jeder anders. Und wenn es halt Gruppierungen gibt, die halt den Antifaschismus und Menschenrechte und Asylpolitik als ihr Hauptthema gegeben haben, dann ist es halt eine Berechtigung in dieser Partei, weil es ja auch in unserem Programm steht. Und das ist halt dieser eine Flügel, denke ich mal. So sehe ich ihn. Und ja, Punkt. Gut, danke. Da die Rednerliste, die sich gemeldet hatte, erschöpft war, ist der Rednerliste, die sich gemeldet hatte, erschöpft war. Nein? Gut. Dann danke ich dem Kandidaten für seine Vorstellung und die Beantwortung der Fragen. Wir kämen dann der Reihe nach zum nächsten Kandidaten. Das ist der Ralf Hurnig. Ralf hat sich bereits einmal vorgestellt. Dementsprechend hat er eine Minute Zeit, um das nochmal zu tun. Bitte. Ja, ich stehe jetzt zum zweiten Mal hier. Ich habe gestern aufgehört mit den Worten Wildniederdatenverwaltung und Beo. Heute dazu detaillierter. Meine Absichten als stellvertretender Generalsekretär sind, die Mitgliederdaten auf Vordermann zu bringen. Das heißt, Dateileichen rausschmeißen, die Daten mit der Staatsmeisterei abgleichen, Stimmberechtigungen herstellen und dann in Zusammenarbeit mit dem Restvorstand Entscheidungen auch zu treffen, wie mit den Mitgliedern umzugehen ist. Der zweite Punkt ist die Beo, beschlossen vom Bund in Neumarkt, beschlossen in Bielefeld von Nordrhein-Westfalen. Ich sehe Nordrhein-Westfalen als gutes Testgebiet an, um die Beo dort auszuprobieren. Ich habe mich von Anfang an bei der Beo immer wieder mal mit eingebracht. Ich habe mich informiert. Ich weiß, worum es da geht. Ich habe in Bezug auf Nordrhein-Westfalen auch schon Leute im Vorstand angestupst, die sich damit beschäftigen. Ich sehe, dass wir das in einem Jahr umsetzen können. Danke. Danke für die Vorstellung. Ich mache dann das Übliche hier. Hier will die Versammlung den Kandidaten Ralf Hurnig befragen. Ja oder nein? Das hier ist von unserer Seite aus ein eindeutiges Nein. Dementsprechend danke ich dir für die Vorstellung. Und wir kämen zum nächsten Kandidaten. Das ist der Marc Huger. Lieber Marc, bitte zur Bühne kommen. Bekanntlicherweise hat sich der Marc noch nicht vorgestellt. Dementsprechend hat er dann drei Minuten Zeit, um das jetzt zu tun. Marc, deine drei Minuten bitte. Es ist noch vor 14 Uhr. Also guten Morgen Piraten. Mein Name ist Marc Huger. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus dem LV Bayern. Aus dem schönen Kreisverband Neumarkt, den ihr alle vom BPT 13.1 kennt. Und ich bin zu den Piraten 2009 gekommen, wie die Zensursorle-Debatte am Laufen war. Als ITler kennt man das. Da hat man einfach den... Da ist diese unsägliche Sache, wenn man sieht, wie da Gesetze gemacht wurden. Und das ist einfach was. Wenn man da wirklich weiß, wie DNS funktioniert, dass es gar nichts bringt. Das ist ganz schlimm. Ja, ich kandidiere zum Amt des... Danke. Ich kandidiere zum Amt des stellvertretenden Genseck, weil ich es kann. Ich bin seit fünf Jahren im... Ich bin seit knapp fünf Jahren im Kreisvorstand aktiv. Jetzt die dritte Amtszeit im Landesvorstand. Und viele von euch, die nicht in der Verwaltung mitarbeiten, haben von mir noch nicht viel gehört. Und das hat einen Grund. Ich bin weder in einen Shitstorm noch in irgendein Gate verwickelt. Und das kennzeichnet so ein bisschen meine Art. Ich denke, ich bin so ein bisschen ein ruhiger Typ, der auch zwischen unterschiedlichen Lagern durchaus vermitteln kann. Ich habe mit vielen Untergliederungen zu tun. Wir haben über 40 Untergliederungen im Moment. Und da kann man irgendwie mit allen... muss man irgendwie zusammenarbeiten. Und ich denke, mir ist das gut geglückt, die letzte Zeit. Ich habe... Ich habe keine große politische Agenda. Ich bin auch nicht der geborene Redner. Das hört man vielleicht. Aber ich denke, ich kann gute Arbeit leisten. Wenn ich in einem Jahr wieder hier stehen kann und ihr habt von mir nicht viel gehört, dann heißt es, dass die Arbeit gut war. Und genauso möchte ich es halten. Und nachdem wir hier in der Verwaltung sehr effizient arbeiten, brauche ich auch nicht die ganze Redezeit. Und würde mich dann euren Fragen jetzt stellen. Dann bedanke ich mich hiermit für die Effizienz der Vorstellung und würde dann den Bundesparteitag fragen. Wollt ihr den Kandidaten befragen? Ja oder nein? Das ist überwältigend und schnell gewesen. Danke für die Effizienz auf eurer Seite. Dann machen wir die Liste auf. Bitte jetzt zum Mikrofon gehen. Leute, die weiter als eine Tischreihe vom Mikrofon weg sitzen, bitte mit erhobener Karte sich hinbewegen. Ich erinnere dann auch noch mal an den Beschluss der Versammlungsleitung von heute Morgen etwas früher, dass das mit den Fahrrädern, Rollern und so weiter hier in der Halle verboten ist. Das heißt, schieben dürft ihr, fahren dürft ihr nicht. Das gilt auch und explizit will ich das noch mal betonen, auch für die Orga. Da jetzt keiner mehr sich hier mit Redebedarf scheinbar ranrennt, ich sehe keinen, dann würde ich die Rednerliste schließen. Wie viele haben wir? Fünf? Dann fangen wir sofort mit dem ersten an. Danke. Hallo. Du bist seit 2011 in zwei verschiedenen Vorständen tätig, wenn ich verstanden habe. Möchtest du jetzt in dreien tätig bleiben? Also es ist so, dass ich mich natürlich im Vorfeld mit meinem Vorstand besprochen habe. Das macht man so bei so einer Kandidatur. Es ist so, dass wir übereingekommen sind, dass es Sinn machen würde, den Landesgenzeg noch bis zum nächsten Landesparteitag zu kumulieren. Der ist ausgeschrieben. Der wird im Herbst stattfinden, also in circa drei Monaten. Und ich würde euch bitten, diese drei Monate als Ämterkumulation mir zuzugestehen, damit ich eben das Ganze zu Ende bringen kann. Im Kreisvorstand ist es so, dass wir seit dem letzten Parteitag einen sehr guten Stellvertreter haben, der auch da schon sehr viel übernimmt. Und die Kreisvorstandstätigkeit ist im Prinzip im Moment relativ überschaubar und nicht wirklich der Rede wert. Also ich würde euch auch da bitten, mir die Kumulation zuzugestehen, der Ordnung halber. Aber ich könnte auch darauf verzichten, wenn ihr das anders sieht. Danke. Dann kommen wir zu der nächsten Frage, bitte. Ja, ich bin ja auch Gänseck in Baden-Württemberg. Ich habe immer gut mit ihr zusammengearbeitet. Aber ich habe jetzt trotzdem eine politische Frage, die mich interessiert und ich auch gerne eine Antwort hätte. Wie stehst du zu einer Transrapid-Strecke zwischen München-Hauptbahnhof und Flughafen? Wenn die maximale Fahrzeit unter zehn Minuten liegt, selbstverständlich. Interessante Fragen. Ich würde dann die dritte Frage zulassen, bitte. Ja, Marc, dass du Verwaltung kannst, das weiß ich. Oder habe ich schon so durchaus mitbekommen. Hast du dich schon mit der Bundesverwaltung vernetzt? Bist du da vernetzt? Kannst du dir vorstellen, mit allem gut zusammenzuarbeiten? Oder wie sieht das aus? Ich habe natürlich Kraft amtes viel mit der Bundesverwaltung zu tun. Ich kenne die Leute dort, die kennen mich. Ich glaube, ich komme mit denen sehr gut aus. Ich freue mich auf jeden Bundesparteitag. Und zwar vor allem auf die Akkreditierung, wo ihr mich auch an dem Parteitag wieder gesehen habt. Es ist immer so ein kleines Verwaltungstreffen am Rande des Parteitags, wo man sehr viel auf dem kurzen Dienstweg besprechen kann. Und das hat sich immer als eine Clique mittlerweile herausgebildet. Am Thüringen-Grill dann draußen findet es seinen Abschluss. Und ja, ich bin vernetzt und ich komme mit den Leuten gut klar. Danke. Dann kämen wir zu der nächsten Frage. Frage Nummer 4, bitte. Hallo Marc. Du hast ja gesagt, dich zeichnet aus, dass man bisher noch nichts über dich gehört hat. Und wenn du deine Arbeit gut gemacht hast, hat man auch danach nichts von dir gehört. Eine andere Variante, nichts von dir zu hören, wäre ja auch, dass du nichts machst. Wie argumentierst du, warum man dich jetzt wählen soll und du Sachen machst und man trotzdem nichts von dir hört? Ich finde dieses Bild, die Verwaltung hält sich im Hintergrund und hält den Leuten, die Politik machen, den Rücken frei, finde ich sehr wichtig. Und genauso möchte ich es handhaben. Ich möchte den politischen Ämtern den Rücken frei halten, dass sie Politik machen können, denn wir sind eine Partei und dafür sind wir da. Dann kämen wir zu der letzten Frage dieser Fragerunde, bitte. Ja, hallo Marc. Ich würde zu einer Oldschool-Frage kommen. Was ist dein größter Fail und was ist dein größter Erfolg in dieser Partei? Größter Fail ist immer so ein, also wie gesagt, ich habe kein Geld angezettelt, keine großen Schützen abgekriegt, es ist mit Sicherheit mal was schief gelaufen. Es wittert mich an, sagt es mir, wenn euch was einfällt. Also ich weiß jetzt nicht wirklich einen großen Fail. Was mit Sicherheit gut gelaufen ist, das war in der Mitte meiner ersten Amtszeit als Beisitzer im Landesvorstand, das war die sogenannte Sage-Migration, da werden ein paar Verwalter jetzt die Augen verdrehen. Da stand also für mehrere Monate, stand im Prinzip die Verwaltung still. Das Civi-CRM, das alte System wurde abgeschaltet und das neue System stand noch nicht. Und wir hatten einen Landesparteitag. Das heißt, wir mussten binnen kürzester Zeit, in vielen Nachtschichten, mussten wir irgendwas auf die Beine stellen, um die vielen Anträge, Anfang 2012, ihr erinnert euch, da hatten wir wirklich Zulauf, die mussten wir irgendwie verarbeiten und wir mussten rechtzeitig einladen und wir mussten akkreditieren. Und das war mit Sicherheit das größte Projekt. Wir haben ein Provisorium geschaffen, das heute noch läuft und mittlerweile, glaube ich, knapp eine Million E-Mails verschickt hat. Also die Provisorien halten am längsten und das, denke ich, war schon eine coole Sache. Danke für die Beantwortung der letzten Frage, da die Rednerliste geschlossen ist. Danke dir für deine Vorstellung und wir kämen dann zum letzten Kandidaten für diese Runde. Das ist der Simon Lange, da bekanntlicherweise Babak Tubis und Gero Kühn zurückgezogen haben. Simon, komm schon mal auf die Bühne. Ich würde dann auch einen Aufruf an den Wahlleiter hier mit durchführen, bitte sich wieder zur Bühne zu bewegen, weil wir würden gleich ganz gerne dann zur Wahl schreiten. Simon, du hast dich noch nicht vorgestellt, dementsprechend hast du dann drei Minuten Zeit, um das zu tun. Bitte. Ja, hallo liebe Piraten. Mein Name ist Simon Lange. Ich komme aus dem LV Berlin, bin gebürtiger Hamburger, habe vier Kinder, bin 43 Jahre alt, bin Mitglied seit September 2008, war meistens ein Bundespirat und habe eigentlich auch nie wirklich kandidiert, weil ich es immer so an meiner Aufgabe angesehen habe, zuzuarbeiten im Hintergrund, also Orga zu machen, die Dinge zu machen, die nicht viel Fame oder Street Credibility bringen. Ich bin aber auch heute angetreten aus einem einfachen Grund, weil in den letzten Jahren eine Entwicklung stattgefunden hat, die uns sehr stark geschadet hat, die schleichend war, die auch endgültig zu dem heutigen ABPT geführt hat. Und leider Gottes gab es immer wieder in Diskussionen das Argument, wir hätten einen Richtungsstreit. Wir haben keinen Richtungsstreit. Wir werden auch nie einen Richtungsstreit haben, weil das würde unseren ureigensten Grundwerten der Piraten widerstreben. Denn es war immer zieler Piraten, dass wir möglichst viele Richtungen mitnehmen. Wir sind eine Partei der Pluralität. Und damit das eben unterstrichen wird, haben wir extra in unserer Satzung geschrieben, dass wir es erlauben, dass Leute in die Partei eintreten, die in anderen Parteien sind. Sofern sie mit unserer Bundessatzung, insbesondere Paragraph 1, wer ihn nicht kennt, möge ihn selbst nachlesen, denke selbst, Übereinstimmung zu bringen sind. Das war immer wichtig. Wir haben Leute mitgenommen auf Aktionen, die wollten mitmachen. Die waren vielleicht gar nicht Mitglied. Das wollten wir. Wir waren eine Mitmachpartei. Und weil wir sie alle mitgenommen haben, haben wir unglaublich viele kreative Aktionen gehabt. Wir hatten unglaublich viele Inputs. Wir hatten viele Visionen. Und das brauchen wir wieder. Dadurch müssen wir zurück. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen durch irgendeine Geschichte, ob jetzt die eine oder andere Seite stärker oder schwächer ist. Darum ging es nie. Wir können alle zusammenarbeiten. Was nicht geht, sind Methodiken, um Mehrheiten zu generieren. Methodiken, die dissozial sind. Methodiken, die oftmals nicht am Rechner stattfinden. Die nicht auf Twitter stattfinden. Denn Twitter war noch nie so stark wie jetzt. Damals war es weniger stark. Es sind Methodiken, wo es darum geht, Menschen zu stigmatisieren. Es geht um Rufmord, Verleumdung, etc. Auch Bedrohung. So etwas darf nicht wieder passieren. Das muss jetzt heute und hier enden. Und der gestrige Tag hat mir gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben einen super Bufo. Und wir haben auch bisher super tolle Kandidaten. Und genau aus diesem Grund, weil das bisher alles super klappt und ich jetzt wieder Hoffnung habe in dieser Partei, die ich auch wirklich auf die mich verlassen kann, ziehe ich hiermit meine Kandidatur zurück. Zugunsten von Mark Huger. Und ich hoffe, ihr wählt ihn. Danke, deine Kandidatur ist zurückgezogen. Leider muss ich dir dann sofort das Wort entziehen. So. Das hatten wir gestern so beschlossen, dass, sobald der Rückzug der Kandidatur feststeht, dass dann auch die Redezeit automatisch zu Null tendiert. Dementsprechend habe ich das nur angewendet. Ich habe eine Durchsage. Bitte folgende Person zum Front Office, das ist hier rechts von mir, kommen. Das ist der Alexander Magnus und die Sarah Schlenker. Alexander Magnus und Sarah Schlenker, bitte zum Front Office kommen. Und dann sollte der Wahlleiter, der Herr Marsching, bitte zur Bühne kommen, weil ohne den machen wir jetzt nicht weiter. Und ihn anrufen. Sein Telefon liegt hier, also das hilft nichts. Ich höre gerade, dass der Wahlleiter noch fünf Minuten braucht, um sein Mittagessen zu sich zu nehmen. Dementsprechend glaube ich, wir sollten ihm die zugestehen. Es wäre, glaube ich, auch ein unzulässiges Meinungsbild, das abzufragen. Dementsprechend unterbreche ich die Versammlung für fünf Minuten, bis der Wahlleiter wieder hier ist. Wir hatten noch einen Redeslot für die Anke vorgesehen, da uns aber gesagt wurde, dass sie um 11.30 Uhr abreisen würde. Haben wir den jetzt nicht mehr versucht zu berücksichtigen, nach 11.30 Uhr. Da ich aber mittlerweile weiß, dass Anke noch da ist, werde ich jetzt die Unterbrechung der Unterbrechung wieder aufheben. Wir fahren fort mit der Versammlung, und zwar mit einem Redeslot von Anke Domscheit-Berg. Sie wird uns was zum EU-Wahlkampf und zum NSA-Skandal erzählen, sobald sie dann hier an der Bühne aufschlägt. Ich erblicke die Anke, dementsprechend könnt ihr euch jetzt auf einen Kurzvortrag von der Kandidatin für die Europawahlen, Anke Domscheit-Berg, freuen. Bitte. Ich keuche noch ein bisschen, weil draußen war gerade Themenbeauftragten-Meeting. Da wurde ich dann schnell wieder hergeholt. Aber das mit dem zweimal Anker aufrufen kennt ihr ja schon. Hallo Piraten. Ich bin eingetreten vor gut zwei Jahren in einer Partei, die für Demokratie steht, für Vielfalt, für Respekt von Meinungsvielfalt, mithin für Meinungsfreiheit und für Mitbestimmung. Ich erlebe diese Partei seit Monaten nicht mehr so und insbesondere erlebe ich diesen Parteitag als Parteitag der Einschüchterung von Menschen, die andere Meinungen haben als die Mehrheit. Genau solche Reaktionen meine ich damit. Auf meinem Zettel stand als nächster Satz, wo andere Meinungen ausgebucht werden. Ihr habt mir diesen Satz fast erspart. Ich habe aus genau diesem Grund überlegt, ob ich überhaupt rede, ob ich mich einschüchtern lasse von der Kultur in diesem Raum, mich euch hinstelle als Zielscheibe für eure Aggression, nicht nur auf Twitter, sondern ganz physisch. Ich habe überlegt, ob ich längst in der Phase bin, die man so aus Liebesbeziehungen kennt, wo man daran merkt, dass es vorbei ist, wenn man überlegt, ob sich die Auseinandersetzungen überhaupt noch lohnt oder ob man einfach die Klappe hält. Aber auch wenn es in meinem Landesverband schon Wetten gibt, darüber, wann ich endlich die Flinte ins Korn werfe, ich bin noch nicht so weit. auch wenn ich wirklich Angst habe, hier zu stehen und vor euch in diesem Raum, in dieser Stimmung zu reden, werde ich es tun und im Grunde bestätigt ihr mich ja so gerade darin, das zu tun. Vielen Dank für den Applaus gerade. Da lässt die Angst etwas nach. Ich stehe hier, weil ich eigentlich gar nicht anders kann. Ich möchte Eindrücke, Gedanken und Sorgen mit euch teilen. Denn hinter mir stehen zwölf Monate Wahlkampf, zwölf Monate Snowden-Affäre, zwölf Monate unzähliger Debatten, Vorträge, Workshops, Interviews und Straßenwahlkampfgespräche. Alles vor allem zu zwei Themen. Demokratie-Upgrade und den transparenten Staat. Gegen Korruption zu kämpfen. Durch Lobbyregister, Lobbykalender, offengelegte Nebeneinkünfte. Es ging mir um Open Data, Subventionen offenlegen, Verträge offenlegen. Ich will kein TTIP-Geheimvertrag mit Schiedsgerichten, die die Demokratie aushebeln. Ich will keine solche Verträge, die über die Hintertür Umweltschutz, Verbraucherschutz und Arbeitnehmerschutz aufheben, Gen-Food-Fracking und Urheberrechtsreformen hintenrum auf eine negative Weise reinbringen ins Parlament. Ich will das nicht und darum ging es in diesen Terminen. Ich habe auch in all meinen Wahlkampfterminen gesprochen über den Kampf gegen den gläsernen Bürger, gegen anlasslose Massenüberwachung. Das ist eine Menschenrechtsverletzung, die wir jeden Tag erleben. Wir hätten in der EU viel mehr machen können. Ein Vertragsverletzungsverfahren gegen den britischen Geheimdienst anstrengen, beziehungsweise gegen Großbritannien. Datenlieferungen über EU-Bürger an andere Staaten haben aufzuhören. Geheimdienste müssen besser kontrolliert werden und auch Brüssel kann dafür Regulierung schaffen. Wir brauchen eine Aufhebung dieses bekloppten Konzepts von Inländern und Ausländern und auch das kann Europa machen. Wir müssen sicherstellen, dass die Grundrechte in der digitalen Welt weiter gelten. Dafür sind wir Piraten da. Wir wollen ein Überwachungsabrüstungsabkommen. Wir wollen Wisseblower-Schutz auf der EU-Ebene. Alle diese Themen sind Grund für meine Mitgliedschaft und das Engagement der Piratenpartei. Es sind die Grundwerte, die jeden einzelnen Piraten in diesem Raum vereinen. Es ist das, was wir alle gemeinsam haben. Ich fürchte, ihr werdet gleich wieder buhen, denn trotzdem wir das gemeinsam haben, wir haben das nämlich zwischendurch vergessen, haben sich große Teile der Piratenpartei entschieden, diese Grundwerte nicht an die erste Stelle ihrer Prioritätenliste zu setzen, Formulierungen von irgendeinem Bufo wichtiger zu finden und die Chance auf politische Mitgestaltung in der EU für fünf Jahre zu opfern, weil ihnen die... Applaus Aber was sind wir denn noch für eine ernstzunehmende Partei, die in einem historisch so gefährlicher Zeit ihre Prioritäten so falsch festlegt? Wie wollt ihr das euren Kindern erklären in fünf Jahren, wenn es vielleicht zu spät ist? Wir sind doch Piraten, weil wir alles tun wollen, was irgend geht, was jeder von uns kann, egal wo er oder sie ist, um genau diesen Überwachungsstaat zu verhindern. Das haben wir versprochen. Liebe Anke, bitte so langsam zum Schluss kommen. Wir müssen noch Wahlen durchführen. Ich gebe mir Mühe. Ich bin am Rande der Verzweiflung, weil wir genau das nicht tun, weil wir uns lieber gegenseitig bekämpfen. Ich habe wirklich mein Letztes gegeben in diesen Wahlkämpfen, trotz kein Handschlag, trotz Karrierismusvorwürfe, trotz Angriffe gegen mich als Feministin, trotz Vorwürfe finanzieller Eigeninteressen. Ich bin aber nicht nur verzweifelt, sondern auch ein bisschen entsetzt auf diesem Parteitag. Denn ich habe Stasi in der DDR-Opposition vor 25 Jahren selbst erlebt. Für mich ist Totalitarismus eine ganz reale, existenzielle Erfahrung. Hier in Halle saß mein bester Freund im Gefängnis. Paragraf 213, Vaterlandsflucht. Er saß auch in Einzelhaft, weil mein Kassiver gefunden hat, der er an mich rausschmuggeln wollte. Über Hungerstreiks hier in Halle im Knast. Ich weiß, was Einschüchterung und fehlende Meinungsfreiheit in einem Staat anrichten können. Ich weiß, wie sich Überwachung und Repression anfühlen. Ich habe es erlebt und habe Angst vor einer solchen Gesellschaft. Das zu verhindern, ist eine Riesenherausforderung. Es ist die höchste Priorität, für die wir jeden einzelnen Menschen brauchen. Denn eins habe ich auch in der DDR gelernt. Wir sind nur gemeinsam stark. Jeder Einzelne von uns mag eine kleine Ameise sein, die man zerlatschen kann. Und das machen wir gerade sehr einfach. Wir können zusammen aber Killerameisen werden, die wirklich was verändern können und die auch große Elefanten zur Strecke bringen. Und das ist ein Riesenelefant. Ich möchte euch gerne diesen Spiegel vorhalten, damit wir besser verstehen in Zukunft, was unsere höchste Priorität zu sein hat. Dass wir so, ich muss es wirklich leider sagen, undemokratische Elemente, wie auf diesem Parteitag, wie sie gestern passiert sind, nicht zulassen. Bitte keine Beleidigungen. Weil wir Vielfalt brauchen. Das hätte ich mir gestern gewünscht, als hier ein Mob sich versammelt hat und ein Kandidat in seiner Rede unterbrochen worden ist. Das war nicht in Ordnung. Und das könnt ihr ruhig auch einmal eingestehen. Es kommt nicht gut an in einer Partei der Vielfalt, wenn man frenetisch jubelt, weil die Vertreter der quasi innerparteilichen Opposition nicht mehr antreten. Das ist kein Grund zu jubeln. Wir verlieren wichtige Kräfte in einem gemeinsamen Kampf. Wir können uns das nicht leisten. Ich kann mich noch nicht trennen von der Partei, obwohl ich mich manchmal frage, ob das, was mir viele immer so unterstellen, nicht wäre, in der falschen Partei nicht vielleicht doch wahr ist. Aber ich will nicht aufgeben, weil wir dürfen nicht aufgeben. Dieser Grund für unsere Existenz ist noch da. Und ich hoffe, dass wenigstens der eine oder andere hier im Raum da wirklich einfach ganz neutral mal drüber nachdenkt, ob auch an meinen kritischen Äußerungen nicht vielleicht einfach was dran ist. Und dann bitte ich euch um politische Arbeit, um Miteinander, dass auch der neue Bufo, der nicht sehr viel Vielfalt bisher aufzeigt, trotzdem Vielfalt in der Partei unterstützt. Und ganz praktisch könnt ihr mein Land Brandenburg unterstützen. Wir brauchen nämlich bis zum 17. Juli noch über 1.000 Unterschriften, sonst dürfen wir nicht mal antreten zur Wahl und stehen nicht auf dem Wahlzettel. Wir brauchen wirklich eurer aller Hilfe im Land Brandenburg. Wer helfen will, kann sich gerne an mich wenden. Vielen Dank. Danke, Anke. So, ich würde dann bitte um Ruhe bitten, damit der Wahlleiter seines Amtes walten kann. Wir haben die Wahl zum stellvertretenden Generalsekretär vor uns. Ich würde also dem Michele das Wort geben. Danke, bitte. Kommen wir zur Wahl zum ersten stellvertretenden Generalsekretär. Jetzt habe ich es richtig gesagt, oder? Sehr gut. Dankeschön. So, die Kandidierenden sind zu sehen gleich hoffentlich vielleicht auf dem Beamer. So, die Kandidierenden seht ihr auf dem Beamer. Wie angekündigt, sind die Kandidaten mit der Nummer 7, 8 und 9 von ihrer Kandidatur zurückgetreten. Das heißt, wir benutzen Stimmzettel Nummer 7, der ist orange. Bitte nicht verwechseln. Mit dem orangen Stimmzettel Nummer 1 für die Präferenzwahl. Ganz wichtig. Die sehen beide gleich aus. Vertut euch da bitte nicht. Ihr braucht Stimmzettel Nummer 7. Gezählt werden, wie gerade auch, nur die Kreuze in den Feldern 1 bis 6. Die Kreuze in den Feldern 7, 8 und 9 werden nicht gezählt. Kreuz dir die an. Ist nett. Nützt aber überhaupt nichts. Ich weise noch mal darauf hin, dass während der Auszählung bitte das Licht anbleibt. Das war gerade etwas chaotisch. Wir haben es Gott sei Dank hinbekommen. Aber es hat auch gerade deswegen so lange gedauert. Unter anderem, weil Tische noch mal komplett neu ausgezählt haben, weil sie sich unsicher waren, weil wir Urnen nachgezählt haben, weil sich Urnen unsicher waren, uns um ihre Hilfe gebeten haben. Das nur noch mal zur Erklärung. Ich würde jetzt fragen, nein, ich frage jetzt, sind die Urnen mit den Wahlhelfern besetzt? Ich setze mir meinen Knopf ins Ohr und kriege da jetzt eine Antwort. So, das gleiche Prozedere wie gerade, wir haben ein, zwei, Ah, okay, Moment. Wir haben gerade noch ein kleines Problem mit der Wanderrunde. Da fehlen noch Wahlhelfer. Gut, die Wanderrunden sind mit Wahlhelfern gefüllt. Ich würde einmal bitte alle Wahlhelfer bitten, die Hände zu heben. Ihr kennt das Prozedere. Das sind eure Wahlhelfer. Für diesen Wahlgang gibt es einen oder Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Ich ernenne euch zu Wahlhelfern. Herzlichen Glückwunsch. Wie bei den anderen Wahlgängen auch jetzt, bitte einmal die leeren Urnen zeigen. Vielen Dank. Auch hier ordnungsgemäßer Zustand und so, dann brauche ich das Verb nicht. Bitte die Urnen jetzt schließen. An der Wand da drüben, bitte einmal die Wanderurne durchlassen. Macht es nicht so eng. Je länger dauert es. Und da ich jetzt alle Uhren auf dem Tisch sehe, öffne ich jetzt hier mit dem Wahlgang. Die Zettel dürfen eingeworfen werden. Also die Uhren von der Versammlungsleitung zeigen bereits 13.41 Uhr an. Dementsprechend kann ich natürlich nicht auf die 13.37 Uhr vom BIMA anzeigen. Aber Sandy sagt, es ist 13.37 Uhr. Also das hätte jetzt etwas mehr Enthusiasmus hier sorgen können. Ich habe hier in der Mitte wieder eine leere Urne. Da vorne, die langweilen sich die Wahlhelfer. Dort außen an der Tür, die Wahlhelfer langweilen sich, winken schon wild mit den Armen vor lauter Arbeitseifer. Verteilt euch ein bisschen auf die Urnen. Je schneller geht es. Umso schneller. Liebe Versammlungen, es ist der Versammlungsleitung zugetragen worden, dass Flyer verteilt werden. Ich weise nochmals ausdrücklich auf die Hausordnung hin. Die Hausordnung verbietet das Verteilen hier im Raum von Flyern, die nicht vorher vorgelegt wurden. Dafür gibt es draußen einen Infostand. Da kann man Informativen ablegen. Und dann können die interessierten Piraten sich daran bedienen. Dementsprechend würde ich bitten, die Verteilung von Flyern hier in der Halle zu unterlassen. Falls dem nicht geschieht, dann muss die Versammlungsleitung leider eingreifen. Gut, dann ist das jetzt der bekannte vorletzte Wahlaufruf. Wer noch nicht gewählt hat, geht bitte zu den Urnen und wählt jetzt. Alles ganz unaufgeregt. Die Wanderurnen sind noch auf dem Weg zurück. Kurze Durchsage von der Versammlungsleitung zum Thema Flyer verteilen. Der Flyer wurde uns jetzt vorgelegt. Es ist ein Flyer für eine Veranstaltung im Abgeordnetenhaus Berlin. Die Versammlungsleitung hat beschlossen, die Verteilung dieses Flyers zu genehmigen. Damit müsst ihr euch nicht wundern, falls dieser Flyer als Veranstaltungshinweis in der Halle verteilt wird. So, wir warten nur noch auf eine Wanderurne. Von daher allerletzter Aufruf. Wer jetzt wählen will, der wählt bitte. Was natürlich blödsinn, weil ich mache ja gleich noch einen Aufruf. Also ihr kriegt noch einen vorletzten Aufruf. Oder so ähnlich. Ich bin verwirrt. So, die zweite Wanderurne ist im Raum. Das ist der letzte Aufruf. Wer jetzt noch wählen will, muss schreien zu einer Urne rennen, damit ich das auch sehe und höre und winken. Und alles sehe ich aber nicht. Damit schließe ich den Wahlgang. Aber jetzt darf kein Wahlzettel mehr eingeworfen werden. Und wir kommen zur Auszählung. Gut, da wir jetzt in der Auszählungspause sind, haben wir wieder einen Slot zur Verfügung. Wir werden dann den zweiten Teil des wundervollen Films zeigen, den wir vorhin gesehen haben. Wir lassen das Licht auch an. Auf Nachfrage der Wahlhelfer ist es nämlich im Dunklen schwierig, Wahlzettel auszuzählen. Das heißt, Film ab. So, das war es für den Film. Ich denke, das hat auch einen schönen Einblick in die Kulissen eines Bundesparteitages erlaubt. Ich habe einen GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes. Dem werde ich jetzt nachkommen. Der GO-Antrag lautet, sieht die Versammlung es so wie der Antragsteller und sollen in den Auszählpausen anstelle von Redeslots und Filmen Kandidatenvorstellungen eventuell vorgezogen werden. Ich weise darauf hin, falls dem positiv beschieden wird, dann werden wir auch noch mal die Wahlhelfer befragen müssen. Wenn von deren Seite ein Veto kommt, weil die sich in ihrer Ausübung ihrer Rechte hier am Bundesparteitag beschnitten fühlen, dann können wir es nicht tun. Das heißt, unabhängig vom Meinungsbild müssen wir auch die Wahlhelfer noch mal fragen. Ich frage also jetzt das Meinungsbild ab. Also jetzt bitte zeigen, wollt ihr Vorstellungen von Kandidaten in den Auszählpausen? Ja oder nein? Ich habe eine Frage. Moment. Eine Frage vor der Abstimmung vielleicht. Welche Redebeiträge und Filme kommen denn noch? Weil das ist ja ein Unterschied, was man hören will und was nicht so wichtig ist vielleicht auf dem Parteitag. Also das ist in meinen Augen zwar nicht unbedingt das Wichtigste, aber ich weiß, dass wir im Moment noch mindestens einen Redeslot von den jungen Piraten von circa zehn Minuten vorliegen haben. Ich komme dann, wenn es keine weiteren Fragen gibt, zur Abstimmung darüber. Wer schließt sich dem Meinungsbild an? Wer lehnt es ab? Bitte jetzt anzeigen. Das ist durchwachsen. Bitte zuerst einmal die Ja-Karten. Alle, die in den Auszählpausen Vorstellungen haben wollen. Moment, der Wahlleiter ist gerade zur Unterstützung am Herbeilaufen. Der schaut sich das dann auch mal an. Bitte die Karten oben halten. So, das wäre das Ja. Und dann kommen wir zum Nein. Bitte jetzt das Nein zeigen. Alle noch mal runter, bitte. Und dann macht der Wahlleiter mal kurz. Gut, wir machen das dann jetzt mit der Pseudo-Auszählung in den Quadranten. Das heißt, ich übergebe das Wort jetzt mal an den Wahlleiter für den GO-Antrag. Also, wir wissen zwar nicht, worum es geht, aber... Meinungsbild, tut mir leid. Also, wir machen das jetzt so. Ich habe ja meine vier Bereichsleiter, die sich da in der Mitte gerade auch aufstellen. Wir machen eine ganz normale Abstimmung wie gerade auch. Und dann kriege ich von den Vieren jeweils für jeden Quadranten eine Einschätzung. Und dann haben wir es genauer, als wenn wir hier das von hier oben sehen, weil es wirklich sehr durchwachsen ist. Gut, dann machen wir zuerst die Ja-Karten, bitte. Zeigt bitte die Karte in die Mitte, nicht zu uns. Die in der Mitte müssen euch jetzt sehen. Die vier da vorne. So, das waren jetzt nur die Ja-Stimmen. Und dann können wir alle runtergehen. Moment, die Weihelfer haben gezeigt. Also, die da vorne haben gezeigt, dass es geht gut. Dann würde ich jetzt die Nein-Stimmen gerne sehen. Ich sehe jetzt hier die Wahlhelfer bereits runterzeigen. Das heißt, ihr könnt die Karten dann auch runternehmen. Und dann habe ich auch gleich eine klarere Ansage zum Thema Meinungsbild. Ich habe das Meinungsbild explizit so abgefragt, weil es doch eine sehr wichtige Information für die Versammlungsleitung ist. Ich teile dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild leicht negativ ausfällt. Dann würden wir, ich glaube, es liegt ein Resultat vor für die Auszählung. So, da ein Ergebnis vorliegt, übergebe ich dann das Wort an den Wahlleiter, um euch das Ergebnis der Wahl zum ersten stellvertretenden Generalsekretär vorzustellen. Alles da, perfekt. So, das Ergebnis vom Wahlgang zum ersten stellvertretenden Generalsekretär. Ich fange hinten an. Auf Platz 6, Bernhard Smollert, 5,68 Prozent der gültigen abgegebenen Stimmen. Ach, zur Info. Ihr wart richtig gut. 739 gültige und nur eine einzige ungültige Stimme. Bei der wir uns sogar ein bisschen drum gestritten haben, ob man die nicht auch als gültig zählen könnte, aber am Ende haben wir uns dagegen entschieden. Also fast. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal tatsächlich ganz ohne ungültige Stimmen. Das wäre ja sensationell, vielleicht, wenn es nächstes Mal gibt. Also, 5,68 Prozent Bernhard Smollerts Platz 6, 7,31 Prozent Ralf Hornig Platz 5, 17,86 Prozent Simone Wagner Platz 4, 30,04 Prozent Marcel Rischel Platz 3, 38,57 Prozent Michael Ebner auf Platz 2. Und damit haben wir einen ersten stellvertretenden Generalsek, nämlich Mark Huger mit 54,8 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an. Vielen Dank. So, liebe Versammlung, wir haben da natürlich jetzt zwei kleine Problemchen. Das heißt... Wie heißt der KV? Er ist Gensek in Bayern und Vorsitzender in Neumarkt. Okay, gut, das ist dann zwei Ämter, die ich nacheinander abfragen werde. Fangen wir mit der höchsten Gliederung an. Er ist im Moment Gensek im Landesverband Bayern. Akzeptiert die Versammlung, dass er beide Ämter kumuliert? Ja oder nein? Das ist ein klares Ja. Und dann hätte ich da noch eine Untergliederung des LV Bayern, nämlich er ist auch noch Vorsitzender vom KV Neumarkt. Akzeptiert die Versammlung, dass er auch dieses Amt mit kumuliert? Das ist auch eindeutig Ja. Damit ist die Wahl dann auch ordnungsgemäß angenommen. Ich danke euch für die schnelle Antwort. So, damit wäre der Wahlgang und das Wahlergebnis alles verkündet. Dann kommen wir jetzt zum Top 6, 7, optionale Wahl des stellvertretenden Schatzmeisters. Da dies ein optionaler Posten in der Satzung ist, bräuchten wir zuerst eine Aussprache, ob die Versammlung diesen Posten zu besetzen wünscht. Falls ihr das wollt, dann jetzt bitte Pro, Contra und Frageschlangen bilden zur Aussprache. Bitte klar die Karte zeigen, wenn ihr euch zu den Mikrofonen begebt. Ich sehe zwei Leute sich zu den Mikrofonen, drei, vier. Also wir haben Contra zu meiner Linken, bitte. Es geht um die optionale Wahl. Es geht um die optionale Wahl. Dann die Leute, die pro sind, bitte zu meinem rechten Mikrofon. Und dann Fragen bitte zum Luftballon-Mikrofon. So, ich habe schon mal eine Frage, das heißt, die lasse ich zuerst zu. Sind wir denn jetzt mit allen Ämtern durch, die wir verpflichtend brauchen? Ja, damit sind wir durch. Danke. Ich habe eine weitere Frage oder nein, keine Frage. Ich sehe sehr viele Leute am Pro-Mikrofon. Ich weise darauf hin, dass Doppelungen in der Argumentation zu vermeiden sind und dass es der Versammlungsleitung obliegt, die Rednerliste zu schließen, respektive die Äußerungen abzubrechen, wenn wir Doppelungen haben. Ich lasse dann die erste Aussage zu, bitte. Ich mache es auch ganz kurz. Wir haben Leute, die dieses Amt mit unterstützen wollen, den Schatzmeister. Es ist viel zu tun. Es ist ein Verwaltungsamt. Wir haben noch die Zeit zu wählen. Wir sollten das tun. Danke. Der Nächste, bitte. Ja, ich finde, dass es problematisch ist, wie wenn nur ein Schatzmeister da ist und der krank ist, kann man auf gewisse Dinge nicht kurzfristig reagieren. Das ist genauso, wie wenn in einer großen Stadt nur ein Feuerwehrauto da ist. Danke. Danke. Die nächste Frage, das nächste Statement, bitte. Ja, liebe Versammlung, wir haben gesehen, dass der Vorstand von einem Tag auf den anderen handlungsunfähig werden kann, wenn der Schatzmeister zurücktritt. Wir haben einen Schatzmeister gewählt, der schon einmal zurückgetreten ist. Wir sollten es also nicht riskieren, dass der nächste Bundesvorstand, den wir hier gewählt haben, wieder innerhalb von ein paar Wochen handlungsunfähig ist, weil es keinen Schatzmeister mehr gibt. Danke. Das nächste Statement, bitte. Wie wir wissen, hat ein Schatzmeister erheblich viel zu tun. Das heißt, ich bin der Meinung, wir brauchen einen Stellvertretenden. Danke, das ist eine Doppelung, das wurde bereits gesagt. Dann habe ich auch jemanden, der sich am Kontramikrofon angestellt hat. Dann würde ich dem jetzt auch das Wort erteilen. Okay, also stellvertretenden Schatzmeister brauchen wir nicht. Der Fall des Rücktritts kann nicht eintreten, weil unser Schatzmeister uns versprochen hat, er tritt nicht zurück. Also brauchen wir hier keine Zeit verschwenden, um einen stellvertretenden Schatzmeister für einen Fall zu wählen, der sowieso nicht eintritt. Danke für die Äußerung. Noch mal kurz zur Erinnerung. Pro Schlange, Fragen und Kontra. Und ich rufe den Monopol aus. Der soll bitte die Schlangen hier verwalten kommen, weil wir haben zwar viele Verwaltungsämter heute gewählt, aber scheinbar ist unser Schlangenverwalter hier abhandengekommen. Ah, der Schlangenbeschwörer ist wieder da, danke. So, dann käme ich zu der nächsten Pro-Statement, bitte. Ich bin für den stellvertretenden Schatzmeister allerdings nicht, weil eine handlungsunfähig eintritt, sollte der Bundesschatzmeister zurücktreten. Das ist auch beim letzten Mal nicht der Fall gewesen. Es wurde durchaus, Geldgeschäfte konnten weiter getätigt werden. Es ist eine sehr gut funktionierende Verwaltung vorhanden. Die Bedenken bestehen nicht. Ich bin aber dafür, die Last auf mehrere Schultern zu verteilen und begrüße einen stellvertretenden Schatzmeister sehr. Danke. Dann würde ich einen Kontrabeitrag zulassen. Nee, ich habe eine Frage. Ich möchte ein Statement hören. Wir benötigen keinen stellvertretenden Schatzmeister, weil die Bundesbuchhaltung funktioniert. Wir haben aber hervorragende Kandidaten dabei. Deshalb ist es der Versammlung überlassen, ob sie mag oder nicht. Aber es muss nicht sein. Danke. Dann würde ich als nächstes... Ist das eine Frage? Eine Frage, gut. Frage kommt vor. Ich hätte gerne, dass Stefan vielleicht mal ein Statement abgibt, ob wir das brauchen, ja oder nein. Welcher Stefan? Bartels. Schatzi. Es gibt ein paar, ne? Er weiß aber schon, wie ich meine. Wenn der Schatzmeister das mag, würde ich ihm jetzt ein Statement dazu ermöglichen. Bitte nimm... Ja, kann es auch hochkommen. Ja, also sicher sollte das eure Entscheidung sein, ob ihr einen wollt. Man kann natürlich Arbeit durchaus verteilen, weil Schatzmeisterrat viel Arbeit hat. Svanel hat es aber auch gesagt, wir haben eine wunderbar funktionierende Buchhaltung. Es hat Vor... Nee, Nachteile hat es eigentlich nicht. Es hat Vorurteile, ihn zu wählen, aber nicht unbedingt zwingend. Danke für die Erklärung. Dann hätte ich jetzt noch vier Pro-Beiträge. Das ist ein Kontra-Beitrag? Na, gar keiner. Okay, gut. Dann habe ich noch drei Pro-Beiträge. Dann bitte der nächste Pro-Beitrag. Aoi Piraten. Schatzmeisterei ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Wir können gar nicht genug Leute haben, die fachlich versiert sind und sich das in der Hand nehmen. Ich erinnere euch nur daran. Al Capone hat man nicht hinter Gitter gesteckt, weil er eine ganze Bahn niedergemäht hat, sondern wegen Steuerhinterziehung. So wertvoll kann es manchmal sein, ordentlich und vernünftig zu berechnen. Danke. Dann das nächste Pro-Statement. Bitte. Ja, also ich bin momentan einer der gewählten Kassenprüfer. Und ich habe also auch ein bisschen Einblick momentan in die aktuelle Arbeit des Bundesvorstandes, auch in die Schatzmeisterei. Und ich sehe so ein bisschen auch die Aufgaben, die da sind. Und ich würde es zumindest befürworten, wenn in diesem Bundesvorstand, der jetzt gewählt wurde, ein stellvertretender Bundesstaatsmeister da wäre, der auch den Stefan dann deutlich unterstützt und natürlich auch das ganze Team mit unterstützt, weil die Arbeit ist einfach da, nach dem, was ich gesehen hatte. Danke. Danke für das Statement. Es gibt im Moment Diskussionen. Ich habe einen GO-Antrag vorliegen. Ich lasse den zu. Hallo. Antrag auf Meinungsbild. Wer möchte einen stellvertretenden Schatzmeister? Ich glaube, die Diskussion ist überflüssig. Wir brauchen dazu kein Meinungsbild. Aber da der GO-Antrag formal zulässig ist, muss ich zuerst das Meinungsbild abfragen. Wer will einen stellvertretenden Schatzmeister oder nicht? Das ist überwiegend klar. Gut, ich teile dem Antragsteller mit. Das Meinungsbild geht positiv aus. Dann kämen wir jetzt auch, die Versammlungsverleitung schließt die. Die Meinungsäußerungen. Und wir kämen dann dazu, abzustimmen, ob die Versammlung einen stellvertretenden Schatzmeister will. Wer will hier einen stellvertretenden Schatzmeister? Wer will keinen? Bitte jetzt abstimmen. Das ist überwiegend positiv. Damit treten wir ein in die Wahl eines stellvertretenden Schatzmeisters. Und ich übergebe kurz an den Wahlleiter. Ich schließe die Kandidatenliste. Wir losen aus. Ich weise auch nochmal die Versammlung darauf hin, dass das Meinungsbild zur Vorstellung von Kandidaten während den Auszählpausen negativ beschieden wurde und dementsprechend sich die Versammlungsleitung auch daran halten wird. Wir werden also keine Kandidatenvorstellung während Auszählpausen haben. Wir losen jetzt aus. Ich würde dann Christian da bitten, einfach einen aufzufangen. Und einen nur. Sehr gut. Der ist zuerst dran. Gut. Der ist jetzt zuerst dran. Und das ist der... Roland. Der Roland Mulzer ist dann zuerst dran. Und als zweites kommt der Lothar Kraus dann dran. Dann könnt ihr euch vorbereiten. So, dann würde ich sofort mit dem Roland anfangen, sich vorzustellen. Roland, bist du da? Gut. Roland, du hast dich noch nicht vorgestellt. Dementsprechend hast du drei Minuten Zeit zum Vorstellen. Bitte. Ah ja. Okay. Ah, mein Name ist Roland Mulzer und bin auch bekannt unter meinem Nick Ahoy. Ich bin fast ein halbes Jahrhundert alt, habe zwei Kinder großgezogen. Ich war Schatzmeister im Kreisverband Landshut. Und es ist ein Wunder, dass ich hier überhaupt kandidieren kann. Das Wunder heißt Bundesschiedsgericht. Vielen Dank dafür. Auf das Wunder 2 warte ich noch. Ob meine Beitragszahlungen anerkannt werden und endlich ich dann auch akkreditiert werde, damit ich auch selber mich wählen kann. Auf das Wunder 2 warte ich noch. Ob meine Beitragszahlungen anerkannt werden und ich endlich akkreditiert werde. Im Januar in Bochum hat es geklappt. Hier will man mir keine Stimme geben. Alle guten Dinge sind drei. Und das Wunder Nummer drei ist mein Twitter-Implantat, das mir gerade meldet, wie über mich hergezogen wird. Das ist nicht Neues, das ist bei denen normal, denn sie haben Angst. Große Angst. Und das ist der eigentliche Grund, warum ihr mich wählen sollt, ja sogar wählen müsst. Was da gerade abgeht, ist, warum es ein Wunder braucht, um hier zu stehen. Für mich stehen an erster Stelle die Persönlichkeitsrechte, die es uneingeschränkt zu schützen gilt. Gleich danach kommt die Transparenz. Und dafür haben die Twitterer Angst, da ich niemanden decken werde. Die aktuelle Transparenz der Finanzen und deren Nicht-Nachvollziehbarkeit ist ein schlechter Witz. Und genau dieses Thema gehe ich an, als stellvertretender Schatzmeister. Fragen? Moment, die Frageliste werde ich eröffnen. Wenn das deine Vorstellung war, das war sie, dann würden wir jetzt die Versammlung fragen, ob sie den Kandidaten Roland Mulzer befragen will. Bitte jetzt abstimmen, ob ihr den befragen wollt. Das sieht für mich sehr klar negativ aus. Dementsprechend danke ich dem Kandidaten. Und wir würden dann den nächsten Kandidaten bitten, sich vorstellen zu kommen. Das ist der Lothar Kraus. Bitte jetzt sich vorstellen zu kommen. Auch der Lothar hat sich noch nicht vorgestellt. Dementsprechend hat auch er dann drei Minuten Zeit, um sich vorzustellen. Bitte. Hallo Piraten. Ich bin Lothar Kraus. Ich komme aus Frankfurt am Main in Hessen. Es gibt einen Job zu erledigen. Ich kann den Job. Und wenn ihr mir das Vertrauen gebt, dann werde ich ihn aus Ort führen. Wir haben auf diesem Parteitag ein tolles politisches Team gewählt. Mit Sekor, mit Christos, mit Carsten. Diesem tollen politischen Team muss ein starkes Verwaltungsteam nebendran stehen. Ich bin hier seit fast drei Jahren Landesschatzmeister in Hessen, davor anderthalb Jahre Kreisschatzmeister in Frankfurt. Ich kann den Job. Ich habe die Erfahrung dazu. Ich bin seit zwei Jahren im Bundesverwaltungsteam für die Verwaltungssoftware, für Rechenschaftsberichte. Ich bin im Team des Zentralen Beitragskontos. Das heißt, ich kenne die Abläufe, kenne die Piraten, die dort arbeiten, kann mit denen gut zusammenarbeiten und kenne auch die meisten Landesschatzmeister. Das Bundesverwaltungsteam macht momentan wirklich eine sehr gute Arbeit. Das ist gut aufgestellt. Die Leute sind einfach toll. Da möchte ich dran anknüpfen. Das möchte ich weiterentwickeln. In der letzten Zeit gab es auch hier in der Partei viel Gerede um Finanzen, um Kosten von Parteitagen, laufende Kosten, Parteienfinanzierung. Das zeigt mir ganz deutlich, dass es da ein Informationsbedürfnis gibt, das nicht befriedigt wurde. Das hat für Unsicherheit gesorgt. Das müssen wir jetzt ändern. Ich werde mich dafür einsetzen, dass ein Controlling eingerichtet wird, das so ein bisschen die laufenden Kosten überprüft, was neben der formellen Prüfung durch die Bundeskassenprüfer auch die Wirtschaftlichkeit von Ausgaben mit kontrolliert, so dass Fehlentwicklungen, sollten sie mal auftreten, Transparenz dargestellt werden und dann auch korrigiert werden können. Es steht auch an, einen neuen Haushaltsplan aufzustellen. Das werde ich dann mit Stefan Bartels angehen, denn im letzten halben Jahr haben sich dann durchaus einige Änderungen ergeben mit Beitragszahlungen, mit Spendeneingängen. Das müssen wir berücksichtigen, aber das werden wir dann auch gemeinsam auf die Reihe bringen. Ich möchte jetzt auch gar nicht so lange hier reden, weil ihr habt alle schon genug gehört heute und auch gestern. Das Einzige noch zum Abschluss, auch ich bin noch Landesschatzmeister in Hessen. Diese Aufgabe möchte ich bis zum Herbst auch zu Ende führen. Das heißt, es wird wieder eine Ämterkumulation notwendig, darüber wird dann nachher noch abgestimmt. Und jetzt danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn Fragen sind, stehe ich gern zur Verfügung. Das war eine fast Punktlandung mit noch sechs Sekunden, hättest du dich noch vorstellen dürfen. Wir würden dann die Versammlung fragen, wollt ihr den Lothar Kraus befragen, ja oder nein. Nein, jetzt bitte die Karten hoch. Das sieht für mich positiv aus. Dementsprechend kommen wir zu einer Befragung. Bitte jetzt euch ans Saalmikrofon begeben und macht klar, dass ihr euch dahin bewegt, damit wir dann das auch schließen können irgendwann. So, ich sehe, bitte, falls jetzt noch sich einer zum Mikrofon bewegt, bitte schön die Karte hochzeigen, damit ich weiß, dass ihr unterwegs seid. Gut, ich schließe jetzt die Rednerliste. Die Fragendenliste, falls das jemand so genau haben will. Dann will ich jetzt nur wissen, wie viele Leute es sind. Das sind acht Leute. Dementsprechend losen wir dann die fünf ersten Fragesteller aus. Das ist die Nummer vier, bitte. Die Nummer sieben. Die Nummer fünf. Die Nummer zwei. Und die Nummer sechs, bitte. Bitte die anderen drei noch stehen bleiben in der Reihenfolge, wo ihr jetzt da wart. Falls die Versammlung eine zweite Befragung zulässt. Und dann würde ich die erste Frage bitten. Wie möchtest du diesen, ich nenne es jetzt mal, Aufsichtsrat besetzen? Stimmst du da selbst ab, wer reinkommt oder lässt du das dem Vorstand machen? Oder wie hast du dir das vorgestellt? Du meinst das Controlling, was ich angesprochen habe. Das ist natürlich, weil es nicht der Satzung vorgeschrieben ist, ist es erstmal etwas, was man auf freiwilliger Basis einfach mal ausprobiert. Ich werde da in Zusammenarbeit mit den Kassenprüfern sehen, wer sich dafür meldet, wer dafür geeignet ist. Und dann einfach die Gruppe, die sich dort meldet, wird eingesetzt, wird Zugriff erhalten. Und die sollen das dann machen. Danke. Dann die nächste Frage, bitte. Hallo Lothar. Du hast ja in verschiedenen Ämtern auch in den letzten Jahren sehr viel getan. Daher auch an dich die Frage, was ist denn das, womit wir als Basis oder auch in den Kreisen und Bezirksverbänden, die wir haben, die dortigen Schatzmeister, dich in deiner Rolle im Bundesvorstand, so du denn gewählt werden würdest, unterstützen können? Gerade in Hessen muss ich den Kreisstaatsmeistern ein großes Lob aussprechen. Es hat immer sehr gut funktioniert. Und das wünsche ich mir auch bundesweit von allen Kreisstaatsmeistern einfach, dass die Arbeit sauber erledigt wird, dass die Belege sauber gesammelt werden, dass die Rechenschaftsberichte pünktlich abgegeben werden. Und wenn da jeder mit anpackt, ist es auch mit vernünftiger Arbeit alles zu leisten. Danke. Danke. Dann die nächste Frage, bitte. Lothar, du hast gesagt, du bist mit den Landesschatzmeistern gut vernetzt. Es gab ja mal den Finanzrat, der aus Gründen mangelnder Kunst aufgelöst wurde. Seko hat ja gestern angesprochen, dass den Ländern ein Vetorecht zugestanden werden soll. Traust du dir zu, da eine kooperative Lösung hinzukriegen, damit das nicht eskaliert zwischen Bund und Land? Ich halte das sogar für sehr wichtig. Gerade bei den Ereignissen der letzten Monate haben wir gesehen, wenn Bund und Landesverband sehr unterschiedliche Signale aussenden, sorgt das für Verunsicherheit nicht nur bei den Mitgliedern, sondern auch bei unserer Außenwahrnehmung. Das müssen wir besser steuern. Dazu müssen wir die Landesverbände mit alle ins Boot holen, dass wir uns gerade in kritischen Situationen einigen, wie wir nach außen vorgehen wollen. Danke. Dann die nächste Frage bitte. Hallo Lothar, die letzten Jahre wetteifert der Landesverband Hessen mit Rheinland-Pfalz um die höchste Beitragsquote im gesamten Bundesverband. Kannst du bitte in kurzen Worten erläutern, wie du das geschafft hast? Ja, die, die bezahlen, sind natürlich die Mitglieder. Das heißt, die Mitglieder müssen im Prinzip sagen, warum sie bezahlen. Da bin ich auch dankbar, dass das in Hessen und Rheinland-Pfalz alles sehr gut funktioniert. Ein Grund ist natürlich, wir haben schon sehr früh Lastschrifteinzug eingeführt. Das bringt eine sehr hohe Zahlerquote. Wir haben vernünftige Zahlungserinnerungen rausgeschickt. Ich weiß, die Rheinland-Pfälzer haben die Möglichkeit der Streichung der Ersatzung mal in Anspruch genommen. Das sorgt natürlich für eine Bereinigung. Das ist alles, das lastet momentan auf den Landesschatzmeistern. Ich weiß, dass jeder das Beste dabei tut, gerade Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, die auch sehr große Landesverbände sind, haben da momentan gute Teams, die das auch auf einen guten Weg gebracht werden. Das müssen wir natürlich bundesweiter für sorgen, dass das immer besser wird. Danke, ehe ich die letzte Frage dieser Runde zulasse, würde ich den Wahlleiter bitten, sich so langsam wieder zur Bühne zu begeben. Sonst könnten wir wieder Zeitverzögerungen bekommen. Also zügig zur Bühne bitte. Und dann die letzte Frage für diese Runde bitte. Ja, hallo, mein Name ist Stefanie Nöter, Landesschatzmeisterin Nordrhein-Westfalen. Ich arbeite mit dem Lothar seit zwei Jahren zusammen und wollte noch mal fragen, du hast in den letzten Jahren so irre viel Zeit investiert. Kannst du mir mal kurz sagen, wie viel du so in der Woche dafür aufopferst? So aktuell sind das in ruhigen Zeiten so 20 bis 30 Stunden die Woche. Wenn es mal gerade im Rechenschaftsbericht, wenn was anliegt, dann geht es auch mal auf 50, 60 Stunden die Woche. Danke. Ich habe noch wie viele Fragesteller von den drei, die vorhin noch übrig waren, die noch anstehen? Zwei. Dann frage ich die Versammlung, wollt ihr eine weitere Befragung des Kandidaten durchführen? Ja oder nein? Das ist ein klares Nein. Dann tut mir leid, ihr beiden. Damit wäre die Befragung zu Ende. Ich danke dem Kandidaten für seine Vorstellung und würde dann an sich ganz gerne den Wahlleiter hier neben mir begrüßen, um die Wahl durchzuführen. In der Zwischenzeit will ich aber kurz anmerken, uns ist vorhin ein kleiner Fehler unterlaufen, für den möchte ich mich auch noch entschuldigen. Die Anke Domscheid-Berg hat gesprochen an einer Stelle in der Versammlung, wo das nicht vorgesehen war. Ich ziehe mir diese Kappe an. Es war mein Fuh und sonst keinem seiner. Von daher, falls ihr einen Shitstorm wollt, dann bitte den Versammlungsleiter hier und sonst keinen vom Team. Das war meine Entscheidung. Ich sehe auch den Wahlleiter. Ich würde dann an den übergeben für die Wahl. Das ging alles viel zu schnell. Ich hole mir einmal meine Bereichsleiter ran. Herr Funk, einen Moment. Gut, während wir noch auf zwei Wahlhelfer warten, erkläre ich ganz kurz das Prozedere. Das kennt ihr schon. Wir benutzen Stimmzettel Nummer 8. Das ist so ein Apfelgrün. Damit wir das Doppelabreißen verhindern am Ende, müsst ihr so ein Light Purple Stimmzettel haben. Also wir benutzen diesen Apfelgrünen Stimmzettel und auf der grünen Karte streichen wir dieses Mal die 8 ab. Soweit alles gut. Wir haben bei den letzten Malen keine besonderen Auffälligkeiten gehabt, außer diesen einen Wahlzettel, Stimmzettel, der ausgefüllt war mit irgendwelchen Namen, die da in die Kästchen geschrieben waren. Das ist kein Lottoschein, das müsst ihr so nicht ausfüllen. Also macht Kreuze, wie auf dem Lottoschein. So, jetzt frage ich noch einmal da hinten hin. Haben wir jetzt alle Wahlhelfer? Ich kriege einen Daumen hoch. Perfekt. Dann gehen die Wahlhelfer jetzt bitte an ihre Ohren und heben einmal die Hände. So gibt es ein oder Widerspruch gegen diese Wahlhelfer für diesen Wahlgang. Das ist nicht der Fall. Das dazu, also, ja, machen wir noch, danke. Das machen wir noch mit dem Beamer, das kriegen wir hin, hoffe ich. Also, dass Sie die Nummern davor schreiben, bitte. Der Roland ist die 1, der Lothar ist die 2. Ich sage das schon mal, es kommt aber auch noch auf den Beamer, hoffe ich. So, die Uhren werden einmal als leer gezeigt. Ich habe übrigens keinen Widerspruch gehabt, gerade deswegen. Ihr seid herzlichen Glückwunsch, ihr seid alle Wahlhelfer. Die Uhren sind leer. Jetzt bitte die Uhren zumachen. Die Wanderhren marschieren los. Perfekt. Die Uhren können zugemacht werden. Und sie sind jetzt alle zu. Wir haben die Zahlen auf dem Beamer. 1 Roland Mulzer, 2 Lothar Kraus. Der Wahlgang ist eröffnet, ihr dürft die Zettel einschmeißen. In der Zwischenzeit würde ich den Bundesvorsitzenden Stefan Körner bereits zur Bühne bitten. Stefan Sekor Körner, bitte zur Bühne. Falls Verwirrung aufgekommen sein sollte, das ist der 7. Wahlgang. Wir wählen mit Stimmzettel Nummer 8. Apfelgrüner Stimmzettel Nummer 8. Auch hier wieder, falls es zur Verwirrung gekommen sein sollte, ich wiederhole das nochmal auf eurer Stimmkarte. Dieser Grünen wird abgekreuzt, welchen Zettel ihr einwerft. Nicht die Wahlgangnummer, sondern der 8. Zettel wird eingeworfen. Es wird die 8 abgekreuzt. Vorletzter Aufruf zur Wahl. Ihr kennt das bereits. Wer jetzt noch nicht gewählt hat, geht bitte in Ruhe zu einer Urne und wählt. So, allerletzter Aufruf zur Wahl. Wer jetzt noch wählen will, möchte bitte in Panik durch die Halle rollen. Da sehe ich noch Menschen rennen. Und auf den Beamer gucken, das sieht aus wie eine Wahl. Gut, das war das. Ich sehe jetzt niemanden mehr zu einer Urne rennen. Da drüben wird noch gewunken, es wird doch noch gewählt. So, jetzt aber. Es wählt niemand mehr, die Urnen sind zu. Ich habe jetzt keine Zettel mehr in die Urne und wir kommen zur Auszählung. Danke. Einmal dieselbe Urne laufen gleich noch. Danke dem Wahlleiter. Damit wären wir dann in der Auszählpause. Gemäß unserem Plan haben wir in der Auszählpause Redebeiträge. Wir haben die Anmeldung eines Redebeitrags vom Bundesvorsitzenden Stefan Körner. Den würde ich ganz gerne zulassen, sozusagen als meine letzte Amtshandlung. Ich übergebe nämlich jetzt hiermit die Versammlungsleitung an Daniel Düngel, der euch dann bis heute Abend oder späten Nachmittag weiter begleiten wird. Es war mir eine Freude, ihr wart im Großteil der Fälle sehr diszipliniert und damit übergebe ich Versammlungsleitung und dann auch die Rede an den Stefan. Bitte. Liebe Piraten, diese Partei ist die geilste Partei, die ich mir vorstellen kann. Ich bin in dieser Partei seit fünf Jahren mit Herzblut aktiv und ich habe in der Zeit unglaublich viele, unglaublich interessante Menschen kennengelernt. Manche sind ein bisschen komisch, manche sind so komisch wie ich. Aber alle haben etwas, was sie dazu bewegt hat, zu dieser Partei zu kommen und ihr Engagement in diese Partei einzubringen. Ich habe vorhin gesagt, dass ich möchte, dass wir alle die Möglichkeit haben, unsere Politik zu machen. Wir haben im Augenblick 450 Parlamentarier. Wir sollten diesen Parlamentariern den Rücken stärken und zwar gemeinsam. Ich weiß, dass ein paar von euch jetzt enttäuscht sind, weil Seko als Bundesvorsitzender ist kacke. Das tut mir auch wirklich leid. Ich kann euch versprechen, dass ich mein Möglichstes tun werde, jedem, der hier ist und der aktiv sein will, den Rahmen zu bieten, Politik zu machen. Ich bin der, der nicht ausgrenzen will, sondern ich möchte der Bundesvorsitzende sein, der dafür sorgt, dass wir wieder gemeinsame Erfolge haben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann haben wir die Erfolge in Berlin auch der Tatsache zu verdanken, dass die Berliner immer noch einen Tick komischer sind als wir. Und der größte Verlust, den diese Partei erleiden könnte, wäre, wenn die ganz komischen oder die ganz Berliner jetzt irgendwie gehen würden und sagen würden, das ist nicht mehr unsere Partei. Das wäre falsch. Bitte bleibt hier. Und ein Punkt noch, falls ich jetzt irgendjemanden aus irgendeinem Landesverband beleidigt haben sollte, tut mir das leid, das war keine Absicht. Und das ist jetzt einfach so der Rede geschuldet. Also, bitte, gebt unserem neuen Bundesvorstand die Möglichkeit zu beweisen, dass es ihm ernst mit dem Miteinander in dieser Partei ist. Ich habe vorhin jemandem genau das gesagt und er hat gesagt, wir vertrauen dir nicht mehr. Das ist Kacke. So ein kleines bisschen Vertrauen am Anfang, dass ich nicht alles genauso schlimm machen werde, wie die schlimmsten Träume oder Albträume der Leute sind, wäre cool, um einfach einmal durchatmen zu können und dann loszulegen. Nochmal, mein Versprechen gilt, wir machen gemeinsam Politik. Ja, vielen Dank an den neuen Bundesvorsitzenden Stefan Körner. So, wir sind zwar mitten im Wahlgang. Wir haben uns ja eben vorhin entschieden, dass wir keine Kandidatenvorstellungen in den Auszählpausen machen wollen. Was wir allerdings sehr wohl machen könnten, Lass mich einen Satz eben sagen. Der Wahlleiter will was sagen. Also, wir könnten jetzt dem Wahlleiter zuhören. Ich schlage vor, wir tun das. Vielen Dank. Ich mache das auch ganz schnell. Es geht um die Wahlhelfer und deswegen bitte auch einmal die da drüben in der Schlange zuhören. Tippt euch mal gegenseitig auf die Schulter, dass mir alle kurz zuhören. Da müsste mir einer zuhören, damit das überhaupt funktioniert. Ah, sehr gut. Alle Wahlhelfer einmal zuhören, bitte. Ich warte noch auf die beiden vorne, die sind so konzentriert. Könnt ihr den mal freundlich schubsen? Ja, jetzt haben wir sie. Hallo, Aufmerksamkeit. Also, liebe Wahlhelfer, es geht darum, ihr bekommt natürlich nicht nur einen feuchtwarmen Händedruck von mir, den es da vorne an der Bühne gleich gibt, oder ein herzliches Danke von der Versammlung, was immer wieder Applaus gibt, sondern ihr bekommt eine Aufwandsentschädigung für die Zeit, die ihr hier arbeitet. Und deswegen möchte ich, also da gibt es Formulare für, die bekommt ihr auch gerade bei der nächsten Ausgabe. Ich möchte euch bitten, dass ihr gleich alle einmal hinter die Bühne kommt, im nächsten Wahlgang, vor dem nächsten Wahlgang, damit wir euch erklären können, was ihr da eintragen müsst. Das ist doch ein bisschen kompliziert. Und bevor wir hinterher von der Akkreditierung Ärger kriegen, bitte einmal alle Wahlhelfer gleich, nachdem ihr euren Zettel abgegeben habt, dort drüben hin, neben die Bühne. Wir gehen dann hinter die Bühne zur Erklärung dieses Reisekostenformulars. Das war's. Jetzt darf der Daniel. Das ist aber sehr nett von dir. Also, mein Vorschlag wäre, wir haben ja noch zwei mögliche Wahlen durchzuführen, also zwei mögliche Vorstandswahlen durchzuführen. Das wären die optionale Wahl des stellvertretenden politischen Geschäftsführers und die optionale Wahl eines zweiten stellvertretenden Generalsekretärs. Ich würde jetzt gerne mit euch die kurze Diskussion führen, zunächst, ob wir einen optionalen stellvertretenden politischen Geschäftsführer wählen wollen. Über diese Verfahrensweise, dass wir das jetzt in der Auszählpause machen, würde ich gerne einmal mir ein Meinungsbild einholen. Also bitte einmal das grüne Kärtchen nach oben, wenn ihr meint, wir machen das genauso, wie ich das vorgeschlagen habe, also jetzt in der Auszählpause, das orange Kärtchen, wenn ihr sagt, nee, wir warten. Das ist eine deutliche Mehrheit dafür, dann verfahren wir jetzt auch so. Ich eröffne also die Aussprache darüber, ob wir einen stellvertretenden politischen Geschäftsführer wählen wollen. Wenn es dazu Redebeiträge gibt, dann dürft ihr euch jetzt an die Mikrofone bewegen, an die Pro- und Kontra-Mikrofone. Wenn ich... Steffi, du stehst an. Okay. Wir machen das mal. Ich darf euch bitten, falls da noch mehr Redebeiträge dazukommen, möglichst nicht redundant zu reden. Wir haben nicht so ganz wahnsinnig viel Zeit, da lange drüber zu diskutieren. Also, Steffi, mit dir fangen wir dann an, bitte. Also ich finde gerade, auch beim politischen Geschäftsführer brauchen wir Unterstützung. Da kann die Last nicht auf genug Schultern verteilt werden. Und für zukünftige Wahlgänge bildet man so den nächsten zukünftigen politischen Geschäftsführer vielleicht weiter oder fort. Ich finde das Amt enorm wichtig. Bitte wählen. Dankeschön, Steffi. Ich sehe jetzt niemanden am Kontra-Mikrofone. Du möchtest auch eine Pro-Rede halten. Mikrofon ist offen. Du kannst loslegen. Ja, hallo, Versammlung. Klaus Amorfeld. Als Mitglied des Teams Pol-Gef, das sehr lange schon besteht, würde ich euch bitten, hier einen zusätzlichen, stellvertretenden politischen Geschäftsführer zu wählen, weil gerade in diesem Bereich gibt es so immens viel Arbeit. Wir haben über zwei Jahre die Themenbeauftragte, die Landespol-Gefs in dieses Team integrieren können. Die sind dort, arbeiten dort aktiv. Das ist eine immense Arbeit und die sollte auf möglichst viele Schultern verteilt werden. Und deshalb bitte ich euch, im Namen des Teams stimmt dafür, einen stellvertretenden politischen Geschäftsführer zu wählen. Danke. Michael, Pro- oder Contra-Rede dazu? Weil Contra wäre dann da. Du möchtest einfach so reden. Ich habe eine Frage. Also hier ist ja Verständnis, Fragen und GO-Anträge. Gibt es schon Kandidaten für das Amt und könnte man die auf den Beamer tun? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Wir lassen das prüfen. Ich sage dir gleich eine Antwort dazu. Dann machen wir erstmal den nächsten Contra-Beitrag. Dann bitte. Ja, hallo. Es wurde gesprochen von einem Team und es wurde gesprochen von einer konstruktiven Arbeit. Um eine konstruktive Arbeit zu leisten, brauche ich nicht noch einen zusätzlichen Posten. Es geht vielmehr darum, ein Team zu bilden. Das kann in dem Fall der politische Geschäftsführer selber machen. Und mit dem Team dann konstruktiv zu arbeiten und nicht unbedingt, um noch einen zusätzlichen Posten, den wir jetzt ausfüllen. Okay, vielen Dank. Ich lasse jetzt nochmal einen Contra-Beitrag zu, weil wir zuerst zwei Pro-Beiträge hatten. Das heißt, du darfst jetzt als nächstes bitte. Also ich schließe mich schon mal inhaltlich meinen Vorredner an und möchte noch sagen, dass dieselbe Aufgabe auf mehr oder weniger mehrere Ämter erzeugt, nur eine gewisse Verantwortungsdiffusion und die ist zu vermeiden, wenn es auch anders geht. Okay, vielen Dank. Ein Pro-Beitrag. Ich bin eindeutig dafür, den zu wählen. Der Posten kostet uns nichts, aber wenn wir Leute haben, die in der Öffentlichkeit sich auf ein Amt berufen können und interessant sind für die Medien, können wir mehr Medienzeit kriegen und uns fehlt Medienzeit. Vielen Dank. Ein Kontra-Beitrag. Ja, ein vielleicht Kontra-Beitrag. Also eigentlich bin ich der Ansicht, dass wir genügend Leute im Vorstand haben. Müssten jetzt wieder sieben sein. Das passt meines Erachtens eigentlich. Aber ich bin bereit, meine Meinung zu ändern. Ganz ungewöhnlich in der Piratenpartei. Und zwar dann, wenn der jetzige Vollgf sagt, ja Mensch, ich hätte gerne einen Stellvertreter. Ist der auffindbar? Hat er eine Meinung dazu? Wenn ja, wäre es prima, die zu hören. Applaus Okay, Steffi, nochmal. Sehe ich das richtig? Dann bitte. Ja, beim politischen Geschäftsführer ist auch mal die Möglichkeit, Menschen werden krank, können aus bestimmten Gründen nicht weiterarbeiten, treten zurück. Mit einem Stellvertreter ist das schneller ersetzbar als durch ein Team. Die Position fällt ansonsten weg. Ja, bitte wählt ihn. Okay, vielen Dank, Steffi. Wenn ich jetzt den Beitrag davor richtig verstanden habe, würdest du gerne Christos quasi dazu hören. Wenn ich richtig aufgepasst habe, habe ich Christos gestern zum politischen Geschäftsführer gewählt. Ich weiß jetzt nicht, wo er gerade rumschwirrt, ob er da ist, ob er noch da ist. Wenn er da ist, vielleicht kann mir das irgendjemand signalisieren, der ihn schon mal gesehen hat in den letzten... Okay, der Bundesvorstand ist gerade in der Besprechung und werden wir das jetzt nicht realisieren können, dass wir dazu Christos jetzt hören können. Michelle, magst du einmal kurz hier hochkommen? Also, auf die Frage dann... Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Stopp mal. Kein Moment. Also, auf die Frage nach den Kandidaten. Wir haben definitiv Kandidaten für das Amt des stellvertretenden politischen Geschäftsführers. Das ist in Vorbereitung, dass wir das gleich auch auf den Beamer bringen können, natürlich. Die Liste ist auch noch offen. Wenn man das auch noch tun kann, kann das auch noch tun. Das wollte ich gerade sicherheitshalber mit dem Wahlleiter noch absprechen, dass das auch tatsächlich der Fall ist. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortbeiträge zu dieser Diskussion. Dann möchte ich gerne darüber abstimmen lassen, ob wir diesen optionalen Vorstandsposten wählen wollen. Ich darf euch also um das grüne Steffi noch eine Frage. Ich habe gerade den Christus am Telefon und er sagt, er hätte gerne einen stellvertretenden politischen Geschäftsführer. Okay. Also, die Stefanie Nöter hat dann quasi gerade den Proxy für den Christus gemacht. Ihr habt es gehört. Und damit kommen wir jetzt zu der Abstimmung darüber, ob wir einen stellvertretenden politischen Geschäftsführer wählen wollen. Grünes Kartenzeichen heißt ja, wir wollen wählen. Oranges Kartenzeichen heißt nein, wir wählen nicht. Ich sehe eine überwältigende Mehrheit, die sich dafür ausspricht, einen stellvertretenden politischen Geschäftsführer zu wählen. Dann werden wir das nachher auch dementsprechend tun. Also, Kandidatenliste ist noch offen. Wer noch kandidieren möchte, kann das demzufolge gerne weiterhin hier vorne am Frontoffice tun. Ich sehe einen Geschäftsordnungsantrag. Zulassung von Kandidierenden für die optionalen Ämter durch Abstimmung mit der grünen und der roten Karte. Ich persönlich habe das jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Ja, Zulassung von Kandidierenden für die optionalen Ämter durch Abstimmung mit der grünen und roten Karte. Ich möchte kandidieren und hatte formale Probleme bei der Unterschriftensammlung. Also, ich erkläre das, da wir das jetzt am Mikrofon hatten, der junge Mann mit dem GO-Antrag. Das ist jetzt etwas kompliziert und irgendwie so ein ganz merkwürdiger Kreislauf. Also, das, was du gerade vorgeschlagen hast oder beantragt hast, wäre ein GO-Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Das könnten wir theoretisch so tun. Das einzige Problem dabei ist, dieser GO-Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung, der braucht 20 Unterschriften von akkreditierten Mitgliedern. Das heißt, du müsstest jetzt 20 Unterschriften sammeln, damit die Geschäftsordnung geändert werden kann. Dann kannst du die direkt auch für die Kandidatur sammeln. Ich bitte dich einmal zum Frontoffice zu gehen, wenn du es aufrecht halten möchtest. Versuch bitte die 20 Unterschriften regulär zusammenzukriegen. Lass dir helfen, wenn du da kandidieren möchtest. Das kriegen wir dann sicherlich hin. Ein paar Minuten Zeit haben wir auf jeden Fall noch. So, es gibt noch einen angemeldeten Redebeitrag der jungen Piraten. Den würde ich jetzt gerne zulassen, wenn der Redner oder die Rednerin denn da ist und bereit ist. Da kommt jemand gerannt. Möchtest du für die Juppies reden, ja? Ganz hervorragend. Dann bist du ganz willkommen hier oben auf der Bühne. Hallo zusammen. Ich bin Lara Pscheni. Ich bin Sprecherin im Bundesvorstand der jungen Piraten. Vor ein paar Tagen hat Norbert Lammert im Bundestag gesagt, ertrage es mit Fassung, dass er, so wie der Rest der Gesellschaft, dauerüberwacht wird. Hätte es noch eines einzelnen Symbols bedurft, was die Koalition und die Regierung als Bilanz vorzuweisen haben, jetzt über neun Monate nach der Bundestagswahl, hier haben wir dieses Symbol. Die Regierung trägt es mit Fassung, dass ein Jahr nach Bekanntwerden der Massenüberwachung aller Menschen dieser Welt noch immer keine politischen Konsequenzen gezogen worden sind. Aber warum denn auch? Es ist ja gewollt von Regierungsseite, dass alle Menschen überwacht werden. Es ist gewollt, dass es Geheimdienste gibt, die fernab jeder demokratischen Kontrolle alles aushöhlen, was wir glauben, errungen zu haben. Geheimdienste zeigen uns, dass Begriffe wie Rechtsstaat, Demokratie und Menschenrechte nur leere Hüllen sind. Die Koalition hat über ein Jahr gebraucht, um sich endlich dazu herabzulassen und ja wirklich herabzulassen, einen NSA-Untersuchungsausschuss in die Wege zu leiten. Generalbundesanwalt Range hat vor drei Wochen endlich Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet, nicht jedoch wegen der massenhaften Überwachung unschuldiger Menschen, sondern einzig und allein, weil das Handy der Kanzlerin abgehört wurde. Es hinterlässt einen faden Beigeschmack, wenn einzig ein möglicher Rechtsbruch der Privatsphäre bei der mächtigsten Frau Deutschlands geahndet wird und allen anderen Menschen diesem machtlos gegenüberstehen müssen. Und wir ertragen das nicht mehr mit Fassung. Die Regierung trägt es mit Fassung, dass wir einen Mindestlohn einführen, der jedoch Erntehelferinnen, Zeitungsausträgerinnen, Praktikantinnen und Langzeitsarbeitslosen unter anderem es gibt noch viele weitere Ausnahmen ausschließt. Wir tragen das nicht mehr mit Fassung. Die Regierung trägt es mit Fassung, dass an den Außengrenzen Europas Refugees sterben, bei diesem gleichgültig und ideenlos gegenübergestanden wird und keiner die Bereitschaft hat, ihnen Asyl zu gewähren. Weltweit gibt es laut der UN über 50 Millionen Flüchtlinge und wir tragen das nicht mehr mit Fassung. Die Regierung trägt es mit Fassung, dass Facebook seine Server nach Irland stellt, weil dort der Datenschutz wesentlich lockerer ist und gleichzeitig Millionen Gewinne mit unseren privaten Informationen erwirtschaftet, die, wenn sie einmal auf Facebook sind, uns de facto nicht mehr gehören und wir tragen das nicht mehr mit Fassung. Wir tragen es bei keinem dieser Themen noch mit Fassung, wie hier Koalition und Regierung handeln. Es ist unsere aller Aufgabe für das nächste Jahr, hier auch ganz deutlich öffentlich zu zeigen, was wir alles nicht mehr mit Fassung tragen und nicht mehr mit Fassung tragen wollen. Wir haben einen Gesellschaftsentwurf, der der aktuellen konservativen Regierung diametral gegenübersteht und diesen Gesellschaftsentwurf werden wir nach außen tragen und wir hoffen, dass auch ihr diesen Gesellschaftsentwurf nach außen tragt. Wir sind eine pluralistische heterogene Partei und wir stehen für eine pluralistische und heterogene Gesellschaft. Deshalb darf es kein Zurück zur Ein-Themen-Politik geben. Denn die Ein-Themen-Partei wird uns nicht weiterbringen und sie wird dieser großartigen Diversität der hier versammelten Menschen auch nicht gerecht. Wir müssen über den Tellerrand der Netzpolitik gucken. Wir wollen uns noch ganz herzlich bedanken bei Torsten, Niki, Caro, Geffion und Alexander für ihre großartige Arbeit in dieser schwierigen Zeit und wir sind zuversichtlich, dass der neue Bundesverstand die erfolgreiche Arbeit fortsetzen wird. Unsere Hoffnung ist eine konstruktive Arbeit auf Augenhöhe, von der sowohl die UPs als auch die Partei profitieren können. Denn es gibt viel zu tun. Innerhalb der Partei muss es ein Umdenken geben. die Mitarbeit von freiwilligen Helferinnen ist unsere einzige Ressource und wir haben eine so verschwenderische und ausbeuterische Art mit dieser umzugehen, dass wir diese Helferinnen innerhalb von kürzester Zeit aufbrauchen und ausgebrannt zurücklassen und das kann so nicht weitergehen und das muss sich dringend ändern. zum Schluss noch was organisatorisches und zwar wir veranstalten dieses Jahr auch wieder ein Sommercamp bei den jungen Piraten und zudem sind alle Menschen unter 28 Jahren herzlich eingeladen. Das Sommercamp findet vom 2. bis zum 10. August in Moritzburg statt, das ist in der Nähe von Dresden. Dort wird das Vorträge und Workshops geben, dieses Jahr unter dem Motto Staat und Gewalt. Und wie immer suchen wir natürlich neue Mitglieder und Fördermitglieder. Also wenn ihr unter 28 seid, könnt ihr gerne bei uns Mitglied werden und euch aktiv beteiligen und wenn ihr über 28 seid, dann seid ihr herzlich eingeladen Fördermitglied zu werden. Die Formulare für beide Mitgliedschaften gibt es oder ihr könnt mich fragen. Und ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Parteitag. Dankeschön. So, vielen Dank für den Redebeitrag. Man kann übrigens auch online beitreten. Funktioniert hier in dem funktionierenden LAN und WLAN übrigens auch hervorragend. An der Stelle ein Lob an die Technik. So, eine kurze Moment. Ich habe eine Durchsage, die Martina Pöser soll zum PPIU-Treffen kommen, rechts vor der Halle von der Bühne ausgesehen. Das müsste dann wahrscheinlich da sein. Die ist schon da. Dann ist das quasi veraltet hier. Ich schmeiße das mal weg. Der Wahlleiter hat ein Ergebnis. Ich übergebe an den Wahlleiter und ich übergebe ganz kurz an die Claudia, die für einen kleinen Moment die Versammlungsleitung übernehmen wird. Aber keine Sorge, ich bin gleich wieder da. gut. Gut, also ich habe zwei Dinge. Das eine, damit wir jetzt uns vorbereiten können. Ich schließe jetzt die Liste für die Kandidatur zum stellvertretenden politischen Geschäftsführer. Die Liste ist jetzt zu. Keine weiteren Kandidaten mehr zugelassen. Die losen wir gleich auch aus. Dann habe ich ein Ergebnis und dafür gehe ich darüber. rüber. So, jetzt von meinem Mikro, weil das von hier immer ein bisschen hübscher ist, auch mit dem Gratulieren und so. Wir haben 580 gültige und 13 ungültige Stimmen. Das würde mir jetzt wehtun, aber ich bedanke mich zumindest bei allen, die auf ihren Wahlzettel geschrieben haben. Danke an die Wahlhelfer, danke an das Team, ihr seid super und so weiter. Ich gebe das hiermit weiter, das Team, ihr habt gehört, die Leute schreiben auf ihre Wahlzettel wie super ihr seid. Wir haben zwei Kandidaten gehabt, das Ticket ist da, auf Platz 2, Roland Mutzer 7,24 Prozent der abgegeben und gültigen Stimmen und stellvertriebener Schatzmeister ist Lothar Kraus mit 88,28 Prozent der abgegeben gültige Stimmen. Lothar kommst du zur Bühne. Nimmst du die Wahl an? Ich danke euch für euer Vertrauen und nehme die Wahl an. Also, wir haben jetzt das übliche Problem der Ämterkumulation. Darf der Lothar Kraus weiterhin Schatzmeister vom Landesverband Hessen bleiben? Soweit ich informiert bin, war es bis November auf jeden Fall, oder? Bis zum Herbst, bis zum nächsten Landesparteitag. Ist die Versammlung damit einverstanden? Ich bitte um Handzeichen Ja oder Nein? Das ist eindeutig mehrheitlich Ja. Ja, ich mache einfach direkt weiter. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir losen die Reihenfolge aus für die Wahl zum stellvertretenden politischen Geschäftsführer. Ich habe allerdings da gleich ein paar widerstehen, die wahrscheinlich ihre Kandidatur zurückziehen, wollen, zurückgezogen haben. Ihr könnt das leider immer nur, wenn ihr die Unterschriften abgegeben habt, in dem Moment, wo ich das hier aufrufe. Von daher meldet euch dann bitte. Das könnt ihr jetzt schon tun, indem ihr schreit nach vorne kommt oder wenn ich euren Namen sage. Danke schön, wir losen aus. Dann haben wir wieder ein paar mehr. Als erstes Ali Utlu. Dann Wolf-Marvin Weidner. Gut. Marvin Weidner zieht zurück. Er hat Er hat dich Jungs genannt. Er hat dich Jungs genannt. Das finde ich super. Babak Tubis als nächster. Bernd Schreiner als drittes. Gero Kühn als viertes. Nickt. Gut. Franziska Jentsch ist Nummer 5. Dann Christian Hufgardt als Nummer 6. Und Bernhard Smollatz als Nummer 7. Das ist völlig verwirrend, immer dieser Aufkleber. Ich denke, da ist noch einer drin. Ali Utlu, Babak Tubis, Bernd Schreiner, Gero Kühn, Franziska Jentsch, Christian Hufgardt und Bernhard Smollatz. Das ist die Reihenfolge für die Vorstellung zum stellvertretenden politischen Geschäftsführer. Und eins habe ich noch. Jetzt passiert tatsächlich das mit den Wahlhelfern. Alle Wahlhelfer jetzt bitte einmal hier hinter die Bühne wegen der Reisekosten ganz fix. Danke. Gut. Dann machen wir jetzt die Kandidatenvorstellung in der Reihenfolge. Als erstes Ali Utlu, bitte. Und der nächste ist dann Babak Tubis. Vielleicht schon mal bereithalten. Moment, da ist noch eine Frage. Ja, Entschuldigung, habe ich das irgendwie verpasst? Oder müssten wir nicht erst mal darüber abstimmen, ob wir einen stellvertretenden politischen Geschäftsführer wollen? Darüber wurde abgestimmt und das war positiv. Wir wollen einen. Wir hatten eigentlich doch nur darüber abgestimmt, dass wir einen stellvertretenden Schatzmeister haben wollen. Dann habe ich diese Abstimmung falsch verstanden. Nein, nein, das war danach. Also wir haben über den stellvertretenden Polgf vorhin in der Auszählungspause vom Schatzmeister haben wir über den stellvertretenden Polgf abgestimmt. Das ist schon passiert. So, dann übergebe ich das Wort jetzt an Ali. Du bist aber heute schon mal, du hast dich heute schon mal vorgestellt für ein Amt, dann hast du jetzt nur noch eine Minute. Okay. Also ich will erst mal der kompletten Veranstaltung danken, dass sie bisher eine wirklich tolle Wahl hergeleitet haben. Das Team, was bisher gewählt wurde, weckt sehr viel Hoffnung, dass wir endlich wieder Politik machen können. Meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ich habe seit gestern mit ganz vielen Piraten geredet, die als angebliche Gegner hingestellt worden sind. Wir hatten ganz konstruktive Gespräche gehabt und das gibt mir auch für die Zukunft die Hoffnung, dass wir gemeinsam endlich wieder Politik machen können, dass wir nach draußen gehen können, den Bürgern zeigen können, wir sind da, wir sind geschlossen, wir kämpfen endlich wieder für Bürgerrechte. Und ich würde gerne in diesem Team mitarbeiten und werbe da um euer Vertrauen und hoffe auch, dass wir dadurch endlich auch wieder in den Medien vertreten sind. Danke. So, dann ist die Frage an die Versammlung. Möchtet ihr den Kandidaten noch befragen? Ich bitte um Handzeichen, ja oder nein? Das ist uneinheitlich. Könnt ihr mal bitte nur die... Nein. Es ist für mich nicht klar erkennbar, dass es eine Mehrheit für nein gibt, also befragen wir. Bitte alle, die eine Frage stellen möchten, zum Mikrofon. Danke. 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 Wir haben eine Verfahrensfrage. Lässt die Versammlung in der Zwischenzeit eine Verfahrensfrage zu? Ja, dann stellen wir erst die Verfahrensfrage. Könnt ihr bitte noch mal erläutern, was passiert, wenn keiner der Kandidaten über das Quorum kommt? Also wenn keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang über das Quorum von 50 Prozent kommt, dann gibt es danach eine Stichwahl mit den beiden besten, mit den meisten Stimmen, mit von den beiden Kandidaten eine Stichwahl, wo nur die beiden zur Wahl stehen. Die Details muss ich dann den Wahlleiter noch mal fragen, aber es... Und wenn dann auch keiner über das Quorum kommt, das ist jetzt eigentlich eine relativ wichtige Frage. Könnt ihr das bitte noch mal genau erläutern? Notfalls dann den Wahlleiter noch mal fragen, bitte. Okay, also wenn auch dann keiner der Kandidaten über das Quorum kommt, wird die Wahlliste noch mal geöffnet und das Ganze beginnt von neun. Ohne zwischendurch die Versammlung zu befragen, ob ein weiterer Wahlgang gewünscht wird? Ist das automatisch? Ja, weil wir haben entschieden, dass wir einen stellvertretenden Polgf wählen wollen. Nein, es wird noch mal gefragt. Also jetzt machen wir es so. Wir warten auf den Wahlleiter, der ist aber mit seinem Team hinten, du hast es vorhin gehört. Wir machen auf jeden Fall jetzt die Befragung, wir machen auf jeden Fall einen Wahlgang und bis dahin kann ich dir genaue Antwort geben, okay? Dann bitte ich jetzt um die erste, achso, nein, wie viele Leute stehen in der Warteschlange für die Fragen gerade? Ihr seid zu dritt, sehe ich das richtig? Drei Leute? Dann bitte die erste Frage. Hallo, du sagst, du möchtest endlich wieder Politik machen. Wir hatten zur Europawahl drei Themen, die auf unseren Plakaten zu sehen waren. Das eine hatte mit Asyl zu tun, wir haben eine sehr aggressive Asylpolitik und da sehr tolle Standpunkte dazu. Du hast getwittert, ich sag es offen, wer aus einer Netzpartie eine Refugee-Partei macht, braucht sich nicht zu wundern, dass uns die Wähler weglaufen. Wie möchtest du unsere Standpunkte zur Asylpolitik den Wählerinnen und Wählern und der Presse vermitteln? Die Asylpolitik ist unter unseren Themen, die wir haben, eine sehr wichtige Politik. Ich bin auch froh, dass wir dazu Standpunkte bei uns im Programm haben. Es ist aber auch so, dass wir als Partei ein Branding nach außen haben und das hatte eben auch mit Netzthemen zu tun. Das ist das, wie wir wahrgenommen werden. Und ich bin auch froh, dass wir ein Wahlprogramm haben, das ein Vollprogramm mittlerweile ist und auch die einzelnen Gruppen das nach außen vertreten können. Aber wir müssen auch unser Hauptthemenfeld bedienen und das ist das, mit dem wir identifiziert werden und das ist für mich die Netzpartei. Und natürlich werde ich dieses Thema immer unterstützen. Es fällt ja auch unter mein Ressort. Ich möchte ein Land haben, wo zum Beispiel Homosexuelle oder Transsexuelle, die in aller Welt verfolgt werden, hier auch in Frieden Zuflucht finden. Natürlich ist das ein sehr wichtiges Thema und ich werde das immer nach außen vertreten, aber ich stehe auch dazu, dass wir eine Partei sind mit Kernthemen, womit wir wahrgenommen werden und ja, wir uns darunter auch firmieren. Aber wir sind auch eine Partei mit einem Vollprogramm. Ja. Gut, die nächste Frage bitte. Ich hätte die Frage an dich, du bist ja ein Köln, Köln ist Medienstandort. Wirst du dann dein Amt ausnutzen, um wirklich mal ein bisschen zu pushen, um in die Medien zu kommen, in die Talkshows zu kommen, weil du so von deinem Drumherum interessant bist? Ich hoffe, dass du das tust. Ich möchte von dir ein klares Ja dafür. Also ich habe sehr viele Kontakte in die Medienwelt. Ich habe sehr viele Kontakte zu Journalisten und natürlich werde ich die in diese Partei auch weiterhin einbringen. Das habe ich bisher auch getan und hoffe, dass ich unsere Partei, falls es die Möglichkeit dazu gibt, auch weiterhin nach außen vertreten werde. Ich meine, ich bin der einzige Pirat, der jemals in die Phoenix-Runde eingeladen wurde, als ernsthafter Politiker und dort das dann auch mit Bravour abgeschlossen hatten. Warum sollten wir das auch nicht in Zukunft tun? Wir sind eine ernste Partei und wir wollen, dass unsere Themen ernst genommen werden. Da gehören wir auch wieder hin. Ich habe noch mal eine Frage zur Europawahl. Es gab ja diese drei Themen, die gerade auch schon mal angesprochen wurden. Die wurden auf drei verschiedenen Wegen herausgefunden, was die Kandidaten wollen, was die Partei will und so weiter. Jetzt sagst du selber, dieses eine Thema liegt dir nicht, also haust du da mal eben so einen Spruch raus. Als Pol GF, auch als Stellvertretender, stehst du in der Öffentlichkeit. Wie wirst du das dann weiter handhaben und kommen dann ähnliche Sprüche? Gestern kam ja auch schon so eine schöne Aussage. Wie wirst du es denn so weiter handhaben als Pol GF, der in der Öffentlichkeit auftritt? Also ganz einfach. Natürlich war ich früher jemand, der fröhlich bei Twitter mitgemacht hatte, aber immerhin, ich bin auch einer, der gelernt hat und ich habe mich da auch sehr zurückgenommen mittlerweile und mache auch bei jedem Scheiß nicht mehr mit, weil ich das auch von anderen erwarte, dass wir das nicht mehr machen. Weil letztendlich ist Twitter ein Fenster in die Partei und wir sollten uns da einfach jeder in der eigenen Verantwortung wahrnehmen und uns zurückschrauben. Natürlich werde ich das auch machen. Also ich habe in der letzten Zeit so viel aushalten müssen. Ich wurde so oft beschimpft, ich wurde so oft niedergemacht, aber ich habe es ausgehalten. Das gehört mit dazu. Es geht nicht um meine Person, es geht um die Politik, die ich vertrete. Und wenn jemand damit nicht einverstanden ist, dann kann er auch öffentlich seinen Unmut äußern, aber bitte auch so, dass wir über der Gürtellinie bleiben und auch Menschen ernst nehmen. Und ich hoffe, dass wir endlich eine Partei werden, die miteinander redet und nicht nur Twitter benutzt, um übereinander zu reden. Weil die Missverständnisse, die dadurch entstehen, sind das, was uns kaputt macht. Und zwar der ganze Nachgang. So, dann danke ich für die Befragung. Danke an den Kandidaten. Bevor ich jetzt den Versammlungslager gleich wieder übergebe, noch die Antwort auf die Verfahrensfrage von vorhin. Also, wenn im ersten Wahlgang kein Polgf bestimmt werden kann, gibt es mit der Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten immer noch keiner bestimmt werden kann, dann wird erst die Versammlung befragt, ob sie weiter wählen möchte und dann erst wird der Wahlgang wieder eröffnet und noch mal von vorne angefangen. Ihr habt also die Chance, dann noch zu sagen, dann halt nicht. So, jetzt übergebe ich die Versammlungsleitung wieder. An den Daniel. Okay, wir machen weiter mit der Kandidatenvorstellung von Babak Tubis. Da ist schon auf der Bühne. Babak hat schon kandidiert, hat also demzufolge dann noch eine Minute Redezeit. Bitte schön. Ich versuche es kurz zu machen. Ich habe heute und gestern hier auf dem Parteitag Leute gesehen, die so dermaßen übereinander geredet haben und trotzdem eigentlich einer Meinung waren. Die unterschiedliche Sichtweise, die sie hatten, ist dem geschuldet, wo sie herkommen und wie sie sozialisiert wurden. Wir haben da einen riesigen Graben, der ist aber auch nicht unüberbrückbar. Das geht. Ich habe es heute hier noch mal für mich bestätigt bekommen. Um diesen Graben an vernünftiger Art und Weise auch zu überbrücken, dafür stehe ich hier, dafür setze ich mich ein. Und wenn ihr das seht, dass ich das kann oder machen soll, dann würde ich mich freuen, eure Stimme zu kriegen. Danke. Wunderbar. Vielen Dank, Babak. Ich sehe niemanden zum Mikrofon rennen oder schon am Mikrofon stehen. Dann erübrigt sich die Frage nach einer entsprechenden Fragerunde und die Vorstellung von Babak ist damit dann auch erst mal erledigt. Vielen Dank, Babak. Der nächste Kandidat ist Bernd Schreiner. Auch Bernd hatte sich schon euch vorgestellt und hat demzufolge dann auch wieder eine Minute Redezeit. Die Bitte von mir an die Versammlung, wenn ihr Fragen stellen wollt, bei allen weiteren Kandidaten, geht schon mal während der Vorstellung zum Mikrofon, damit wir das Ganze relativ zügig hinbekommen. Bernd, bitte. Danke. Vielen Dank erst mal für das geile Ergebnis vorringen und Glückwunsch an Carsten noch mal. Ich bin hier runtergegangen nach dem Ergebnis raus und mich haben viele angesprochen, Hey, Sie wollten eigentlich Carsten und mich drin sehen haben. Deswegen stehe ich jetzt noch mal da, um euch die Möglichkeit zu geben, dafür zu entscheiden. Außerdem kenne ich Christos ganz gut und wir machen schon länger vieles zusammen. Verschiedene Orgasachen, verschiedene Verknüpfungssachen und ich denke, wir wären zusammen auch ein gutes Team für den Job. Vielen Dank. Wenn ihr mich wählen wollt, wäre es geil. Applaus Ja, vielen Dank, Bernd. Ich sehe niemanden am Mikrofon, ich sehe niemanden hinrennen. Damit erübrigt sich auch hier die Frage nach einer Fragerunde und wir kommen zur nächsten Vorstellung. Das ist dann Gero Kühn. Da ist er auch schon. Bitte schön, Gero. Gero, du hattest dich noch nicht vorgestellt. Du standst zwar gestern drauf, aber hattest dich nicht vorgestellt. War die falsche Kandidatur? Ich stand auf der Kandidaturliste im Wiki, habe aber zugunsten von Mark Huger zurückgezogen. Alles klar, dann hat Gero natürlich drei Minuten Zeit und eine komplette Vorstellungsrunde. Gut. Hallo, Halle. Mein Name ist Gero Kühn. Ich bin 36 Jahre alt, mit meiner eigenen Softwarefirma Selbstständig. Ich bin 2006 in die Piratenpartei eingetreten und habe die schöne Mitgliedsnummer 135. Damit bin ich rein formal wahrscheinlich einer der dienstältesten Piraten, die hier in der Halle sind. Ich bin euch als allererstes mal eine Erklärung schuldig, warum ich erst so spät auf der Kandidatenliste aufgetaucht bin. Ich habe nach dem Mumble-Grillen, was der Monopol dankenswerterweise durchgeführt hat, für alle Kandidaten, die Frage oder das Statement kann jedoch beantwortet mit, wenn ihr 30 Unterstützer findet, überlege ich mir das. Die erste Hälfte hatte ich innerhalb von ein paar Minuten. Die zweite Hälfte hat sich in unter 24 Stunden im Wiki eingetragen. Unabhängig davon, wie das heute ausgeht, dafür vielen, vielen Dank. Ich fühle mich geehrt. Ich habe mich wahnsinnig gerne grillen lassen, weil mir in etlichen Grill-Sessions, die ich davor angehört und kommentiert habe, ein paar Dinge gefehlt haben. Interessant waren vor allem die Dinge, die nicht gesagt wurden. Ich hatte nach dem Ergebnis gestern Abend schon das Gefühl, dass die Rede vielleicht überflüssig ist. Die Ereignisse heute, Kandidaten reden vor mir und die Ereignisse vorne in der Halle zeigen mir aber, dass das nicht der Fall ist. Ich würde euch gerne was zum Thema Gewalt erzählen, auch wenn die drei Minuten Vorstellungszeit hier sehr kurz sind. Es ist wahnsinnig vielen Kandidaten, der Elfmeter ans Mikro gelegt worden, wie steht ihr zum Thema Gewalt? Und die Antwort ist so wahnsinnig einfach. Gewalt ist grundsätzlich kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Dankeschön. Als Antwort auf diese Frage, die Diskussion aufzumachen, es gibt doch verschiedene Formen von Gewalt, oder zu diskutieren, es war doch ein Brandsatz und kein Molotow-Cocktail, ist völlig fehl am Platze. Selbst wenn da Flauschbällchen auf Botschaftsgelände geworfen werden, man wirft überhaupt nichts auf Botschaftsgelände. Wir haben als Partei definitiv das Gewaltmonopol des Staates anzuerkennen. Wir leben nicht in einer Zeit, wo Klauseln, die das erlauben würden, irgendeine Form von Anwendung zu finden haben. Wer als Pirat bewaffnet auf eine Demonstration geht, mit der Begründung, aber es hat doch auf der und der Demo mal einen illegalen Polizeikessel gegeben, da schäme ich mich für. Das ist keine Rechtfertigung. Solange wir als Piraten so wahrgenommen werden, sind wir völlig zu Recht unwählbar. Und ich will, dass wir das dringend wieder ändern. Gero, letzter Satz bitte, die Zeit. Vielen Dank. Das ist ein kurzer letzter Satz. Herzlichen Dank, Gero. Okay, ich sehe jemanden, der fragen möchte. Damit frage ich die Versammlung, ob ihr den Kandidaten befragen möchtet. Und bitte einmal um das entsprechende Kartenzeichen. Das ist grün bei relativ magerer Beteiligung. Du bist der einzige Fragesteller, dann sparen wir uns das. Nee, es gibt zwei, drei, da hinten kommt noch jemand, vier, fünf, sehe ich mehr als fünf, sechs, sieben, acht, okay, dann losen wir halt aus. Ich dachte, ihr einigt euch auf fünf. So, wie viel haben wir da? Neun? Neun, neun. Kriegen wir hin. Ich lose aus. Und wir fangen an mit der Nummer sechs. Die Nummer eins. Steffi war doch heute schon ein paar Mal am Mikro, oder? Die Nummer fünf. Die Nummer acht. Jetzt habe ich nicht gezählt. Vier Stück sind das. Und die Nummer sieben. Dann geht's los. Wir fangen mit der Steffi an. Bitte schön. Hallo, Gerum. Ich würde gern von ihr wissen, wie du dir deine Aufgabe als stellvertretender politischer Geschäftsführer vorstellst. Danke. Ich kandidiere für den stellvertretenden politischen Geschäftsführer, weil ich in die Partei eingetreten bin, um politisch zu wirken. Punkt. Das ist eine relativ einfache und klare Ansage. Ich mache seit einiger Zeit, du wirst das wissen, weil ich im Schatzmeisterteam bei dir bin, auch eine ganze Menge Verwaltungsarbeit. Stehe formal auch auf der Liste der Orga-Streiker. Ich würde mich aber sehr gerne, wenn die Versammlung das wünscht, eben auch politisch, als politischer Geschäftsführer für die Bundespartei engagieren. Vielen Dank für die Antwort. Dann haben wir die zweite Frage. Ja, Gero. Wie ich gesehen habe, kandidierst du auch noch als stellvertretender GENSEC. Wie lässt sich das vereinbaren mit der Kandidatur als stellvertretender politischer Geschäftsführer? Das sind zwei verschiedene Aufgabenfelder. Die Leute aus NRW werden wahrscheinlich wissen, dass ich auf dem Landesparteitag in Bielefeld auch schon mal als GENSEC kandidiert habe. Der Posten war vakant. Der ist völlig zu Recht an Claudia gegangen. Ich kenne aufgrund von Besuchen beim Verwaltungstreffen in Forchheim und aufgrund der Vorbereitung für diesen LPT die Arbeit auch in der Verwaltung sehr gut. Wir haben das Thema Verwaltungsportale NRW, dass wir unterschiedliche Mitgliedsdatensätze in NRW und im Bundeshege haben. Die Probleme sind mir alle bekannt. Ich kenne einen Großteil der Leute, die da arbeiten. Ich denke, ich kann beide Jobs. Ihr könnt euch aussuchen, welchen von beiden ich machen soll. Vielen Dank, Gevo. Und die dritte Frage. Du hast vorhin von bewaffneten Piraten gesprochen. Ich halte es für ein relativ unpiratiges Verhalten, sich zu bewaffnen. Ging es dabei um sowas wie passive Bewaffnung oder? Okay. Ging es nicht. Diese Formulierung hat sich bezogen auf ein Chat in Mumble. Im Anschluss einer Grill-Session, ich will hier ausgründen, das Ganze wird ja auch nicht aufgezeichnet im Mumble, im freien Chat, möchte hier keine Namen nennen, wer das ist. Aber diese Aussagen werden von Piraten getätigt. Und da habe ich ein riesiges Problem mit. Man geht nicht bewaffnet auf Demos. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Weder mit Steinen, noch mit Schutzwesten demonstrativ. Auch das ist eine Provokation. Die ist unnötig. Wir haben dann die vierte Frage. Bitte sehr. Gero, wie sieht das aus? Mich stört im Moment ein bisschen hier an diesen ganzen Diskussionen, dass wir uns wieder einig werden müssen, dass meines Erachtens die Leute, die extrem pöbeln, die andere mit Nazis vergleichen oder mit Stalinisten oder was über Penislisten oder auch Fotzen reden, die angeblich Vor- oder Nachteile bringen, dass die nicht ermahnt und zur Ordnung gerufen werden. Wärst du bereit, im Vorstand dafür zu sorgen, dass sich das ändert? Definitiv ja. Ich bin kein Freund der Sprachpolizei, die bei jedem Tweet von irgendwem irgendwas sagt. Wir wissen aber, dass es in den vergangenen Wochen und Monaten Tweets und Äußerungen gegeben hat, wo sich Leute offen dazu bekannt haben, die der Partei öffentlich sehr geschadet haben. Und in diesen Fällen ist mindestens eine öffentliche Missbilligung des Bundesvorstandes als mildeste Maßnahme auf jeden Fall angesagt. Okay, ich darf nicht mehr über Penis und Fotzen twittern. Habe ich das richtig verstanden, Gero? Björn? Ich kann die Versammlungsleitung davon nicht abhalten. Björn ist der fünfte Fragesteller. Bitte schön. Ja, eine Frage. Du hast gerade relativ viel Zeit für den Stichpunkt Gewalt aufgewendet. Du hast dann als Beispiele genannt, irgendwas mit Sachen auf Botschaftsgelände werfen. Was ich sehr vermisst habe, sind Aussagen zum Thema verbale Gewalt, zu dem Thema Morddrohungen auf Twitter, bei Facebook und so weiter, die halt auch aufgetreten sind, die leider immer nicht unter diesen Gewaltbegriff fallen. Ich würde dich bitten, oder ja, dich fragen, ob du dich dazu nochmal äußern kannst und inwiefern du dann in deinem... Die Zeit, Björn? Oh, inwiefern du dann im Vorstand dort aktiv bist. Gegen die Masse... Inwiefern ich da im Vorstand aktiv bin, okay, ich antworte mal auf den Anfang der Frage. Verbale Gewalt ist auch Gewalt. Und natürlich sind Morddrohungen indiskutabel und auch zu ahnden entsprechend. Was ich gesagt habe, und das ist der Punkt, man kann nicht, wenn es darum geht, sind Brandsätze auf Botschaften legitim, dann einfach nur immer und ständig die Definitionsdiskussion darüber aufmachen, was ist Gewalt. Es ist mir völlig egal, ob Mord oder Ohrfeigen schlimmer oder nicht schlimmer, als das jeweils andere sind, sondern es geht beides einfach nicht. Es lenkt vom Thema ab, wenn diese Definitionsdiskussion immer aufgemacht werden. Okay, vielen Dank, Gero. Das war die erste Fragerunde. Ich darf die... Da stehen noch ein paar Fragesteller. Ich frage dem zufolge die Versammlung, ob ihr weiter befragen wollt und bitte um das Stimmkartenzeichen. Ich sehe überwiegend orange Karten. Damit ist die Fragerunde an der Stelle beendet. Das war eine klare Mehrheit der Versammlung, die sich dagegen ausgesprochen hat. Vielen Dank, Gero. Als nächste Kandidatin stellt sich Franziska Jentsch vor. Franziska hat sich gestern bereits vorgestellt und hat demzufolge dann wieder eine Minute Zeit für eine erneute Kurzvorstellung. Hallo, wir sind in Europa die einzige Piratenpartei, die einen Abgeordneten in den Europaparlament gestellt hat. Wir senden mit diesem Parteitag ein Signal für die europäischen Piratenparteien. Bisher ist das Signal ein bisschen zu zünftig bayerisch und ich wünsche mir mehr Vielfalt im Vorstand. Deswegen stehe ich hier. Es fanden einige meiner Einlage ein bisschen geschmacklos, aber ich wollte es einfach ein bisschen auflockern. Ich habe angespielt auf unser Europa-Plakat. Ich kann nicht, wenn jemand schaut. Und ich habe über die Fusion gesprochen, weil ich mir eine Fusion wünsche. Ich war im Januar bei den Niederländern auf dem Piratenwochenende und es gab da ein Streitgespräch. Und die waren nicht einer Meinung. Und dann meinte der eine, naja, ich bin halt ein konservativer Piraten, hat mit den Schultern gezuckt. Warum können wir das nicht? Ich war sehr lange in den Niederlanden. Ich fahre da alle drei Monate hin, weil ich meinen niederländischen Akkus aufladen muss, weil ich das Meckern und Mäkeln in Deutschland nicht ertrage. Ein letzter Satz bitte, Franziska, die Zeit. Ja, ich hoffe einfach, dass wir ein Signal senden, dass wir fusionieren und dass wir damit klarkommen, dass jemand anderes eine andere Meinung hat. Okay, vielen Dank für die erneute Kurzvorstellung. Ich sehe, läufst du zum Mikrofon, möchtest du Fragen stellen? Nein, du bist quasi nur im Weg. Okay, du möchtest Fragen stellen, dann frage ich die Versammlung. Ob wir die Kandidatin befragen möchten, bitte einmal das Kartenzeichen. Das ist überwiegend nein. Damit findet keine Befragung statt. Und wir kommen zur nächsten Vorstellung. Das ist dann Christian Hufgaard, der, soweit ich weiß, nicht hier ist, sich aber entsprechend vertreten lässt. Das ist dann auch eine Wiederholungsvorstellung. Also eine Minute, dann bitte dafür Zeit. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich bin immer noch nicht Christian Hufgaard, aber versuche ihn hier zu vertreten. Da nur eine Minute fasse ich mich kurz. Ich möchte kurz die Schwerpunkte von Christian darstellen. Das ist zum einen das Urheberrecht. Er ist wesentlich dafür verantwortlich, dass wir damals den PA 149 angenommen haben. Das ist freies Wissen, das ist Netzpolitik. Aber sein wichtigster Punkt ist das Demokratie-Upgrade, was wir sowohl innerparteilich, aber vor allen Dingen auch für unsere Gesellschaft brauchen. Zusammenarbeit mit Christos, das hat er bewiesen in Hessen. Das kann er schon. Und das läuft seit mehreren Jahren hervorragend. Aber jetzt versuche ich, ihn noch mal selber zu Wort kommen zu lassen. Er hatte nämlich auf seinem Blog etwas dazu geschrieben. Und ich hoffe, ich schaffe es noch. Wenn ihr mich wählt, werde ich nach über sechs Jahren meine Beauftragung als Pressesprecher des LVHS zurückgeben. Ich werde als Beisitzer in meinem KV zurücktreten. Ich werde meine Pläne endlich wieder etwas mehr Sport zu treiben, um mindestens ein weiteres Jahr zurückzustellen. Was ich nicht machen werde, jedes Wochenende durch die Republik reisen. Auch hier die Redezeit, bitte letzter Satz. Mein wichtiges Ziel, die Piratenpartei in die Lage zu versetzen, das Demokratie-Upgrade vorzulegen, das wir versprechen. Nur so können wir unsere Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Es waren zwei, Entschuldigung. Kein Problem, zum Glück ist Dietmar Schulz nicht da, sonst ist das schwierig mit einem Satz. Ich sehe niemanden Fragen stellen wollen. Dann brauche ich nicht zu fragen, ob ihr Fragen stellen wollt. Das ist irgendwie logisch, oder? Dann kommen wir zum nächsten Kandidaten. Das ist Bernhard Smolatz. Der hat sich ebenfalls vorhin schon vorgestellt und hat demzufolge noch mal eine Minute Zeit zur Kurzvorstellung. Ja, hallo. Ich stehe hier, weil wir noch ein zweites wichtiges Problem haben. Und das ist eben unsere Außendarstellung. Ich bin Pressesprecher in Bonn und kein Gate-Mensch und möchte unsere Themen und die Piratenpartei als Bürgerrechtspartei nach vorne bringen. Das ist eines der wichtigsten Punkte, dass wir als Kompetenz auf diesem Gebiet bundesweit anerkannt werden. Zudem möchte ich die Themenbeauftragten stärken, damit wir trotz unserer Vielfalt mit einer Stimme sprechen können zu bestimmten Themen. Das wäre äußerst hilfreich, um eben in diesen Themen als Kompetenz wahrgenommen zu werden. Vielen Dank. Okay, vielen Dank, Bernhard. Ich sehe jetzt niemanden am Mikrofon, sehe auch niemanden hinrennen. Dann ersparen wir uns da offenbar auch die Fragerunde. Und wir sind am Ende der Kandidatenvorstellungen für den stellvertretenden politischen Geschäftsführer. Und ich übergebe dann an den Wahlleiter. Ja, einen Moment. Ihr seid ja nur neidisch, dass die Stimmen nicht zu euch sprechen. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag, bitte sehr. Warte, ich mache auch das Mikrofon an. Nee, du bist da in der Mitte richtig, das ist jetzt auch an. Ja, kein GO-Antrag. Ich wollte nur mal fragen, weil auf dem Beamer ist die Reihenfolge anders wie auf dem Wiki, damit wir da nicht ins Tütteln kommen. Weil Wolf-Martin Weidner hat sich ja nicht vorgestellt, wie denn jetzt die richtige Reihenfolge ist. Das wird jetzt gleich der Wahlleiter erläutern. Alles klar, danke. Ja, ich mache das einfach mal mit den Erläuterungen. Währenddessen können sich ja die Wahlhelfer wieder an ihren Uhren einfinden, damit die Bereichsleiter nicht so völlig verzweifelt nach euch suchen müssen. Wir machen das wie gerade auch. Personen, die ihre Kandidatur zurückziehen, sind auf dem Stimmzettel anzukreuzen. Wenn ihr sie ankreuzt, wir zählen sie einfach nicht. Also ihr könnt da lustig Kreuze machen, sie zählen nicht. In dem Fall, die Kandidatur von Wolf-Martin wird nicht gezählt. Ganz einfach. Wir kommen zur achten Wahl. Allerdings benutzen wir den Stimmzettel Nummer 9. Der ist rosa diesmal. Stimmzettel Nummer 9, rosa. Die Kandidatenreihenfolge seht ihr oben auf dem BIMA von 1 bis 8 auf dem rosa Zettel. Ich erkläre das nochmal für die neuen Zugekommenen. Auch wenn es ganz wenige sein werden, wir falten den Zettel bitte einmal hochkant. Und zwar so, dass oben sowohl die Farbe als auch Stimmzettel Nummer 9 noch zu erkennen ist. Sonst lassen die Wahlhelfer ihren Zettel nicht in die Wahlurne rein. Okay, wir müssen gerade noch eine Minute umorganisieren ein bisschen, weil uns Wahlhelfer abhandengekommen sind. Wir werden wahrscheinlich ein, zwei Urnen rausnehmen müssen. Und dann werden wir weitermachen. Einen Moment bitte. Gut, das war das okay von allen. Die Reihenfolge ist so, wie sie da auf dem BIMA steht. Von 1 bis 8. Die 2 könnt ihr ankreuzen, aber wir werden sie nicht zählen. Ich habe leider immer noch kein Go. Wir haben noch bei einer Wahl ohne ein Problem. Gut, dann habe ich jetzt das Go von allen vier Bereichen. Das heißt, ich hätte gerne, dass alle Wahlhelfer einmal ihre Hände heben. Ihr seht alle Wahlhelfer. Gibt es da Einspruch, Widerspruch gegen? Das ist nicht der Fall. Perfekt. Dann bitte einmal alle Urnen zeigen, dass sie leer sind. Die Wanderurnen da vorne auch. Die Urnen, alles klar. Jawohl. Ihr habt die Urnen gesehen. Bitte die Urnen zumachen. Und somit kommen wir zum Wahl des stellvertretend politischen Geschäftsführers. Ich eröffne die Wahl ab. Jetzt können Stimmzettel eingeschmissen werden. Viel Spaß. Ein kurzer Reiseruf. Der X-Pack wird im Wahlleitungsbüro gesucht. Der X-Pack bitte. Es gibt noch den Wunsch einer Durchsage, beziehungsweise ich möchte euch da noch auf etwas aufmerksam machen. Ihr werdet es vermutlich schon gesehen haben. Draußen im Foyer findet eine wissenschaftliche Befragung statt. Hier nochmal die letzte Möglichkeit quasi in den verbliebenen Stunden, die wir noch zusammen sind. Die Bitte, wer also noch Interesse hat, ihr könnt euch draußen daran beteiligen. Interessant für uns ist, wir bekommen halt nachher eine Rückmeldung über die Ergebnisse dieser Untersuchung. Und das ist vielleicht für uns dann auch als Partei nicht ganz uninteressant. Also es wäre schön, wenn da noch ein paar Menschen mitmachen können. So, ich habe mich zum Gang an den Bananenbaum hinreißen lassen. Banane? Nee, ich mache keine. Okay. Wir machen das jetzt ganz schnell. Vorletzter Wahlaufruf. Wer jetzt noch wählen möchte, kann relativ gemütlich zu seiner Urne gehen. Letzter Wahlaufruf. Wer jetzt noch wählen will, rennt bitte zu seiner Urne. Da hinten winken welche. Da hinten winken welche. Alles klar, dann schließe ich jetzt die Urnen. Es dürfen keine weiteren Zettel mehr eingeworfen werden. Wir schreiten zur Auszählung. Ich habe ein Mikro. So, die Leonie aus Düsseldorf, das ist glaube ich Captain Leto, oder? Die möchte ich doch mal bitte einmal hier vorne zur Bühne kommen. Sonst sind irgendwie Sachen weg nachher. Genau. So, wir haben eine Auszählpause. Der Wahlgang ist geschlossen. Wir haben ein bisschen Programm für die Auszählpause. Ich möchte aber erst noch was Konstruktives, Wichtiges mit euch machen. Zunächst möchte ich aber noch mal um ein bisschen Aufmerksamkeit bitten. Also ich weiß, dass eine ganze Menge Wahlhelfer noch rumstehen und arbeiten. Das ist mir klar. Aber der Rest möge mir doch bitte einmal zuhören. Wir müssen nachher noch darüber entscheiden, ob wir einen zweiten stellvertretenden Generalsekretär, Generalsekretärin wählen wollen oder nicht. Das würde ich, analog, wie wir es gerade mit dem stellvertretenden politischen Geschäftsführer gemacht haben, gerne jetzt mit euch in dieser Auszählpause diskutieren und entscheiden. Wer also dazu einen Redebeitrag halten möchte, darf jetzt bitte hier zum Mikrofon kommen. Der Monopol. Du bist das Mikrofon. Monopol, bekannt aus Mumble. So, signalisiert mir bitte, ihr möchtet reden. Also da haben wir auf jeden Fall Redebeiträge dazu. Wir sortieren gerade. So, ihr steht am Mikrofon, wir machen das mit Pro und Contra. Oder du hast eine Frage, Verständnisfrage? Nee, nee, die Pro-Rede. Eine Pro-Rede. Dann bitte ich dich einmal ganz kurz von dir aus gesehen nach links ans Mikrofon zu gehen. Dann haben wir das alles ganz hervorragend. Und wir fangen mit dir dann bitte schön an. So, ganz einfach. Also es schadet nichts, wenn der Bundesvorstand größer ist. Lasst es uns machen. Wir haben viel Arbeit zu tun in der nächsten Zeit. Mehr Arbeit, als wir uns denken können. Und wie gesagt, einer mehr schadet überhaupt nicht. Und lasst es uns bitte schnell machen. Danke. Danke schön für diesen Pro-Beitrag. Dann haben wir einen Kontra-Beitrag. Ja, ich finde einfach, dass zwei Generalsekretäre genug sind. Es gibt ja auch Parteien, die gar keine politischen Geschäftsführer haben. Und da sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber bei uns finde ich zwei sind genug. Danke. Vielen Dank auch für diesen Redebeitrag. Und noch ein Pro-Beitrag. Wir wissen jetzt noch nicht, wer sich bewirbt. Aber der Generalsekretär ist üblicherweise zuständig für alles, was mit Mitgliederverwaltung zusammenhängt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch wenn die politischen Ämter den BO unterstützen, dass wir guten zweiten Generalsekretär haben könnten, um im Vorstand genug Leute zu haben und vielleicht speziell einen zu haben, der das ganze Paket BO vorantreiben kann und die Arbeit im Hintergrund machen kann und sich dafür bereit erklärt. Das wäre auch eine Frage an die Kandidaten, die gegebenenfalls kandidieren würden, ob sie sich vorstellen könnten, das zu pushen. Okay, und einen Kontra-Beitrag nochmal? Ja, bei mir das gleiche wie letztes Mal. Ich bin eigentlich eher dagegen. Ich bin der Ansicht, wir haben genügend Generalsekretäre, Stellvertreter und so weiter. Der Vorstand ist auch groß genug. Aber auch hier wieder, ich lasse mich gerne wie letztes Mal umstimmen, wenn die schon gewählten Generalsekretäre und Stellvertreter der Ansicht sind, zweiter Stellvertreter sei eine gute Idee. Dankeschön. Hervorragend. Und wir haben die Steffi. Also wir haben jetzt dann, wenn wir den stellvertretenden politischen Geschäftsführer gewählt haben, acht Bundesvorstandsmitglieder. Die Gefahr eines Unentschieden bei den Abstimmungen kann somit häufiger vorkommen. Ich würde für ein weiteres Vorstandsmitglied daher plädieren. So, vielen Dank, vielen Dank Steffi. Ich schließe jetzt auch die Rednerliste und wir haben noch zwei Konterbeiträge, die fackeln wir dann auch bitte schön nacheinander dann noch ab. Wir haben jetzt zu jedem Amt einen Stellvertreter und von daher passt das so, wie es jetzt ist, eigentlich perfekt. Wenn irgendwo wer ausfällt, haben wir jemanden, der nachrücken kann und der Generalsekretär ist jetzt nicht jemand, wo jetzt die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass der ausfällt. Das heißt, dass wir da jetzt zwei Stellvertreter bräuchten. Okay, vielen Dank. Noch ein Kontrabeitrag, bitte. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt für jedes Amt einen Stellvertreter. Einen Stellvertreter für einen Stellvertreter sehe ich nicht als sinnvoll unbedingt an. Wir müssen nicht jeden Zuarbeiter mit einem Amt versehen. Ich bin der Meinung, wir sollten die Sache einfach überspringen und dann zusehen, dass wir Feierabend machen, etc. Okay, vielen Dank für diesen Wortbeitrag. Wenn die Hermi, die Hermi, Stefanie Schmidke, da bist du, jetzt hast dich erschreckt. Wenn mich nicht alles täuscht und ich richtig aufgepasst habe, haben wir dich zur Generalsekretärin gewählt. Würdest du mir einmal durch Nicken oder Kopfschütteln und meinetwegen auch durch einen Redebeitrag signalisieren, ob du es toll fändest, weil dir gerade nachgefragt wurde, noch einen zweiten Stellvertretenden Generalsekretär zu wählen? Also, die Hermi möchte reden dazu und dann lasse ich auch diesen Wortbeitrag sehr gerne noch zu. Okay, also das ist so ähnlich wie beim Schatzmeister. Die Verwaltung funktioniert. Wir brauchen es nicht zwingend. Ich persönlich würde mich aber sehr darüber freuen, weil sehr viel Arbeit ansteht. Hervorragend, vielen Dank für den Beitrag. So, dann stimmen wir darüber ab. Ihr kennt das Spielchen Grüne Karte, wenn ihr auch einen zweiten Stellvertretenden Generalsekretär wählen möchtet oder nicht. Das orange Kärtchen, wenn wir es nicht wählen sollen. Also, bitte jetzt eure Stimmkarten nach oben. Ja, wir sind uns einig hier oben, das ist mehr grün und damit werden wir auch gleich einen zweiten Stellvertretenden Generalsekretär beziehungsweise Generalsekretärin wählen. So, der Wahlleiter möchte was sagen. Ja, dann mache ich es kurz. Dann schließe ich jetzt die Liste zur Wahl des zweiten Stellvertretenden Generalsekretärs, damit das Backoffice da schon mal die Vorbereitung anfangen kann. Die Liste ist jetzt geschlossen. Okay, also, wir haben noch ein paar Redebeiträge. Ich darf zunächst Martin Klim kurz auf die Bühne bitten. Danach würde ich dem Monopol gerne kurz Zeit geben. Der hat ebenfalls um einen kurzen Redeslot gebeten. Und danach dann noch dem Jürgen Hansen auf jeden Fall. Also, die drei Redebeiträge würde ich gerade gerne durchführen nacheinander. Und jetzt zunächst Martin Klim, bitte schön. Hallo, ich habe die Versammlungsleitung um einen kurzen Redeslot gebeten für eine persönliche Stellungnahme. Denn einer der Kandidaten eben hat impliziert, ich sei bewaffnet auf eine Demonstration gegangen. Dem ist nicht so. Um es klarzustellen und noch weiteren Gerüchten vorzubeugen, ich werfe keine Eier, ich habe keine Eier geworfen und ich habe auch nicht vor, Eier zu werfen. Ich war als parlamentarischer Beobachter in meiner Funktion als Stadtverordneter beim Polizeipräsidium Frankfurt akkreditiert als Beobachter, um die Demonstrationen im Rahmen der Blockupy Aktionswache zu beobachten. Ich habe Polizeikräfte und Demonstrierende beobachtet, um zu sehen, dass es dort mit friedlichen Mitteln zugeht. Dort war eine Demonstration gegen eine AfD-Kundgebung, wo der rassistische stellvertretende Bundesvorsitzende Olaf Henkel sprechen sollte. Bei dieser Demonstration haben Demonstrierende zwei Eier geworfen. Das eine ist auf ein Mitglied von der Partei DiePartei gegangen, der sich dadurch eher geehrt fühlte. Das andere hat Olaf Henkel am Mantelkragen getroffen. Es wurde keine Person verletzt. Diese Demonstration mit über 200 Personen war ansonsten friedlich. Im darauf folgenden Rechtsausschuss, in dem ich Mitglied bin, von der Stadt Frankfurt, hat die CDU und die AfD eine Distanzierung von jeglichen Gegendemonstrationen gegenüber Kundgebungen gefordert. Ich bin dort in diesem Ausschuss nicht über dieses Stöckchen gesprungen. Ich habe gesagt, eine Demonstration gegen die AfD an sich ist gut. Ich habe mich in diesem Ausschuss von Gewalt distanziert. Martin, kommst du dann bitte zum Ende? Die Frankfurter Neue Presse, eine CDU-nahe Zeitung, hat das verkürzt wiedergegeben. Ich bleibe dabei, Protest gegen die AfD ist gut und richtig. Wir müssen in Zukunft über den Rassismus der AfD reden und nicht über Symbolpolitik wie Eier. Ansonsten kann ich anbieten, ich bin gleich hinten beim Awareness-Team. Wenn jemand noch Fragen dazu hat, beantworte ich sie gerne persönlich. So. Der Gero steht jetzt da am Mikrofon. Ich werde das Mikrofon allerdings nicht öffnen und keinen weiteren Redebeitrag zu dieser Thematik an der Stelle zulassen. und wie angekündigt zu dem nächsten angemeldeten Redebeitrag kommen. Das wäre oder der wäre vom Monopol. Allerdings sehe ich den jetzt gerade nicht. Doch, da hinten kommt er schon. Okay, wir warten noch einen kleinen Moment auf den Dirk. Gero, okay, ganz kurz, bitteschön. Fakt ist, ich habe ihn nicht gemeint. Punkt. Alles klar, vielen Dank, dann haben wir das auch geklärt. Und der Dirk erzählt uns jetzt ein bisschen was. Ja, hallo. Wie ihr wisst, bin ich ja nicht nur für das Bändigen von Schlangen hier zuständig, sondern auch für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Bundeswebseite und Online-Redaktion. Und sowohl die Online-Redaktion als auch die Presse sucht Redakteure, Leute, die Texte schreiben, Leute, die Inhalte reinbringen. Weil wenn wir hier Politik machen wollen und alle sagen, wir wollen Politik machen, dann brauchen wir auch Leute, die das in die Öffentlichkeit bringen. Und das ist kein Vogonismus, wenn ich jetzt sage, es steht im Wiki, wie ihr uns findet. Online-Redaktion, Presse. Ihr findet es, meldet euch bei uns. Wir haben mindestens 20, 25 offene Stellen für Leute, die dazu beitragen wollen, unsere Politik nach außen zu transportieren. Mehr will ich gar nicht sagen. Dankeschön. So, ganz herzlichen Dank. Ich höre jetzt gerade, der Jürgen Hansen ist vermutlich nicht mehr da. Wenn er noch da ist, wenn ihn noch irgendjemand gesehen hat, dann schickt ihn bitte zu mir. Ich hätte ansonsten noch die Leonie, also Käpt'n Leto, die auch noch einen Redeslot angemeldet hat. Den würde ich dann jetzt zulassen wollen. Ja, hallo zusammen. Vor Parteitagen haben wir oft die große Angst, dass wir irgendwelche Kandidaten kennen, die keiner kennt, wählen, die keiner kennt. Und dieses Mal fand ich es sehr, sehr gut, dass wir die Möglichkeit hatten, uns klasse zu informieren im Vorfeld. Ganz besonders im Mammelgrillen von Monopol. Ich rufe ihn jetzt nicht hoch, sonst killt er mich. Ebenso in den Interviews vom Krähen-Nest, der Flaschenpost und des Kompasses. Also großes Danke an alle Leute, die uns die Möglichkeit gegeben haben, uns da diesmal ausführlich zu informieren und eine begründete Entscheidung zu treffen. Danke. So, vielen Dank auch Leonie. Ich gucke mal, Wahlleiter ist noch ganz entspannt. Das heißt, ihr braucht noch ein bisschen, ja? Wenn ihr mögt, können wir uns dann noch etwas anhören zum Projekt Piraten erzählen vom Salomon und Aljoschka. Ich weiß nicht, ob die beiden gerade hier sind und auch jetzt direkt bereit wären zu reden. Ich sehe gerade niemanden von den beiden. Also, wenn jemand den Salomon oder Aljoschka vom Piraten erzählen Projekt irgendwie sieht, dann schickt die beiden oder einen von den beiden zu uns. Die hätten jetzt ein paar Minuten Zeit, über ihr Projekt zu berichten. So, dann vielleicht noch eine Bitte an der Stelle. Also, ich suche weiterhin im Prinzip Salomon und Aljoschka. Es gibt neben diesem Redebeitrag noch einen weiteren angemeldeten Redebeitrag. Ich werde, ah, die beiden kommen jetzt oder einer von den beiden. Super. Wir haben nachher noch, oder wir haben uns ja eben entschieden, noch eine Wahl mindestens durchzuführen, nämlich die des zweiten stellvertretenden Generalsekretärs. Das heißt, wir werden da auch noch mal eine Auszählpause haben. Dazu liegt mir auch noch mal ein entsprechender Redebeitrag vor, der auch ein bisschen länger sein wird, wo wir vermutlich einen Großteil dieser Auszählpause auch für benötigen werden. Das ist der Beitrag von Tobias Stenzel, dann zum Basisentscheid. Den werde ich auch auf jeden Fall dann in der Zeit zulassen. Du kannst dann hochkommen, Salomon. Wenn noch irgendjemand auf die Idee kommt und irgendwie noch ein Redebeitrag hier loswerden möchte, dann macht das bitte jetzt und geht zum Frontoffice und meldet diesen Redebeitrag an. Wir werden dann von der Versammlungsleitung entscheiden, ob wir den Redebeitrag noch zulassen können, ob wir das irgendwie unterkriegen oder nicht. Eins ist aber auf jeden Fall schon mal klar. Wenn ihr erst, ich sag mal jetzt, nicht innerhalb der nächsten zehn Minuten diesen Redebeitrag anmeldet, werde ich danach keine weiteren Redebeiträge mehr zulassen, weil wir danach einfach dann noch irgendwann keine Zeit mehr haben, um die irgendwie sinnvoll durchzuführen. Salomon rennt noch ein bisschen hier an der Bühne herum. Hervorragend. So, Mikrofon ist offen. Ihr dürft loslegen. Ja, hallo. Ich bin Salomon, das ist Aljoscha. Und wir sitzen für euch im NSA-Untersuchungsausschuss. Wie ihr wisst, gibt es seit einiger Zeit diesen Ausschuss vom Bundestag. Der ist jetzt seit einigen Wochen auch öffentlich. Und sowohl er als auch ich sitzen jedes Mal drin und schauen uns an, was die Leute da so erzählen und fassen die zusammen in einem Beitrag. Genau. Wir haben das versucht zu launchen, aber das hat bis jetzt noch so gut wie niemanden interessiert. Deshalb sind wir hier, um euch als Proxy zu benutzen. Wir haben eine Internetseite, die heißt www.piraten-erzählen.de Und da bringen wir halt immer eine Ausgabe. Und diese Ausgabe gibt es sowohl als Video, das sind dann in der Regel 5 bis 7 Minuten, als Podcast, das sind dann 15 bis 25 Minuten, oder als Blogbeitrag, das sind dann so ungefähr 2, vielleicht 3, die nach 4 Seiten. Und ja, ihr könnt euch das dann halt ansehen oder anhören oder durchlesen. Ihr könnt das einstellen bei euren Internetseiten, die ihr habt, euren, weiß nicht, Piraten Hessen oder wo auch immer könnt ihr das mit einbinden. Das würde uns sehr freuen. Und vielleicht könnten wir so ein bisschen mehr Feedback erhalten und eine Rückmeldung dazu, ob unser Projekt so viel wert ist, dass wir diesen Workload weiterhin betreiben. Ja, an sich war die Idee, dass wir da jetzt zum Beispiel das Video kurz anzeigen. Ich glaube aber, das funktioniert nicht. Ayosha, hast du noch was? Ne, habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, sehr gut erklärt. Ja, also ja, tut es euch mal an. Wenn es euch gefällt, schreibt was. Wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt auch was. Und das sollte es eigentlich schon gewesen sein. Danke. 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 Ja, vielen Dank euch beiden. Der Tobias Stenzel, der noch den Vortrag angemeldet hat für den Basisentscheid, ist der denn da? Wir können ihn zwar nicht jetzt machen, aber kannst du einmal zu mir kurz kommen? Ne, ich weiß, dass du das nicht bist, aber ich dachte, er sitzt da irgendwo. Ich habe nicht gesehen. Er sitzt da nicht, nur sein unsichtbarer Freund. Wenn er nachher mal da ist, schickst du ihn irgendwie mal kurz zu mir, bitte. So, dann gibt es noch eine Durchsage. Der Ranarion hat Geburtstag, habe ich mir sagen lassen. Wo ist denn der? Forschungstorte, wo bist du? Da ist die Torte. Und wo ist der Ranarion? Der macht Wahlleitung, Ranarion macht Wahlleitung. Wahl, Wahl, Wahlhelfer. Ranarion, du hast Geburtstag. Ist das so? Ja. Dann möchte ich dir ganz herzlich im Namen dieses Bundesparteitags, nein, des außerordentlichen Bundesparteitags gratulieren. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch für den Ranarion singen. Wir haben einfach noch ein bisschen Zeit, bis das Ergebnis da ist. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch für den Ranarion singen. Also heute lacht der Marsching, wenn man Geburtstagslieder singt. Ich hatte das gestern irgendwie anders in Erinnerung, oder? Das Lieder, die sind Stimmen in meinem Ohr. Die haben gesagt, für meine Stimme und mein Singen in Funk gibt es 20 Jahre Gulag. Aber gut. Oh, oh. Also Trommelwirbel, ich glaube, wir haben ein Ergebnis. Okay. So, dann gehe ich doch direkt hier hin. Ganz kurz, warum es so lange gedauert hat. Ich wollte euch jetzt eigentlich unterhalten, aber mein Team ist da echt schneller, als ich manchmal gucken kann. Wir haben tatsächlich beim Ausgeben der Zettel, da steht oben ja immer drauf, welcher Wahlgang, welche ohne. Und wir haben uns bei einem Zettel vertan und haben statt da acht eine fünf gelesen. Und waren deswegen etwas verwirrt, weil wir das Gefühl hatten, oder weil für uns es so aussah, als wäre eine Wahlgang-Urnenkombination doppelt abgegeben worden. Das hat sich aber inzwischen geklärt. Wir haben das hinbekommen. Und deswegen haben wir jetzt auch schon ein Ergebnis. Ich lese das wie immer von hinten vor. Platz 7, Bernhard Smollertz, 5,32%. Christian Hufgardt, Platz 6, 12,52%. Franziska Jentsch, 15,96%. Gero Kühn, 30,2%. Nee, Moment, Entschuldigung. Erst Babak Tubis, 19,25%. Dann Gero Kühn, 30,2%. Auf Platz 2, Ali Utlu, 39,75%. Und auf Platz 1, Bernd Schreiner. Aber leider, stopp, 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 stopp. Aber leider nur mit 48,36% der Stimmen. Und damit erreicht leider niemand das Quorum. Ja, das ist ein knappes Ergebnis, oder? Aber trotzdem, knapp vorbei ist auch daneben. Es ist eure Entscheidung, was wir jetzt tun. Wir haben vorhin darüber diskutiert, welche Vor- oder Nachteile ein stellvertretender politischer Geschäftsführer hat oder nicht. Ich halte es für nicht notwendig, dass wir dazu eine weitere Aussprache am Mikrofon haben. Ich würde demzufolge, den GO-Eintrag habe ich gesehen, aber mein Wortbeitrag ist ja noch nicht ganz zu Ende. Ich würde demzufolge... Ich würde demzufolge vorschlagen, sofort abzustimmen. Das kann ich allerdings nur mit eurer Zustimmung tun. Das heißt, wenn ihr eine Aussprache noch mal wollt, dann muss ich die zulassen. Das sieht unsere Geschäftsordnung so vor. Dann geht ihr eben zum Mikrofon. Ich halte das persönlich als Versammlungsleitung allerdings für nicht erforderlich. Wir haben alle Argumente, glaube ich, in dem Bereich ausgetauscht. Wer das denn noch tun möchte, kann das gerne am Mikrofon tun. Du hast allerdings eine Verständnisfrage, lieber Benjamin, korrekt? Ja, gut, dann können wir doch als Redebeitrag nehmen. Bitte? Ja, ich weiß nicht, ich sage einfach. Also, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. So wie ich die Geschäftsordnung lese, müssen wir jetzt eine Stichwahl zwischen Bernd und Ali durchführen, weil wir die Wahl ja schon... Also wir haben uns ja schon entschieden, das zu wählen. Und nur weil es jetzt im ersten Wahlgang nicht geklappt hat, weiß ich nicht, ob wir uns jetzt einfach umentscheiden können. Also so habe ich es nicht verstanden. Also, was ich gesagt habe, ist das, was der Wahlleiter gesagt hat, beziehungsweise was der Wahlleiter meint. Der Wahlleiter und der Jurist vom Dienst werden sich darüber aber gerade aussprechen. Es gibt einen Geo-Antrag. Selber Quatsch, bitte prüft auch das Protokoll. Ich erinnere mich relativ deutlich daran, dass vor kurzem genau zu dieser Frage eine andere Aussage von der Versammlungsleitung getätigt wurde. Daniel? Ja? Sie hat ja gesagt, dass wir erstmal wählen wollen und sie sich in der Zwischenzeit darüber informieren wollte, ob wir nach einer erfolglosen Wahl eben nochmal die Frage stellen können. Ja? Das war der Stand, den wir eben hatten. Okay. Ich nehme das übrigens gerade einfach mal so hin, weil das Schöne, Komfortable für mich, ich habe mit der Entscheidung im Endeffekt gar nichts zu tun, denn das ist Zuständigkeitsbereich, Wahlleitung und von den entsprechenden Juristen. Aber ich lasse so lange Wortbeiträge zu, dann brauche ich die Versammlung in der Zeit nicht zu unterbrechen und wir hören mal, was du zu sagen hast. Okay. Es ist eigentlich ganz einfach. Wir haben gesagt, wir wollen einen Wahlgang machen. Wir haben einen Wahlgang gemacht. Das Ergebnis ist, kein Kandidat hat das erforderliche Quorum erreicht. Damit haben wir den Wahlgang durchgeführt. Es ist eben keine Stichwahl, wo wir ein Ergebnis haben müssen, was eins oder zwei ist, sondern das Ergebnis ist, es gibt keinen Kandidaten, der über 50 Prozent gekommen ist. Niemand zwingt uns weiterzumachen. Es wurde eben von der Claudia, die zu der Zeit die Versammlungsleitung hatte, die Rückfrage beantwortet, indem sie sagte, sie hätte Rückfragesprache mit dem Wahlleiter gehabt und sie hat kommuniziert, dass erst gegebenenfalls eine Stichwahl durchgeführt wird und erst dann wieder die Versammlung um Weiterführung dieser Wahl befragt wird. Danach haben wir unsere Kreuze gemacht. Genau nach diesem Prozedere. Ich fände es jetzt blöd, wenn man jetzt vor der Stichwahl darüber abstimmen würde, ob wir weitermachen. Also bitte auch darum, das Protokoll zu prüfen. Ich glaube, wir brauchen überhaupt keine Stichwahl machen, denn wir haben eine Approval-Wahl. Eine Stichwahl macht man nur, wenn man ein Kreuz für eine Gesamtwahl macht. Die Stichwahl ist bei Approval im Prinzip schon inklusive. Wir haben bereits jedem Kandidaten, deren wir für möglich halten, eine Stimme gegeben. Wenn davon keiner 50 Prozent hat, hat keiner 50 Prozent. Hallo. Ich lese mal die Geschäftsordnung vor. Paragraf 3, Akzeptanzwahl, Absatz 3, mit ein wenig rausgestrichen, gibt es zwei Kandidierende oder erreichen die genau zwei bestplatzierten Kandidierenden nicht jeweils die erforderliche Mehrheit. So findet unter diesen eine Stichwahl mit absoluter Mehrheitswahl statt. Entschuldigung, ich sehe hier leider keinen Interpretationsspielraum. Entweder sprechen die Menschen, die euch beraten, eine andere Sprache als die Geschäftsordnung oder ich habe Deutsch verlernt. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Bitte schön. Ja, ich stelle den Geschäftsordnungsantrag auf Wiederholung der Wahl, da es hier bei einigen Leuten scheinbar zu Missverständnis bekommen ist. Okay, für den Geschäftsordnungsantrag brauchst du 20 Unterstützer. Nicht schriftlich, sondern einfach durch Handzeichen, das heißt, beziehungsweise Kartenzeichen gibt es 20 akkreditierte Piraten, die diesen Antrag unterstützen. Dann bitte einmal euer grünes Kartenzeichen in die Luft. Ja, das sind auf jeden Fall 20. Dann ist der Also, die Juristen vom Dienst werden nochmal gerade zum Wahlleiter gebeten. So, nichtsdestotrotz, ich mache jetzt folgendes. Also, wir haben die 20 Unterstützer. Der GO-Antrag an sich ist erstmal formell zulässig. Das heißt, ich werde jetzt über diesen GO-Antrag abstimmen lassen. Ja, also der GO-Antrag ist die beantragte die Wiederholung dieser Wahl. Die Wiederholung Du hast eine Gegenrede dazu, die lasse ich selbstverständlich zu. Ich verstehe dich nicht. Entschuldigung, eine formelle Gegenrede, sonst brauchst du gar nicht abzustimmen. Nur eine formelle Gegenrede, ich muss den Antrag auf jeden Fall abstimmen lassen, das sieht die Geschäftsordnung so vor, auch ohne Gegenrede. Das mache ich jetzt. Also, wer ist dafür, dass diese Wahl genau so wiederholt wird, wie sie gerade durchgeführt wurde. Das ist eine deutliche Mehrheit gegen diesen GO-Antrag. Damit ist der GO-Antrag abgelehnt. In der Zwischenzeit der zitierte Paragraf gerade vom Kollegen Burkohr, der ist natürlich soweit definitiv in der Geschäftsordnung. Das Problem an dem ganzen Spiel ist allerdings, es gibt einen weiteren Paragrafen, der genau das regelt. Und das ist der Paragraf, ich möchte das nur sagen, weil das sieht gerade so ein bisschen so aus, als würden wir da irgendwie komisch dargestellt werden. Wie auch immer, es gibt noch den Paragrafen L5, der halt eben auch eine entsprechende Regelung dazu vorsieht. So wie ich das sehe, hat aber der Wahlleiter eine Lösung gefunden, gemeinsam mit den Juristen. Ja, also wir haben die zwei konkurrierenden, also scheinbar konkurrierenden für uns juristische Laien Regelungen in der Geschäftsordnung. Ich habe mich gerade mit den Juristen vom Dienst kurz besprochen. Wir sind uns einig, dass der Paragraf 11, 5 konnte ein Amt nicht durch eine Wahl besetzt werden. Dann wird ein erneuter Wahlgang durchgeführt. Im Moment noch nicht greift, weil der Wahlgang ist erst abgeschlossen, wenn nach Paragraf 3, Absatz 3, die Stichwahl durchgeführt wurde. Sollte bei der Stichwahl es zu keinem Ergebnis kommen, dann müsste eine neue Wahl durchgeführt werden. Das heißt, wir machen jetzt eine Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten mit der Option, mit der Option, keinen von diesen beiden zu wählen. Wenn keiner von den beiden, also wenn die Option keiner von den beiden greift, dann würde die komplette Wahl wiederholt mit Öffnung der Kandidatenliste. Du hast eine Verständnisfrage? Bitte schön, Mikrofon ist offen. Eine Verständnisfrage, die vielleicht sich ja einige stellen. Eine Stichwahl, könntest du bitte noch mal kurz erklären, wann jemand erfolgreich eine Stichwahl für sich entscheidet und in welchem Fall es hier passieren könnte, dass beide nicht in einer Stichwahl eine erforderliche Wahl für sich entscheiden? Ja, ich kann das machen, ihr seid so ungeduldig, ich hätte das natürlich trotzdem getan, immer wenn ich diesen Zettel hochhebe, erkläre ich natürlich was zum Wahlverfahren. Also ich kann hier die Geo zitieren, gibt es zwei Kandidierende, la la la, und erreichen diese, die zwei Bestplatzierten, nicht die jeweils erforderliche Mehrheit, so findet unter diesen eine Stichwahl mit absoluter Mehrheitswahl statt. Dabei kann nur eine Stimme vergeben werden, also ihr dürft nur ein Kreuz machen, wobei zusätzlich die Option keinen der Kandidierenden zur Verfügung steht, es gewinnt der Kandidierende mit mehr als der Hälfte aller gültigen abgegebenen Stimmen. Sprich, wir nehmen Wahlzettel Nummer 10, der ist gelb. Dieser Wahlzettel Nummer 10 wird für diese Wahl benutzt. Zur Wahl stehen Bernd Schreiner und das jetzt vielleicht auch für das BIMA-Team wichtig, wir können das ja so lassen, ist alles gut, steht ja da. Zur Wahl stehen Bernd Schreiner, das ist die Option 1, Ali Utlu als Option 2 und wenn ihr keinen von beiden wollt, nehmt ihr Option 3. Gewählt ist der Kandidat, der mehr als 50 Prozent der entsprechenden Stimmen bekommt. Bekommt keiner der beiden Kandidaten diese Mehrheit, dann würde die komplette Wahl wiederholt mit Wiedereröffnung der Kandidatenliste. Ich habe Rückfragen zu der Wahl, bevor ich überhaupt fragen am Mikro noch kurz, wenn ich darf. Wenn auf dem Wahlzettel nichts angekreuzt ist, das ist jetzt nicht definiert, das bestimme ich jetzt einfach qua Amt, wenn auf dem Wahlzettel nichts angekreuzt ist, ist das auch eine Ablehnung aller Kandidaten. Okay? 1, Bernd Schreiner und Ali Utlu und Ungültig, aber das kennt ihr schon. Na klar. Also, es gab den Wunsch, dass Bernd Schreiner und Ali Utlu zumindest noch mal kurz auf die Bühne kommen können. Das können sie natürlich tun, damit ihr noch mal seht, wer wer ist. Die sind ja auch zum Verwechseln ähnlich. Also Bernd Schreiner und Ali Utlu. Wenn ihr irgendwo hier in der Nähe seid, so, da kommt er schon. Ne, ich verwirre euch jetzt nicht. Ich sage noch einmal die Reihenfolge an, weil sie nachgefragt wurde und noch mal etwas zum Wahlzettel, während die beiden hier ihr Gesicht zeigen. Also, noch mal, macht ihr ein Kreuz bei der 1, dann wählt ihr Bernd Schreiner. Macht ihr ein Kreuz bei der 2, dann wählt ihr Ali Utlu. in der Reihenfolge nicht noch mal auf die Bühne tun können. Macht ihr ein Kreuz bei der 3 oder kein Kreuz, ist das eine Ablehnung. Macht ihr ein Kreuz bei der 4, ist das ein ungültiger Wahlzettel. Also, die 1, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Bernd Schreiner. Der Bernd könnte sich jetzt irgendwie als 1 hier vorne formieren, dann könnt ihr das, das macht ihr dann den ganzen Wahlgang so, oder? Ich habe es auch nicht gewählt. Die 2 ist Ali Utlu, bei der 2 ist allerdings ein bisschen schwieriger, eine 2 darzustellen, aber ihr kriegt das, ihr kriegt das irgendwie hin. Also, habt ihr euch gemerkt, wer wer ist? Ganz hervorragend. Dann vielen Dank euch beiden. Der Wahlleiter möchte noch ein bisschen mit euch reden. Ich, ich nehme mir das Ding aus dem Ohr hier, diese Stimmen sprechen zu mir. Also, gelber Stimmzettel Nummer 10. Wir haben 2 Kandidaten, Bernd Schreiner und Ali Utlu. Macht ihr ein Kreuz bei der 1, wählt ihr Bernd Schreiner, macht ihr ein Kreuz bei der 2, wählt ihr Ali Utlu. Macht ihr kein Kreuz, oder ein Kreuz bei der 3, lehnt ihr beide ab. Macht ihr ein Kreuz bei der 4, ist der Wahlzettel ungültig. Bitte jeder nur ein Kreuz. Kreuzigung bitte links lang. Jeder nur ein Kreuz. 1, 2 oder 3 oder keins, das geht auch. Keins oder 1, aber bitte nur in den Feldern 1, 2, 3, die 4 oder irgendwas anderes oder ein Smiley drauf, ist ungültig. Jetzt höre ich in meinen Funk und wenn ich da noch eine Nachfrage habe, dann... Hast du tatsächlich noch eine Frage oder willst du uns trollen? Ich habe tatsächlich eine Frage. Bitte schön. Erhöhen ungültige Stimmen das Quorum. Also die Frage ist, ob ungültige Stimmen das Quorum erhöhen. Ich lese das nochmal aus der GO vor. Es gewinnt der Kandidierende mit mehr als der Hälfte aller gültigen abgegebenen Stimmen. Das war ein verklausuliertes Nein. Okay, wir machen es wie vorhin. Ich höre jetzt bitte 4 Go's von meinen Preisleitern. Ich sehe die Leute schon. Die scharren alle mit den Rufen. Alles klar, ich habe 4 Go's von meinen Preisleitern. Bitte einmal alle Wahlhelfer die Arme hoch. Hat jemand was gegen diese Wahlhelfer? Das ist nicht der Fall. Dann bitte alle Urnen einmal zeigen. Die Orga-Urne bitte einmal zeigen. Die Presseurne bitte einmal zeigen. Die Urnen im Raum können runter. Die Wanderurnen müssen noch einmal beide gezeigt werden, bitte. So, eine Wanderurnen ist da hinten schon. Eine Wanderurnen ist da. Ihr habt alle Urnen gesehen. Damit eröffne ich den Wahlgang. Ihr könnt die Wahlzettel einschmeißen. Vielen Dank. Die Wahl ist eröffnet. Ihr könnt die Wahlzettel annehmen, liebe Wahlhelfer. Ich mache den vorletzten Aufruf zur Wahl. Wenn ihr jetzt noch wählen wollt, geht bitte zur Urne. Ich werde keine Gewalt androhen denjenigen, die beim letzten Aufruf plötzlich aufspringen. Letzter Wahlaufruf. Wer jetzt noch nicht gewählt hat, sprintet bitte zur Urne. Da ich kein Rennen sehe, schließe ich hiermit den Wahlgang. Wir kommen zur Auszählung. Okay. Liebe Versammlung. Liebe Versammlung. Nee, liebe Hasen. So sollte ich euch anreden. Nein, das sollte ich doch. Nee. Ich wollte das K-Fahren. So Hasen. Speziell an die Hasen hier aus Nordrhein-Westfalen. Oder die, die schon immer mal nach Nordrhein-Westfalen fahren wollten. Also vielleicht die Berliner zum Beispiel. Es gibt ja einen Bus, der nach Nordrhein-Westfalen fährt. Der ist nicht ganz voll. Also da sind noch Plätze frei. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Zumindest jetzt, wenn ihr nämlich nach Hause fahren wollt, habt ihr noch die hervorragende Möglichkeit, diesen Bus zu nutzen. Das Ganze ist kostenfrei. Ihr könnt natürlich irgendwie noch Geld spenden, aber das ist in erster Linie mal nicht wichtig. Da sind ein paar Plätze frei für diejenigen, die vielleicht sonst auf irgendwie anderem Wege zurück nach Nordrhein-Westfalen kommen würden. Der Bus fährt pünktlich um 17.45 Uhr. Hier vorne rechts, rechts aus der Halle raus, irgendwo zwischen Parkplatz und Halle. Zwischen Parkplatz und Halle ist in dem Kontext auch recht scheiße. Also der fährt da ab. In Halle. In Halle, vor der Halle. Ja, genau. 17.45 Uhr sind noch Plätze frei. Also einfach mitfahren, wenn ihr nach Nordrhein-Westfalen wollt. So, da machen wir noch was, wo wir gerade in Bussen sitzen. Der Niedersachsen-Bus hat auch noch Plätze frei. Der fährt gegen 19 Uhr, auch hier aus Halle, vor der Halle, über Braunschweig, Hannover, Bielefeld. Hat er gesagt. Leute, zwei Dinge, jetzt verarscht er mich. Ja, also erstens mal Bielefeld in Nordrhein-Westfalen und zweitens gibt es das ja gar nicht. Wir waren noch da. Nordrhein-Westfalen. Aber wir fahren weiter nach Osnabrück. Also ihr fahrt dann noch, wenn ihr Bielefeld gefunden habt, fahrt ihr dann noch weiter nach Osnabrück. Und Fakt ist, auch da sind noch Plätze frei. Wer also hier nach Dingens Bielefeld fahren möchte, kann da noch mitfahren. Als erstes, wir sind ja mitten in der Versammlung und der Hans-Emmanuel möchte einen GO-Antrag stellen. Das machen wir natürlich. Vermutlich ist das die Enthebung der Versammlungsleitung, schätze ich. Ich habe irgendwann gelernt, dass man nicht alles, was sinnvoll wäre, beantragen soll. Aber wo es mir darum geht, ich will das jetzt von hier aus machen, weil das geht halt darum. Während wir hier mitgeteilt kriegen, dass man um die Busse fahren und die Leute ihre Sachen packen müssen und wir sozusagen, ist jetzt kein Vorwurf an euch, aber im Grunde in Feuilleton-Stimmung sind, warten diejenigen, die hier bis endlos bleiben und tief in der Nacht erst nach Hause kommen, darauf, den vollständigen Bundesvorstand zu wählen. Denn darum sind wir hingefahren und darum bleiben noch Hunderte hier. Wir können es uns nicht erlauben, mit irgendwelchen Videos, tatschikischen Piraten-Grußworten und allen möglichen Scherzbemerkungen die Zeit zu vertrödeln. Wir müssen jetzt die Kandidaten für die nächste Position vorstellen und einmal zügig und konzentriert diese Wahl zu Ende bringen, ehe das noch anfechtbar wird. Darum beantrage ich jetzt, sofort weiterzumachen mit der Wahl des nächsten Platzes und das zu unterbrechen mit den Vorstellungen, wenn Wahlergebnis vorliegt und jetzt nicht noch hier abzuwarten, bis der Letzte meint, er möchte jetzt auch noch mithören. Wir müssen jetzt mal in die Hufe kommen und zügig. So, ich, also zunächst mal so ganz, möchtest du was dazu sagen? Ich würde sonst auch was dazu sagen. Also, ich, 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 ich höre mich viel lieber reden als dich. Also erst mal, erst mal jetzt, der Antrag ist formal nicht korrekt. Das wäre ein GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung im Prinzip. Der müsste schriftlich eingereicht werden mit Unterstützung und so weiter und so fort. Spielt aber eigentlich auch eine wesentlich geringere Rolle. Ich mache das so, dass ich jetzt dem Kollegen Marsching da vorne das Wort erteile. Herr Abgeordneter Marsching, Sie dürfen erklären, wo das Problem liegt. Ja, also, ich behaupte, das Problem liegt da, dass es nicht der Wille von jedem Einzelnen ist, zuzuhören, sondern dass es das Recht von jedem Einzelnen ist, hier zuzuhören. Die Wahlhelfer kriegen in der Zeit der Auszählung nicht mit, wenn jemand sich hier vorstellt. Von daher können Sie Ihre Wahlen nicht auf Informationen, auf weiter Informationsbasis treffen. Punkt eins. Punkt zwei. Je mehr Leute gehen, desto höher wird der Anteil an Wahlhelfern, weil die Wahlhelfer gehen nicht im gleichen Verhältnis, Gott sei Dank übrigens. Das heißt, je mehr Leute gehen, desto weniger prozentual kriegen mit, was hier passiert. Drittens. Wir sehen, die Auszählung läuft schon wieder in Richtung Schlange. Das heißt, das dauert gar nicht mehr so lange. Das kennen wir schon. Und viertens. Wir haben, ich kann das ja jetzt sagen, neun Kandidaten. Ein einziger davon hat sich noch nicht vorgestellt. Das heißt, wir haben acht Kandidaten, die wir zack, zack, innerhalb von einer Minute durch haben maximal und nur einer hat drei Minuten. Ich glaube, das kriegen wir hin. Und ich glaube vor allen Dingen, wir sollten das Prozedere nicht ändern, weil bei allen anderen Wahlen haben wir es so gemacht. Und wenn wir jetzt das ändern, ich glaube, da fühlen sich einige Leute auf den Schlips getreten. Von daher, bitte nicht ändern. Ja, vielen Dank, Michel. Ich unterstütze das. Wenngleich ich das gerade gerne, wir haben das gerade von uns aus, von der Versammlungsleitung schon angeregt, wir hätten genau gern dieses Verfahren gehabt, wie Hans-Emmanuel das vorgeschlagen hat. Da gibt es allerdings tatsächlich diverse Bedenken. Michel ist darauf eingegangen. Ich bitte euch, wirklich inständig, also wir können das machen. Ich mache gerne auch, behandle gerne GO-Anträge, behandle sehr gerne auch entsprechende Wortbeiträge dazu. Lasst uns jetzt diese Auszählpause, die können wir dazu nutzen, das macht ein bisschen Spaß, aber lasst uns bitte nicht mehr, lasst uns bitte nicht an der Tagesordnung großartig rumfummeln. Das ist wirklich meine herzliche Bitte an dieser Stelle. Wenn ihr dem folgt, wie ich das hier machen möchte, dann werden wir heute noch die entsprechenden Positionen im Vorstand besetzen können und alles wird gut. Ich weiß jetzt nicht, was ihr am Mikro machen wollt. Du hast einen Geschäftsordnungsantrag. Du stehst da nur oder möchtest eine Verständnisfrage stellen? Ich will eins wissen. Haben wir darüber schon abgestimmt, dass wir den nächsten Stellvertreter auch wählen? Darüber haben wir bereits abgestimmt. Positiv, wir werden den Posten besetzen. Ich habe mal eine Frage an die Versammlungsleitung. Kann die Versammlungsleitung bitte mal kurz darstellen, wie jetzt eigentlich heute der weitere Zeitplan aussieht? Es ist jetzt seit 17.30 Uhr und wir haben noch einen Bundesparteitag vor uns. Mir ist das nicht ganz klar, wie du das eigentlich noch auf die Reihe kriegen willst. Genau, das ist ganz hervorragend. Das ist nämlich quasi so, als hätten wir beide uns abgesprochen. Das ist sozusagen der Übergang zu dem, was ich jetzt als nächstes erklären wollte. Also genau, wir haben noch einen Bundesparteitag, also den ordentlichen Bundesparteitag vor uns. Theoretisch haben wir gestern eine Tagesordnung verabschiedet, die da so einige Punkte vorsieht. Wenn ich jetzt aber auf die Uhr gucke, wenn ich sehe, dass wir noch die Stichwahl und mindestens hier einen Wahlgang für den zweiten stellvertretenden Genseck vor uns haben, dann wird das Ganze irgendwie relativ spät. In der Zwischenzeit haben wir hier vorliegen bereits einen Geschäftsordnungsantrag für den ordentlichen Bundesparteitag, der den Tagesordnungspunkt 12, das ist die Schließung des Bundesparteitags, an die erste Stelle sozusagen ziehen möchte. Wenn der außerordentliche Bundesparteitag nach den Wahlgängen gleich beendet ist, werde ich als erstes diesen Geschäftsordnungsantrag zur Abstimmung stellen. Also der ist formal alles soweit korrekt. Wir werden dann über diesen Geschäftsordnungsantrag abstimmen. Wenn dieser Geschäftsordnungsantrag angenommen wird, werde ich danach, beziehungsweise wird der Versammlungsleiter danach die Versammlung schließen und dann fahren wir mit einem neu gewählten Bundesvorstand nach Hause. Allerdings die Tagesordnungspunkte ansonsten, die für den BPT vorgesehen waren, können wir dann eben aus Zeitgründen tatsächlich nicht mehr angehen. Wenn ihr, das heißt die Versammlung, diese Tagesordnung halt nicht so ändern wollt, dann ziehe ich das so ein bisschen durch, bis mir irgendwann der Florenz Dölschner sagt, ich ziehe dir gleich den Strom raus, weil wir müssen noch die ganze Halle abbauen. Dann werden wir irgendwann halt ein zeitliches Limit haben. Dann werden wir irgendwann den Bundesparteitag schließen. Ein geplantes Ende war eigentlich so für, ich sag mal so 18.30 Uhr vorgesehen, vielleicht auch 19 Uhr. Wir werden aber auf jeden Fall die Wahlgänge aus dem außerordentlichen Bundesparteitag entsprechend durchziehen, egal was irgendwie passiert. Das werden wir machen. Sobald wir aber im Bundesparteitag sind, wir diesen Gehohrentrag, den ich gerade erklärt habe, nicht annehmen, dann werde ich halt irgendwann die Versammlung schließen. Ja, aus Zeitgründen. Soweit klar, was ich da gerade gesagt habe. Also, wir... Wir lassen uns mal überraschen. Ja, nochmal in Kurzfassung. Außerordentlicher Bundesparteitag ziehen wir durch, alle Wahlgänge. Danach steigen wir ein in den Bundesparteitag, behandeln den Vorschlag zur Tagesordnung, das Ding danach direkt zu schließen, stimmen darüber ab, ihr entscheidet das und danach wäre dann quasi Schluss. Vielen Dank. in der Auszählung. Bitteschön, Mikrofon ist offen. Gut, Nummer 2. Großartig, ich habe das vermisst. Ja, ich würde euch bitten, ein bisschen ruhig zu sein. Ich möchte nämlich gerne Danke sagen, und zwar einer Person, die für dieses Orga-Team sehr essentiell war, alle Parteitage, die ich aktiv in der Orga mit dabei war. Ich stehe hier stellvertretend für alle Menschen, die schon mal in dieser Orga waren oder es gerade noch sind, die beim Aufbau sind, die politisch definitiv nicht einer Meinung sind in vielen Punkten, die aber immer es geschafft haben, so gut zusammenzuarbeiten, dass wir Parteitage durchführen konnten. Ich möchte dieser Person danken, auch wenn ich politisch nicht mit ihr einer Meinung bin, weil es einfach großartige Arbeit leistet, dieser Mensch. Und wie der Zufall das so will, haben wir das natürlich ausgeklüngelt, dass der gerade auf der Bühne steht. Lieber Florenz, wir haben ein paar Laster für dich zusammengepackt. Das ist leider nicht der Energy Drink, den du sonst trinkst, den gab es nicht mehr. Danke. Danke. Schön, dass ihr klatscht. Ich hoffe, das ist stellvertretend mal für das gesamte Team, weil ich arbeite ja nicht alleine. und ich würde mal sagen, so 80 Prozent der Leute schleife ich mit mir so seit bestimmt drei Jahren mit. Das heißt, denen muss ich gar nicht mehr sagen, was sie zu tun haben. Und das ist extrem klasse. Ansonsten noch die Sache. Der Parteitag ist jetzt bald zu Ende. Ich weiß, dass viele schon auf dem Weg nach Hause sind. Jede Minute, die ihr hier gleich noch beim Abbau helft, schenkt mir nachher die eine oder andere Stunde Schlaf. Deswegen wäre es ganz toll, wenn ihr bis zum Ende... Ah, jetzt kriege ich den Zettel selber hingelegt und muss es vorlesen. Die Stühle, wenn ihr die nach Versammlungsende hier vorne werden wir dann an der Wand aufmachen. Die Virendatenbank wurde aktualisiert. Da ist wieder jemand von der Sicherheit, der sagt euch, auf welchen Stapel die kommen, weil die sind entweder weiß oder schwarz unten dran. Da haben wir dann zwei verschiedene Stapel. Dann die Tischdeckdosen. Bitte zusammenrollen. Die bringt ihr bitte vorne links zur Wahlleitung. Dort stehen dann Kistenbereiche. Da wird euch auch gesagt, in welche Kiste die gehört. Die Switche dann bitte von den Kabeln, die noch dran sind, entsprechend trennen und hier vorne an die Bühne legen. Genau, ich mache mal hier Flugeinweise. Die LAN-Kabel von den Kabeln trennen, genauso wie das Stromkabel von den Switchen. Die Stromkabel bitte hier vorne auch zu den Switchen bringen. Genau, ja, ja, ich wollte sagen, also die LAN-Kabel bitte von dem Gaffer-Tape trennen und maximal bis zu den Bodenkanälen bringen und anschließend dann noch die Tische zusammenklappen und an die Hallenrückwand. Das sind für euch 10, 15 Minuten, die ihr noch hier seid, aber für die Orga ist das enorm. Wir haben viel Zeit, die uns am Schluss übrig bleibt für andere Dinge und vielleicht ein bisschen mehr Schlaf, weil ich habe, glaube ich, die letzten drei Tage so sieben Stunden Schlaf gehabt und den meisten anderen wird es nicht anders ergehen. Ich danke euch für eure Hilfe im Nachhinein und wünsche euch noch viel Spaß beim Parteitag. So, ihr habt den Aufruf von Florenz gehört. Ich habe auch genau aufgepasst, ihr habt gerade ganz doll geklatscht, als die Lara eben gedankt hat und so. Ich sehe das so als quasi verpflichtend, dass ihr ihm natürlich ja auch nachher helft. Also ich glaube, das ist das größte Dankeschön, was ihr ihm irgendwie geben könnt. So, wir sitzen hier... Wie sieht es hier aus, lieber Michel? Ein Zettel wird noch nachgezählt. Ein Zettel wird noch nachgezählt. Ein Stimmstel. Okay. Eine Rolle natürlich. Geht es euch denn noch gut? Da möchte ich gerne ein Meinungsbild abfragen. Also wenn es euch noch gut geht, dann hebt ihr bitte jetzt eure grüne Stimmkarte. Wenn es euch nicht gut geht, die orange Stimmkarte. Ja, ich teile dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild überwiegend positiv ausgegangen ist. Vincent möchte das alleine auszählen. Wie lange zählen die an so einem Zettel? Ich glaube, der Herr Marsching meinte eine ganze Wahlurne, die noch ausgezählt wird, aber... Man weiß es nicht. Ich sollte dich für den Spruch schlagen. Das kommt doch hier vom Bastel, oder? Wird das eigentlich hier mitgeschnitten, eure Funk-Kommunikation? Ja, genau. Bei Formel 1 ist das auch immer so, ne? Ja, you're a very nice team. I thank you for everything. Was? Hast du ein Ergebnis? Ja, wenn ich dich damit verstummen lassen kann, habe ich auch ein Ergebnis. Also, ganz kurz, warum das so lange dauert, wird mir gerade gesagt. Wir haben anscheinend, obwohl ich es gesagt habe, und ich meine mehrfach, das Problem gehabt, dass es Menschen gab, die Wahlhelfer verunsichert haben und gesagt haben, dass ein Wahlzettel, wo es keine Kreuze gibt, dass das anders gewertet wird, als ich das hier vorher gesagt habe. Daraufhin haben sich Wahlhelfer gemeldet und haben gesagt, bitte zählt das nochmal nach, dass wir auch alles richtig gemacht haben. Verunsicherte Wahlhelfer bedeuten hinterher am Nachzähltisch mehr Zeit und deswegen wurde jetzt nachgezählt, aber ich sehe sie gerade alle aufstehen. Ich gehe davon aus, dass war jetzt die letzte Nachzählung und dann kriegt ihr jetzt auch das Ergebnis. Ich sehe, dass der Drucker da hinten Druck, das heißt, da kommt jetzt das Ergebnis raus. Nicht in der Halle rennen. Oh mein Gott, das ist ja viel Text. Ich will ja nur ein Ergebnis. Also ich lese das einfach jetzt von oben nach unten vor. Offener Brief an die Versammlung. Alle Wahlelfer wurden befragt, ob sie leere Wahlzettel und wie sie diese gezählt hatten und nach Zählmodusbefragung wurden alle solchen Urnen nachgezählt. Das habe ich gerade schon gesagt. Stichwahlgang 8 zum stellvertretenden politischen Geschäftsführer. Ergebnis nach Auszählung von 26 von 26 Urnen. 568 gültige, fünf ungültige Stimmen. Keinen der Kandidierenden 17,78 Prozent. Ali Utlu 27,99 Prozent und gewählt ist Bernd Schreiner mit 54,23 Prozent. Bernd Schreiner Bernd, komm auf die Bühne, wir wollen doch weitermachen. Bernd, Liebesbekundung küsse auch von mir. Wir losen jetzt an Komfortstelle und dann kommt Steffi in den Weg. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Dankeschön. Du bist im Moment los. 1,2,3. Dankeschön. 1,2,3. Achso, der Bernd sagt, er ist noch erster Vorsitzender in Thüringen. Und wie lange noch? Im Herbst wird Landesparteitag sein. Im Herbst ist Landesparteitag. Das heißt, wir müssen die Versammlung fragen, ob das für die Versammlung okay ist, dass du da quasi Ämterkumulation betreibst. Und ja, also ja, grüne Karte bitte, orange, nein. Ich sehe ein nahezu einstimmiges Ergebnis und damit ist die Versammlung der Meinung, dass das okay ist. Vielen Dank euch. So, geht Schlag auf Schlag hier. Wir haben ja vorhin schon die Liste. Ey, jetzt macht doch hier nicht was anderes, während ich vorlese. Bei der Wahl, zur Wahl des zweiten stellvertretenden Generalsekretärs geschlossen. Wir haben die Lose auch schon fertig. Das hier ist mein neuer Wahlgolem, der Andreas. Der wird jetzt die entsprechenden Lose ziehen. Ich weise noch mal darauf hin. Nein, ich weise darauf hin. Hier sind Leute, die wir schon gewählt haben, mit in dem Topf. Die fliegen dann halt raus. So, als erstes Ralf Hurnig. Dann Gero Kühn. Danach spricht Babak Tobis. Dann Christian Werner. Den haben wir schon gewählt. Als fünftes spricht Simone Wagner. Als sechstes Bernhard Smollard. Als siebtes Michael Ebner. Als achtes Marcel Reitschel. Und den haben wir schon gewählt. Also nochmal die Reihenfolge. Fürs Protokoll. Ralf Hurnig. Gero Kühn. Babak Tobis. Christian Werner. Simone Wagner. Bernhard Smollard. Michael Ebner. Marcel Reitschel. So, wenn ich richtig aufgepasst habe, ist auf jeden Fall Ralf Hurnig der Erste, der sich vorstellen darf. Korrekt? Ralf. Kommst du nochmal einmal nach oben, dann können sich zumindest... Ralf, 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 ich sag's ihm. Dann kriegt er es mit. So, der junge Mann, der da jetzt die Bühne betritt, ist Ralf Hurnig. Ihr kennt ihn. Er hat sich schon vorgestellt und hat gerade signalisiert, dass er auf die minütige Vorstellungszeit verzichten möchte. Ich frage dennoch, ob es irgendwie Fragesteller gibt. Wenn ich jetzt jemanden sehe, der zum Mikrofon rennt, würde ich die Versammlung fragen, ob wir fragen wollen. Ich sehe allerdings niemanden, der mir irgendwie signalisiert, dass er Fragen stellen möchte. Damit war das dann auch die Vorstellung von Ralf. Vielen Dank. So, zweiter Kandidat ist Gero Kühn. Da kommt er auch schon. Und Gero hat sich schon vorgestellt, hat eine Minute Zeit, bitte. So lange brauche ich nicht. Ich mache das relativ kurz. Es wäre für mich genauso eine Riesenehre, dieses Amt im Bundesvorstand zu bekleiden. Vielen Dank. Okay, danke schön, Gero. Auch hier wieder die gleiche Frage, ob irgendjemand Fragen stellen möchte. Wir machen das wieder so wie vorhin. Ihr rennt direkt sowieso zum Mikrofon, winkt mir irgendwie zu, wenn ihr fragen möchtet. Ich sehe niemanden, der das tut. Oder, nein, du auch nicht. Dann brauche ich auch nicht fragen, ob wir fragen möchten. Der dritte Kandidat ist Babak Tubis. So, Babak hat eine Minute Zeit, bitte sehr. Auch ich mache es ganz kurz, da jetzt gleich mein Bus fährt. Das heißt, ich werde selbst zur Wahl nicht da sein. Ich habe vorhin als erster Steff zurückgezogen, weil ich weiß, dass das jemand Besseres kann. Und im Zweiten könnte man tatsächlich noch dazulernen. Danke. Vielen Dank, Babak. Ich möchte jemanden Fragen stellen. Ich sehe niemanden, der zum Mikrofon rennt. Damit ist auch die Vorstellung von Babak Tubis erledigt. Babak würde vorhin eine Telefonnummer geben. Babak möge bitte einmal die Telefonnummer am Front Office abgeben, damit wir mit dir telefonieren können, falls du gewählt wirst. Gut. Der nächste Kandidat ist Christian Werner. Christian Werner sehe ich jetzt nicht. Der Christian Werner ist nach Hause. Okay, dann kann es da auch keine entsprechende Vorstellung geben. So, dann haben wir als nächstes noch Simone Wagner. Da ist Simone Wagner. Simone hat sich schon vorgestellt, hat dann noch mal eine Minute, wenn sie mag. Um es für alle kurz zu machen, ich habe vorhin schon meine Gründe genannt. Ich stehe immer noch hier, ich warte bis zum Schluss. Ja, das war es schon. Ja, vielen Dank, Simone. Ich sehe auch hier niemanden zum Mikrofon stürmen. Damit scheint es auch da keinen Fragebedarf zu geben. Dann rufe ich den nächsten Kandidaten auf, das ist Bernhard Smolatz. Hat sich auch schon vorgestellt und hätte noch mal eine Minute. Bitte sehr. Ja, hallo. Jetzt kommen wir wieder zu dem ersten Problem, was ich für die Piraten eben verbessern wollte. Das ist eben, dass wir das leben, was wir nach außen propagieren. Deshalb will ich mich eben für den Beo einsetzen. Und wie es aussieht, auch für eine effizientere Vorstandswahl. Vielen Dank. Ja, ihr habt es gehört. Danke Bernhard. Gibt es Fragen an Bernhard? Dann rennt zum Mikrofon. Das sieht nicht danach aus. Damit ist auch die Vorstellung von Bernhard Smolatz erledigt. Der nächste Kandidat ist Michael Ebner. Michael hat sich auch schon vorgestellt. Hat demzufolge auch noch mal eine Minute Zeit, wenn er mag. Ja, ich kandidiere auch noch mal. Die Entscheidung liegt bei euch. Das ist auch sehr kurz und knapp gewesen. Ich sehe auch hier niemanden, der zum Mikrofon stürmt oder irgendwie signalisiert, dass er das tun möchte. Dann gibt es auch für den Michael keine weitere Befragung. Der nächste Kandidat ist Marcel Ritschel. Den sehe ich jetzt zumindest nicht hier vorne. Also Namen lassen wir korrigieren auf dem Beamer-Bild. Das ist das kleinste Problem. Der junge Mann heißt Ritschel, nicht Reitschel. Weiß irgendjemand, ob er noch da ist? Ich habe nicht verstanden. Schon weg? Ich verstehe das nicht. Er zieht zurück. Wo ist er denn? Also Rückzug über Dritte ist ein bisschen schwierig. Das müsste er persönlich tun. Ansonsten steht er halt auf dem Wahlzettel drauf. Und dann muss er halt gegebenenfalls nicht annehmen, wenn er nicht kandidieren möchte. Also das ist ansonsten eine ganz... Er hätte es getwittert. Er hätte es getwittert. Das ist jetzt scheinbar. Ich gucke einmal die Juristen vom Dienst an. Es gibt offenbar einen Tweet, in dem der Kandidat seinen Rückzug erklärt. Und ich schlage vor, wir lassen ihn auf dem Wahlzettel draufstehen, ja? Okay, dann machen wir das so. Also Marcel wird weiter wählbar sein. Wie er mit der Information aus Twitter umgeht, ist mir ehrlich gesagt relativ latte. So. Gut. Ich habe fertig. Wahlleiter. Okay, go. Zack. Stimmzettel Nummer 11. Der ist rot. Achso, Wahlhelfer geht bitte in Richtung eurer Ohren. Ich erkläre währenddessen schon mal. Stimmzettel Nummer 11. Der hat hier so ein Rot. Ich will das gar nicht anders bezeichnen. Die Kandidatenreihenfolge seht ihr da auf dem Beamer. Von 1 bis 8. Ihr könnt wieder von 0 bis 8 Kreuze machen. Ihr könnt alle wählen, ihr könnt keinen wählen. Alles, was keine klare Willensbekundung ist, ist ein ungültiger Wahlzettel. Ich erinnere noch mal ans Falten. So falten. Man muss rot hier sehen. Und Stimmzettel Nummer 11 muss man sehen. Der nächste ist der weiße. Bitte nicht beide einschmeißen. Ich höre auf mein Funkgerät, was die Bereichsleiter mir sagen. Wir brauchen einen Freiwilligen, der noch als Wahlhelfer mit der Wanderurne läuft. Vielleicht meldet sich jemand schnell am Wahlbüro. Mein Aufruf hat jetzt ein kleines Chaos bei der Wanderurne erzeugt. Aber auch das gibt es bei uns. Gut, da seht ihr, wie die Uhre wandert. Also einmal alle Wahlhelfer bitte aufzeigen. Ihr kennt das Prozedere. Das sind eure Wahlhelfer für diesen Wahlgang. Gibt es da wieder oder Einspruch? Sehr gut, das ist nicht der Fall. Bitte einmal die Uhren hoch und zeigen, dass sie leer sind. Alles klar, ich habe sie alle gesehen. Ihr habt sie auch alle gesehen. Dann hoffe ich, dann jetzt die Uhren bitte zumachen. Ich sehe, alle Uhren sind zu. Ich eröffne hier mit dem Wahlgang. Die Zeitung können eingeschmissen werden. Viel Spaß. Wie immer gilt, verteilt euch auf die Uhren. Ich sehe hier im Mittelgang riesige Schlangen. Es gibt Uhren, es gibt Uhren, da stehen ein oder zwei Leute. Da hinten winkt eine Uhre, der ist langweilig. Das ist da drüben. Vielleicht diejenigen, die bis jetzt nicht aufgestanden sind, einfach immer zu den Winkenden gehen. Ich soll euch nochmal sagen, von den Rändern könnt ihr bitte eher in die Mitte kommen. In der Mitte ist ganz viel Platz. Vom Gendern? Vom Gendern in die Mitte kommen. So, ich nutze schon mal die Gelegenheit und möchte bitten, dass der Tobias Stenzel, wo auch immer der ist, schon mal so langsam aber sicher hier zur Bühne kommt. Ich würde ihm dann die Gelegenheit geben, in der Auszählpause seinen Beitrag zum Thema Basisentscheid vorzutragen. Also, Tobias Stenzel, du bist das? Ja? Du kannst schon mal langsam hier nach vorne kommen, sobald der Wahlgang dann geschlossen ist, ist es deine Bühne. Zu eurer Information. Die Wahlhelfer wählen gerade selber. Ihr wart also wieder sehr schnell. Die Wanderurne ist hinten noch unterwegs. Die müssen da 250 Meter in die Richtung und dann durch zwei Etagen. Ich habe den Verbesserungsvorschlag schon aufgenommen, beim nächsten Mal zwei Wanderurnen für so weit entfernte Bereiche zu machen. Aber im Moment sind die noch unterwegs. Ich mache einen vorletzten Wahlaufruf. Die eine Wanderung ist auf dem Rückweg. Also, wenn ihr wählen wollt, begebt euch bitte jetzt zu den Urnen in eurer Nähe und gebt eure Stimme ab. So, das sind meine beiden Wanderungen. Ich habe das okay von all meinen Bereichsleitern. Das ist der letzte Aufruf, wer jetzt noch wählen will. So, allerletzter Aufruf, wer jetzt noch wählen will, rennt schreiend zu seiner Urne in fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich sehe keinen mehr. Der Wahlgang ist geschlossen. Keine Wahlzettel werden mehr angenommen. Jetzt schreiten wir zur Auszählung. Hervorragend. Wir machen jetzt was mit Basisentscheid. Und der Tobias Stenzel wird euch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, alles gut. Tobias Stenzel, also du kannst... Du brauchst eine Folie. Das hast du eingereicht. Der Tobias hat eine Präsentation oder eine Folie eingereicht. Okay, dauert eine Sekunde, dann vielleicht auch drei, bis wir den Vortrag dann haben und dann kannst du starten. Mikrofon ist offen. Also, da haben wir im Augenblick noch bis zu einem Redeslot und das noch mit der Technik hier nicht funktioniert. Eine kurze Ansage. Vom Team Polgeff, die politischen Geschäftsführer und das Team Polgeff treffen sich jetzt da vorne im Café, im Foyer, um dort nochmal zu besprechen, weil wir wollen direkt jetzt auf den Bundesparteitag und danach anstoßen für die Wahlkämpfende in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen, so viel wie möglich aus der positiven Stimmung hier aus dem Bundesparteitag, aus dem APPT und allem mitzunehmen, um dort Unterstützung zu kriegen für den Wahlkampf, weil da ist extrem wichtig für die ganze Partei, dieses positive Signal, das hier von diesem Parteitag ausgegangen ist, weiterzuführen in diese Landtagswahlkämpfe und dort diese Stimmung zu unserem Besten weiterzuführen, treffe sich die vor. Es sind alle eingeladen, die politischen Geschäftsführer, auch die ehemaligen politischen Geschäftsführer, falls sie nur anwesend sind. Danke. Ja, vielen Dank. Jetzt ist auch die Präsentation da und dann kannst du starten. Okay, seid ihr da? Ja. So, ich werde euch mal noch ganz kurz was über dieses Ding erzählen, das hinter dem Hashtag BO verbirgt. Also es geht hier um den Basisentscheid. Nächste Folie. So, wir haben das Ganze letztes Jahr auf dem PPT in Neumarkt beschlossen. Das Ganze besteht aus einem Paket aus einer Satzungsänderung, das findet ihr in § 16 in der Satzung. Dazu gibt es noch eine Entscheidsordnung, die die Abläufe des Basisentscheids noch etwas näher festlegt. Mittlerweile wurde auch eine Variante davon auf dem Landesparteitag in NRW dieses Jahr beschlossen. Der Basisentscheid ist eine Form der Urabstimmung, rechtlich gesehen. Das Ganze ist ein direkt demokratisches Verfahren. Es läuft so, dass jeder Pirat genau eine Stimme hat. Es gibt in diesem System keine direkte Stimmrechtsübertragung der Likation. Stattdessen ist geplant, ein System für Beschlussempfehlungen einzubauen. Das läuft dann im Prinzip wie auf einem Parteitag, wo man auch mal links und rechts schaut, was tut der Nachbar. Das soll einfach die Abstimmung erleichtern, aber jeder muss seine Stimme selbst abgeben. Das Ganze besteht aus einem Offline- und Online-Teil. Der Basisentscheid ist ein getaktetes Verfahren. Es gibt regelmäßige Abstimmungen über gebündelte Anträge. Das sind im Normalfall bis zu 20 pro Basisentscheid. Und es sind zwischen den Stichtagen, also den Abstimmungstagen, mindestens vier Wochen Abstand. Also was können wir damit machen? Wir können damit im Prinzip Abstimmungen und Personenwahlen machen. Jetzt ist die Frage, ist das alles verbindlich? Im Prinzip ja, aber es gibt ja ein paar Ausnahmen. Diese Ausnahmen stammen aus dem Parteiengesetz. Das nennt sich Parteitagsvorbehalt. Da kann man sich recht ein bisschen darüber streiten, ob eine Urabstimmung das doch darf. Aber der Basisentscheid respektiert diesen Parteitagsvorbehalt. Dadurch sind also nur Abstimmungen zu bestimmten Dingen verbindlich. Wir können damit aber Grundlehnen der Parteipolitik und Angelegenheiten von grundsätzlicher oder besonderer politischer Bedeutung beschließen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, bei Bedarf organisatorische Dinge zu klären. Über die Gegenstände, über die man nicht verbindlich abstimmen kann, kann man trotzdem abstimmen. Die sind dann eben unverbindlich. Das Ganze läuft unter dem Stichwort Basisbefragung. Genauso gut sind auch unverbindliche Empfehlungen an Mandatsträger möglich. Wenn sich aber ausreichend Leute beteiligen, da seid ihr gefragt, dann wird das Ganze auch eine gewisse politische Bindungswirkung entfalten, auch wenn es rechtlich eigentlich nicht verbindlich ist. Also macht mit. Das erste Verfahren im Basisentscheid ist die pseudonymisierte Abstimmung. Die erfolgt grundsätzlich online. Wenn das nicht möglich ist, aufgrund von keinem Internetzugang oder was auch immer, dann kann man das auch auf Antrag per Brief durchführen. Der Abstimmungszeitraum beginnt immer zwei Wochen vor einem Stichtag. Also man hat dann immer zwei Wochen Abstimmungszeit, dann kommt der Stichtag. Dann hat man auch mal eine Zeit, in der nichts abgestimmt wird. Also keine ständige Abstimmung. Online, also pseudonymisiert, sind nur Abstimmungen möglich, keine Personenwahlen. Das Ganze ist auch kein Klarnnamensystem, eben pseudonymisiert. Es ist nicht anonym. Es ist für jeden dann möglich, nach der Abstimmung mit einem digital signierten Beleg nachzuweisen, wie man abgestimmt hat. Jeder kann das überprüfen, aber andere Mitglieder können das jetzt nicht so direkt nachprüfen. Die andere Variante ist die geheime Abstimmung bzw. Wahl. Das erfolgt dann im Normalfall per Urne oder auf Antrag auch wieder per Brief. Die Urnenabstimmung ist zunächst nur am Stichtag möglich. Bei Wahlen wird der Pastenentscheid immer offline durchgeführt. Bei Abstimmungen ist es so wie auf einem Parteitag. Es gibt einen Antrag auf geheime Abstimmung. Der erfordert ein Quorum von 5% der angemeldeten Personen. Und zu kleiner Hinweis, man könnte den Basisentscheid auch komplett offline durchführen, ohne dass man dafür irgendeine Software braucht. Das könnte man jederzeit so durchführen. Um am Basisentscheid teilnehmen zu können, müsst ihr euch einmalig identifizieren lassen persönlich. Das nennt sich Verifizierung. Es ist auch geplant, das in Zukunft per Postident anzubieten, um die Leute zu erreichen, die nicht zu Parteitagen kommen können. Mittlerweile ist es möglich, dass Landesvorstände oder LPTs Verifizierungsbeauftragte wählen. Wenn ihr mal den Beschluss nachlesen wollt. Bisher war es möglich, auf dem BPT 1320 zu verifizieren, dann auch auf der Europa-Auffahrung noch einigen anderen kleinen Veranstaltungen. Heute war es auch teilweise möglich. Und wenn dann bei euch demnächst mal ein Parteitag ansteht, bitte nervt an euren LAFO, dass sie das auch bei euch anbieten. Also ich vertrete die Projektgruppe Basisentscheid. Wir kümmern uns um die Entwicklung des Ganzen. Wir haben die Verifizierungsprozesse mitentwickelt. Wir haben die Entscheidsordnung bzw. die O der Verantwortlichen überarbeitet. Die Software ist gerade in Entwicklung, ist auch schon auf einem guten Weg. Und dann werden wir uns auch um die Entwicklung der Offline-Abstimmungsprozesse kümmern. Okay, also der Arbeitsstand ist jetzt so. Wer auf die Zierung läuft, wie gesagt. Die Entscheidsordnung ist überarbeitet in einer guten Form. Die Software ist aktuell in Entwicklung. Man kann sie in Teilen benutzen, also abstimmen ist möglich. Das Ganze ist aber noch nicht so, dass man es wirklich ernsthaft für einen echt verbindlichen Basisentscheid einsetzen könnte. Also die öffentliche Testphase des Alpha-Release wird bald starten. Ich hoffe in den nächsten Wochen. Wir werden dann auch unverzüglich den Quellcode dazu veröffentlichen. Das Thema Offline-Abstimmungsprozesse ist noch nicht wirklich gut bearbeitet. Da bräuchten wir auch noch Unterstützung. Nächstes. Wie gesagt, wir brauchen Hilfe. Ganz dringend. Jeder kann mithelfen, nicht nur Softwareentwickler. Schaut mal auf unsere Website. Da ist ein bisschen mehr dazu erklärt. Wir brauchen aktuell Leute, die sich ums Webdesign kümmern. Da haben wir noch gewisse Defizite. Dann wäre es gut, wenn wir Experten für Usability und Barrierefreiheit im Team haben. Und natürlich brauchen wir auch Softwareentwickler und Leute, die Software testen können. Wir entwickeln hauptsächlich in Python. Ein Teil ist auch in Java geschrieben. Also wenn ihr das könnt, bitte kommt zu uns. Wir machen zurzeit mittwochs um 20 Uhr regelmäßig Arbeitszeit. Arbeitssitzungen in Mambel. Schaut auch auf unsere Website. Da sind die Termine dann auch angegeben. Ja, das war es dann schon. Folgt uns bitte auf Twitter unter und schaut auf unsere Website www.basisentscheid.piratenpartei.de Danke. Ja, ganz herzlichen Dank, Tobias. Kommt der Link nochmal? Kommt noch, aber im Moment. Alles gut. Also es ist der Wunsch herangetragen worden, den Link gleich zu dieser Präsentation nochmal zu veröffentlichen. Das werden wir gleich tun. Und just in dem Moment, wo ich das sage, steht auch schon der Link da oben. Wer das also nochmal irgendwie nachgucken will, kann das gerne darüber tun. Also wir haben im Moment noch durchaus ein bisschen Zeit. Ich sehe jetzt gerade nicht, wo der Tobias hingelaufen ist. Tobias, bist du noch irgendwo? Wo ist er? Du fragst ihn einfach so, Björn, oder? Also ich warte im Prinzip auf ein Wahlergebnis. Das tut wahrscheinlich. Zwei Minuten. Der Wahlleiter signalisiert mir zwei Minuten. Möchte jemand so lange irgendwas vortanzen? Sandra, wenn du schon per Twitter fragst, ne? Dann werde ich jetzt so, das ist einfacher, habe ich mehr als 140 Zeichen zur Verfügung. Wir machen den Deal, ja? Du, fünfminütigen Wortbeitrag auf dem Bundesparteitag und ich tanze für den Bundesparteitag. Ihr seid dafür, oder was? Läuft. Willst du das spontan machen? Also noch hätte es vielleicht die fünf Minuten sein. Ihr wollt mich übrigens nicht tanzen sehen. Aber wir machen das. Wir machen das so. So, lasst uns bitte ernst werden. Politik ist kein Spaß. Michelle, hast du ein Ergebnis? Wenn ich das Gesicht sehe, befürchte ich Schlimmes. Ich habe ein Ergebnis und ich bin etwas angepisst. Bei der letzten Urne ist ein ungültiger Wahlzettel drin. 434 gültige, eine ungültige Stimme. Auf Platz 8 Christian Werner, 4,61 Prozent. 7 Bernhard Smollert, 7,83 Prozent. 6 Ralf Honig, 8,76 Prozent. 5 Marcel Ritschel, 15,21 Prozent. Das muss im Ergebnis übrigens gleich bitte einmal korrigiert werden. 4 Simone Wagner, 20,97 Prozent. 3 Babaktubis, 24,19 Prozent. 2 Gero Kühn, 27,88 Prozent. Und wir haben einen zweiten stellvertretenden Genseck mit Michael Ebner mit 63,13 Prozent. Nimmst du die Wahl an? Ja, ich und danke für das Vertrauen. Ja, herzlichen Glückwunsch dann auch Michael. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sind wir durch mit dem außerordentlichen Bundesparteitag. Der gewählte Versammlungsleiter hier hinter mir, Mike Saunus, wird das nachher sicherlich in größerer Runde nochmal tun, was die Danksagungen angeht. Eins möchte ich aber schon mal loswerden und ich glaube, das ist hier für uns ja als Versammlungsleitung immer wahnsinnig wichtig. Ich glaube, der Typ hier neben mir, der Michel Marsching, hat mit seinem Team Wahnsinnsarbeit in den letzten beiden Tagen geleistet. Ich kann das nicht für mich alleine in Anspruch nehmen, das tut mir leid. Also wenn, dann müssen wir den Martin nennen, wir müssen den Andreas nennen, die Julia, den Admiral hinten, den Maid, den Bass, Wastel. Wir müssen da drüben nennen den Eberhard und unsere bezaubernde Losfee und den Jürgen. Und ich weiß nicht, wenn ich noch jetzt alles vergessen habe, den ich von hier nicht sehe. Also wenn, dann bitte an das ganze Team, weil die waren alle wirklich großartig. Es ging, glaube ich, gar nicht besser. Ja, vielen Dank euch allen dafür. Ich hätte noch Bock auf so ein paar Vorstandswahlen, aber geht leider nicht, müssten wir die Satzung ändern. Also schließe ich jetzt an dieser Stelle den außerordentlichen Bundesparteitag und bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit und Mithilfe. Jetzt kommen wir endlich zum ordentlichen Bundesparteitag. Und ich bitte euch noch, ich bitte euch noch um einen kurzen Moment halt eben Geduld. Hört nochmal ganz aufmerksam zu. Stellt für ein paar Minuten nochmal das Aufräumen ein, damit wir das auch ganz konzentriert den Part zu Ende kriegen. Der Hans-Emmanuel Herbers steht schon am Mikrofon, hat einen Geschäftsordnungsantrag und bitte. Also, Daniel, guck so zögernd. Ja. Mein Antrag ist der Form habe eine Antrag auf Änderung der Tagesordnung des ordentlichen Bundesparteitages. Und zwar beantrage ich den Punkt, Daniel, hierfür mal weiter. Zwölf ist es, glaube ich, Schließung des Parteitages sofort vorzuziehen. Ich möchte da zur Begründung eines sagen. Seit ich den gestellt habe, haben mich ein paar Leute angesprochen und gesagt, können wir jetzt nicht noch wenigstens den Vorstand entlasten? Nein, können wir nicht. Weil, wir wissen erstens, das muss ich von wegen Kittero-Kensio und Katago sagen, dieser ordentliche Bundesparteitag ist nicht ordnungsgemäß einberufen und nicht berechtigt, einen Vorstand zu entlasten. Aber unabhängig davon, selbst wenn er es wäre, dann guckt euch bitte um mit Bussen aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen weggefahren und hunderten Leuten, der Mehrheit schon weg, ist das nicht korrekt, sondern eine Frage jetzt hier zu machen. Können wir nicht wenigstens, wurde dann gefragt, die Wahl des Schiedsgerichtes vorziehen, damit das Schiedsgericht vollständig arbeiten kann. Ich sage euch, das Schiedsgericht ist ein verdammt wichtiges Gremium. Bin ich davon überzeugt, werde ich da im späteren Parteitag auch mitkriegen, wie ich das meine. Aber es ist zu wichtig, um es auf dem Gang zwischen Klo und Pommesbude nochmal eben zu wählen. Dann lösen wir es lieber satzungsgemäß anders. Und meine Begründung, warum wir diesen Punkt jetzt vorziehen müssen, Rechnungsprüfer gilt um uns dasselbe. Wir sind nicht mehr in der Lage, mit der Zahl und Verteilung, die wir jetzt noch sind, konzentriert und fair die Punkte, die wirklich wichtig sind, zu behandeln. Das einzig korrekte, egal ob dieser ordentliche Parteitag richtig oder falsch eingeladen ist, ihn jetzt zu beenden. So, es gibt dazu eine Gegenrede, die lasse ich ebenfalls selbstverständlich zu. Bitte sehr. Gut, zur Einladung und Korrektheit der Einladung des ordentlichen Parteitages habe ich gestern ein Wort gesagt, dafür möchte ich mich entschuldigen. Die Frage ist ein wenig komplexer. Deshalb gibt es zu dieser Entscheidung vier Entscheidungen des Bundesschiedsgerichtes. Oh, mir wird gerade gesagt, acht Entscheidungen des Bundesschiedsgerichtes. Es handelt sich um die Verfahren. 16 aus 14, 17 aus 14, 21 aus 14 und 24 aus 14. Es ist achtmal vom Bundesschiedsgericht festgestellt worden, dass der ordentliche Parteitag ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Wer jetzt noch etwas anderes behauptet, vertraut entweder der Rechtsauffassung des Bundesschiedsgerichtes nicht. Gut, und dann hat mir unser neuer Vorsitzender, hat mich gebeten, für ihn Sprachrohr zu sein. Er persönlich bittet darum, die Entlastung durchzuführen, damit Grabenkämpfe beendet werden können. Mir ist von mehreren Stellen zugetragen worden, wenn der ehemalige Bundesvorstand nicht entlastet wird, wird diese Partei weiter zersplittern, weiter zerstritten sein und irgendwie mit einer Untersuchungskommission, die vorgeschlagen wurde, weiter Menschen jagen und vor sich hertreiben und kaputt machen. Entschuldigung bitte, lasst uns diesen Parteitag durchführen. Okay, ich will ganz kurz auf beide Wortbeiträge aus Sicht der Versammlungsleitung eingehen. Zunächst mal, der GO-Antrag ist formal absolut korrekt, das heißt, ich werde jetzt gleich über diesen Antrag so, wie er vorliegt, entsprechend abstimmen lassen. Zum Zweiten geht es in diesem Geschäftsordnungsantrag jetzt erstmal nicht darum, ob der Bundesparteitag ordentlich eingerufen wurde oder nicht. Es geht auch nicht darum, ob Urteile des Bundesschiedsgerichtes vorliegen, welche Meinung die Juristen vom Dienst haben oder welche Meinung die Versammlungsleitung wie auch immer hat, sondern es geht letzten Endes darum, auch oder auch speziell darum, ob es überhaupt noch Sinn macht, auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, diesen Bundesparteitag tatsächlich sinnvoll durchzuführen. Meinungsbild, meinungsbild, meinungsbild. Ich weiß, dass es eine ganze Menge Diskussionsbedarf dazu gibt. Ich möchte aber nicht, dass wir die zwei Tage hier in Halle damit beenden, dass wir hier einen Streit über eine Tagesordnungsdebatte, Einladungsdebatte oder sonst was noch führen und da auch mit einem unguten Gefühl in irgendeiner Form rausgehen. Ich halte das für falsch. Wir haben einen neuen Bundesvorstand gewählt. Wir sollten viel Vertrauen in diesen Bundesvorstand legen. Und dieser Bundesvorstand in Person von Stefan Körner möchte jetzt genau zu dieser Sache noch etwas sagen. Ich werde diesen Wortbeitrag jetzt noch zulassen und danach werde ich über den vorliegenden Geschäftsordnungsantrag abstimmen lassen. Okay, vielen Dank. Ganz kurz, ich weiß, dass die Diskussion im Augenblick gerade ein bisschen hitzig ist. Vielleicht hilft es euch bei der Entscheidung, wenn ihr wisst, dass ich euch verspreche, dass der Bundesvorstand, der jetzt gewählt wurde, gegen den Kapufo keine Regressforderungen prüfen wird. Ihr müsst die Entscheidung also jetzt nicht um jeden Preis treffen. Okay? Vielen Dank, Stefan. Der GO-Antrag steht jetzt zur Abstimmung. Der Antrag, ich wiederhole ihn noch mal, ist Top 12, die Schließung des Parteitages, auf jetzt vorzuziehen und als nächstes entsprechend zu behandeln. Ich bitte euch um die grünen Stimmkartenzeichen, wenn ihr diesem GO-Antrag folgen wollt und die orangen Karten, wenn ihr dem nicht folgen wollt. Ich sehe eine deutliche Mehrheit für die Annahme dieses Geschäftsordnungsantrags und bedanke mich dafür. Bevor ich das Mikrofon an den Maik, an unseren gewählten Versammlungsleiter gleich übergebe, der wird dann auch die Schließung des Bundesparteitages vornehmen, möchte ich mich einmal im Namen des Restteams bedanken. Und da ich weiß, dass der Maik Saunus sich gleich nicht selber danken wird, werde ich den einen Dank schon mal vorziehen wollen und bedanke mich bei Maik Saunus für eine hervorragende Vorbereitung dieses Bundesparteitags. Applaus So, vielen Dank Maik und ich übergebe dann damit und ich bedanke mich bei euch. Es hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Applaus Ja, meine Damen und Herren, liebe Piraten, ich habe ja gesagt, wenn ihr mich irgendwie am Mikrofon seht, dann ist es schlimm. Aber so schlimm ist es gar nicht gekommen. Ihr habt mich eigentlich gar nicht gesehen. Und ich kann mich nur bei allen bedanken, bei den Teilnehmern, bei allen Leuten, die geholfen haben. Und bevor ich jetzt noch schließe, werde ich einige davon namentlich erwähnen und die anderen mit den anderen bedanken. Wir haben nämlich im Frontoffice die Gabriele, Janett, Severin, Alexander, Andreas und Max, die da sehr gut gearbeitet haben. Im Backoffice machen das Hanna, Sarah, Michael. Die VL-Technik und monatelange Programmierarbeit von Markus Katharina Brechtel, der da hinten ruhig mal aufstehen kann, ohne den das Backoffice überhaupt nicht funktionieren würde. In der VL-Technik sind noch Florian und Bastian und Florian und Marcel und Dirk. Die beiden Supervisor, Peter und Bert, dürfen auch aufstehen und sich beklatschen lassen. Dann haben wir unsere Juristen vom Dienst mit Christian und Falk gehabt, die das auch sehr gut gemacht haben. Die saßen da vorne. Am Protokoll, ja, unsere Virtuosen an der Tastatur, das sind einmal Jens Wolffat und Helena, sowie der Tobias als Ersatz. In der Merlin-Orga haben wir den Florenz, die Birgit, Michael, Patrick und ganz viele. Der Technik-Stream, geleitet von Sebastian. Die Hallentechnik von Uwe, Vor-Ort-Sicherheit von Thomas, das Awareness-Team von Philipp, das Catering von Michael und die Barrierefreiheit von Antonia. Die Betreuung Presse von Vanessa, die Webseite von Harry, die Akkreditierung von Sebastian, das Front- und Backoffice von Bert, die Versammlungsleitung, das, ja, habe ich gemacht. Insgesamt 150 Leute haben dafür gesorgt, dass das hier möglich war. Vielen, vielen Dank dafür und danke an euch. Ich schließe hiermit jetzt den Bundesparteitag. Habt eine gute Heimreise, kommt gut nach Hause und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Mal wieder. Liebe Piraten, ihr seid schon wild dabei, zusammenzubauen, die Tische abzuklappen, die Stühle zusammenstellen. Bitte denkt daran, weiße Füße bei den Tischen und schwarze Füße nicht zusammen machen, nicht übereinander hauen, sondern wirklich nur schwarze Füße zu schwarzen Füßen und weiße Füße zu weißen Füßen. Ansonsten müssen wir die ganzen Dinge danach nochmal auseinandernehmen, durchwurschteln und sie alle sortieren. Bitte nicht machen, bitte drauf achten. Dankeschön. Also mir ist dann gerade noch gesagt, von dem Mann da hinten in der roten Jacke, der gerade wegläuft, der spendet noch ein paar Kisten Bier für die Abbauhelfer. Ich weiß nicht genau wie, wann und wo und wer das überhaupt ist, aber ist egal, es gibt Bier. Robert Kunin ist das. Und wir haben noch 5 Euro gefunden, da wir die keinem zuordnen können, wird das der FSA gespendet. So, lass mich nochmal einmal ganz kurz eine Bitte. Der Korax kriegt wohl sein Auto nicht mehr an. Wir bräuchten da jemanden nachher, der vorne am Haupteingang mit Auto und Starthilfe-Kabel ihm dann einmal Starthilfe geben kann. Das müssen wir dann gucken, das kriegen wir nicht gewechselt. Das sind zweimal schwarz zu viel. So, liebe Piraten, Flaschen bitte auf die äußeren Tische. Die Flaschen bitte auf die Tische nach außen bewegen, die Dosen auch mit dazu. Wir gucken dann, dass wir die so schnell wie möglich in Mülltüten bekommen. Ich finde es super, mit welcher Geschwindigkeit ihr helft. Denkt bitte dran, jede Minute, die ihr investiert, heißt für die Orga mindestens 20 Minuten früher Schluss. Also, wir haben noch eins vergessen und wie das immer so ist bei diesen ganzen Danksagungen, die Gebärdensprach-Dolmetscher, die haben hier ebenfalls 2 Tage lang einen riesen Job gemacht. Aber, aber wenn ich jetzt gerade so in die Runde gucke, das üben wir nochmal, ne? Weil das mit dem Klatschen ist ja nicht, ist ja nicht richtig, sondern, ja genau, du machst es richtig vor. Also, so funktioniert der richtige Applaus an dieser Stelle. Vielen Dank, liebe Gebärdensprach-Dolmetscher. Dann brauchen wir den Christian Gebel, einmal bei der Wahlleitung. Und hier vorne abgegeben wurde noch ein roter USB-Stick, wahrscheinlich mit pornografischem Material, aber das weiß ich nicht genau. also mit dem der Audio-Stick-Dolmetscher, da war er. Vielen Dank.